Auf geht's! Sag mal! Hallo? Na, du Schnecke? Willst du uns niggas? Funktioniert das denn hier? Hast du Geld? Nein! Scheiße! Kann man das nicht einfach eintreten? Kannst es ja probieren! Aber ich krieg mein Bein nicht so hoch! Wie wär's denn, wenn du mich schubst? Ich soll dich schubsen? Warum? Ja, damit die Scheibe kaputt geht! Ich wusste aus! Aber du weißt schon, dass man da einfach Geld reinstecken kann? Ja, aber ich hab kein Kleingeld bei! Ja, dann such mal die nächsten Automaten und hol dir Geld! Was ist denn der nächste Automat? Ja, das weiß ich nicht! Ich bin gerade erst gelandet! Ich hab zwei Sitze gemietet, damit ich zwei Mahlzeiten krieg! Oh! Komm in meine Hand, wir gehen! Wie heißt denn du? Destiny! Destiny! Das ist mein Schicksal! Vielleicht! Bist du auch mit dem letzten Flieger gekommen? Ja! Oh! In welchem Land kommst du? Aus Kanada! Kanada! Ja! Ich hab ein Kollege in Kanada! Echt? Der Boss! Ich kenn ihn nicht! Wie sind die Taxen? Hast du ein Handy? Äh... Ich hab meins getauscht gegen Hot Dogs! Wieso tauscht du ein Handy gegen Hot Dogs? Weil ich hatte Hunger! Ja! Also ich will jetzt nichts sagen, ja, aber ich glaub, du bist ganz gut im Futter! Wie? Wie? Ich hab nur schwere Muskeln, was soll das denn heißen? Okay! Ha! Ich hab mal Ballett gemacht! Komm! Destiny! Wir suchen ein Taxi! Du zahlst, okay? Von welchem Geld denn? Weiß nicht! Hast du kein Geld? Äh... Ne! Ich muss erst mal einen Job suchen! Ach, du musst einen Job suchen! Ja! Ich bin doch grad erst gelandet! Boah, die Scheunen sind hier aber ziemlich groß, ne? Was ist hier sehr groß? Die Scheune da vorne! Ist da Kühe drinne? Dass das eine Scheune ist? Ja! Ach du rei! Ich glaub, da steht eher Hotel, ne? Ach, das ist ein Hotel? Ja! Bei uns zu Hause sind die viel kleiner! Ehrlich? Ja! Wo kommst du denn? Ich komm nämlich ursprünglich aus Arizona! Okay! Komm, Destiny! Gibt's hier keinen Reiseguide oder so? Weiß es nicht! Wie, du musst das doch wissen! Ja, woher soll ich das denn wissen? Ich bin genauso gelandet, wie du grad erst! Ja, aber du bist ne Frau! Ja... Nur weil ich ne Frau bin, muss ich das wissen, oder was? Ja, die sind sowieso viel schlauer als wir! Ach so! Ich krieg nicht mal ein Gurkenglas auf! Ne, warum kriegst du nur ein Gurkenglas nicht auf? Ja, weil ich dumm bin! Da gibt's so nen Trick, ne? Wie denn? Du kriegst ein Messer, steckst es unter den Deckel und hebelst es einmal so ein bisschen auf! Und dann kannst du es einfach öffnen! Wie macht das? Ja, das zischt dann einmal! Ach, weil da Kohlensäure drin ist, ne? Ne! Also der gibt's Sinn! Hehehehe! Hehehehe! Nein! Oh! Hehehehe! Ach, oh Gott, oh Gott! Boah! Was ist das denn für ein Ding? Da sitzt der Chef drin, ne? Äh, du, wie gesagt, keine Ahnung! Brauch ein Hotel! Ich brauch auch ein Hotel! Du brauch auch ein Hotel? Aber ich hab kein Geld! Ja, dann arbeiten, ne? Wo denn? Ja, keine Ahnung! Hm! Muss ich mich auch erst mal informieren! Wo sind wir denn hier? Und was sind das hier für Dinger? Was ist denn das da oben? Das da oben ist der Himmel, ne? Nein, da! Dieses Betonding ist das Gefängnis! Betonding ist hier über uns? Ja! Was ist das? Das ist wie eine Straße! Oh! Aber im Himmel? Haben die schon fliegende Autos hier? Naja, guck mal, die steht auf einer Säule! Ja, aber die ist ja trotzdem im Himmel! In Arizona gibt's sowas nicht! Ah, okay! Aber ich hab da ein Pferd! Oh! Pferde sind was Schönes! Ja! Das hängt aber in der Mitte durch! Echt? Ja! Ich kann da nicht mehr mit reiten! Mama hat's verboten! Schon alt, oder was? Schon alt! Hängt voll durch in der Mitte! Oh je! Oh je, oh je! Das arme Pferd, das arme Pferd! Hey, das ist kein armes Pferd! Der kriegt Taschengeld! Ein Pferd, der Taschengeld kriegt, ne? Na klar! Ein Pferd kriegt, glaub ich, eher Heu, Möhren und Hafer! Der heißt Rudi! Rudi! Willst du ein Foto von dem sehen? Erzähl mir einfach mal ein bisschen was über Rudi! Ja, das ist ein Pferd! Was hat Rudi denn für eine Farbe? Ist das ein Rappe? Ist das ein Schimmel, Apfelschimmel, Falbe? Was? Bist du Vegetarier? Ne! Was für ein Schimmel? Ist ein Pferd? Ja! Ja! Also du hast ein Pferd und weißt, kannst du mir die Farbe nicht beschreiben, ja? Der ist braun! Ah, braun! Ja! Braun und Pony! Braun und ein Pony! Aber zur Seite gestylt mit Türken-Gel! Mit Haar-Gel! Was? Dein Pony hat ein Pony? Ja, na klar! Seidenscheitel! Ja, nennt man Mähne und Schopf! Warum stoppst du immer so? Hast du so einen Stein in der Schuhe? Weil du so langsam läufst! Wie ich lauf lang... Bleib dran, wenn du kannst! Scheiße! Spiel, stopp! Nicht so schnell! Mir ist schwindelig! Das ist völlig gut im Training, was? Boah! Boah, du bist ja Justin Bull! Du solltest ein bisschen mehr Sport machen! Ne, du bist verrückt! Da tut mein Herz ja weh! Ja, wie? Weißt du, was richtig lustig ist? Meine Arschbacken klappern zusammen, wenn ich renne! Da krieg ich doppelt keine Luft, weil ich lachen muss, wenn ich renne! Wie können denn Arschbacken zusammenklappern? Ja, guck! 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 Hast du? Boah! Da hab ich Seidenstiche! Ach, herrje! Ja! Wie gesagt, Sport, ne? Okay! Sport! Ja! Bist du Fitness-Trainer? Deswegen hängt der Rücken deines Ponys auch durch! Ach so! Oh! Hm! Ich dachte, der hat einfach Rücken, weil der schlecht schläft! Also ich... Wie? Der schläft? Ja! Der Rudi! Oh mein Gott! Der Rudi, dein Pony, hat schlechte Rücken, weil er schlecht schläft! Ja, kann doch sein! Oder vielleicht, weil du ein paar Cheeseburger zu viel gegessen hast? Ne, ich ess keinen Cheeseburger! Sicher nicht? Ja doch! Eigentlich schon! Chicken Wings, Pondocks! Ich wollte flunkern! Ah! Da vorne gibt's Essen! Da wird schon Werbung gemacht! Okay! Jetzt lauf doch mein Ticken schneller! Lauf du doch mal! Zieh die Schuhe aus! Genau! Was sagst du zu meinen neuen Drehtallen? Ja, das ist nicht so mein Style, ne? Warum? Ja, nicht so meins! Ja, die sind doch voll fresh! Ne! Ne, ne! Ne, ne! Ne, ne! Oh, da vorne seh ich doch schon so'n Essenswagen! Wir haben aber kein Geld, ne? Ähm... Da hast du doch was gefunden! Dup, dip, dip, dip! Nö! Scheiße! Ich bin pleite! Vielleicht können wir auf Obdachlos tun! Ja, also du kannst ja auf Obdachlos tun, ja? Ich stell mich dann da an die Seite! Ähm, hattest du mich nicht, weil ich schön bin? Was soll das denn jetzt? Ja, was? Ich stell mich dann an die Seite und, ähm... Warte, dass du was zu essen organisiert hast! Okay, ich klär das! Okay! Perfekt! Boah, das ist so ganz schön weit! Ja komm, wir machen noch ein Wettrennen! Ne, bist du verrückt? Wie? Ich hätt schon keine Luft mehr! Oh je, oh je! Sag ja, ne? Morgens und abends ein bisschen Sport, das wär's! Was empfiehlst du denn für einen Sport? Oh, ich jogge sehr gerne! Ich mach auch gerne Yoga! Ha! Letztens, als ich meinen Fuß hinterm Kopf tun konnte, da war ich sechs oder so! Oh! Ich kann nicht mal meine Füße sehen! Ja, das liegt an den ganzen Chicken Wings und an den ganzen Cheeseburgern und so weiter! Ja! Oh, ich glaub, die haben gar nicht geöffnet! Meinst du nicht? Ne! Hm! Und nun? Da steht keiner! Vielleicht ist da jemand und kann Taxi rufen! Hm! Auto Repairs! Das sieht schon eher aus wie zuhause hier! Absurte Blutbude! Guck dir halt doch mal an hier! Ja! Alles dreckig! Mein Gott! Überall Müll! Ja, du schwitzt ja am Rücken! Oh, da vorne ist jemand! Guck mal, da hast du deine Verpackung vergessen! Wo? Deine Cheeseburger-Verpackung, glaub ich! Was für eine Cheeseburger-Verpackung! Ja, hier! Da war bestimmt mal dein Burger drinnen! Sag mal, kickt's bei dir oder was? Was für eine Verpackung! Ja? Oh Gott, hier liegt auch ganz viel! Was ist das? Cola? Ne, das sind Backsteine! Was für lang kommst du denn, wo sowas getrunken wird? Hä? Sieht wie eine Bowlingkugel aus, wie Hillybillys! Die Flaschen, die da liegen! Ich rede nicht von Bowlingkugel-Backsteingedöns! Ach, die Flasche meinst du, okay! Aha! Mach die Augen auf oder brauchst du eine Brille? Ne, ich seh schon kaum! Oh! Kennst du die da vorne? Nein! Kann doch sein, dass da eine Freundin von dir ist! Nein! Von Patzebuck! Von Patzebuck! Haha, bestimmt! Na, Cremetörtchen? Ohles! Ja! Nein! Eine Sprite hätte ich gern! Eine Sprite hättest du gern! Ja, wann macht denn euer Restaurant aus? Hier ist kein Restaurant! Wie? Aber da... Eine Werkstatt! Da steht doch Heavy Chilling! Joe Sides! Ja, aber das ist der Private von den Mitarbeitern hier! Ach so! Wir wollten betteln! Wir wollten betteln! Wir haben Hunger! Ihr habt Hunger! Und Durst? Ja, auch! Dankeschön! Oh! Boah! Den hau ich mir in die Kehle! Dankeschön! Dankeschön! Sag mal, wie kommen wir denn hier weg? Wie... Wo wollt ihr denn hin? Ja... Weiß nicht! Wo kommt ihr denn her? Aus Arizona! Aus Arizona! Kanada! Und die Destiny kommt aus Kanada, wie Kollege der Boss! Ah, okay! Und seid ihr beide neu? Ja, ich bin grad gelandet! Ich auch! Aber ich stand zwei Stunden am Snack-Automaten und ich hatte kein Kleingeld! Eieiei! Und dann habe ich Destiny getroffen! Und dann haben wir Händchen gehalten! Was haben wir? Händchen haben wir gehalten! Wir haben festgestellt, dass du sehr unsportlich bist und dein abes Pony durchhängst, weil du zu viel Chickenburger isst! Und lass in Ruhe die Ruhe! Hm? Hm? Ich habe nämlich einen Pony! Zuhause! Okay! Ihr seid beide neu eingereist? Ja, genau! Ja! Aber wir waren nicht im selben Flugzeug! Okay! Ich wurde mit einem Schwertransport geliefert! Gibt's denn da zu lachen? Ich bin Football-Spieler! Wir müssen schwer sein! Ja, okay, das äh... Ja! Soll ich euch runter in die Stadt bringen? Oh! Oh! Das wäre super! Moment! Wir haben direkt den Taxifahrer links neben uns! Oh! Aber wir haben kein Geld! Ah! Also ich habe mein Portemonnaie verloren und mein Handy getauscht! Ach, ihr habt auch noch kein Handy! Nö! Ich habe das getauscht gegen Essen! Ich habe eh keine Freunde, mich ruft keiner an! Okay, dann machen wir das so! Ich nehme euch mit, wir fahren zum Handyladen, da holt ihr euch ein Handy! Okay! Und dann gucken wir mal weiter! Also im Handyladen kaufen wir ein Handy! Was kostet denn ein Handy? 50 Dollar, das ist nicht teuer! Ja, ich habe keine 50 Dollar! Kann ich hier Geschirr waschen? Okay! Da musst du auf ein Konto gucken bei dir! Überhaupt jeder kriegt bei einem Einreisen ein Konto, da kann er danach gucken, wieviel er hat! Ah! Ah! Okay! Okay! Ja, macht Sinn, ne? In Arizona hatte ich auch Geld! Für, für, ja! Aber mit einem besoffenen Taxifahrer will ich hier nicht fahren! Ich gehe, ihr macht dann hier, äh, Erdbeere, also ihr kauft euch einen Rusty Rebel, dann kauft ihr eine Tasche, dann kauft ihr eine Gartenschaufel, fahrt hoch zum Erdbeerfeld, erntet Erdbeeren auch schön auf dem Feld, und dann fahrt ihr jetzt wieder rüber zum Früchteverkäufer! Sehe ich so aus, als würde ich da arbeiten? Ja! Ich bin früher Rentnerkollege! Ich hätte... Du rollst die Strecke, wa? Ich hätte jetzt... Halt die Klappe, das Ding, was du hier machst, ist Fatshaming! Ich hätte vielleicht auch... Ich habe hier schon kaum Luft, wenn ich das ausspreche! Äh, ich glaube, die Dame, äh, glaube ich, ist nicht gut aufgehoben, weil sie geht! Doch, bestimmt! Weil, ne, weil dann hat die, äh, äh, Dings... Wike, ist der Burger-Laden, wo ich dir auch gerade den Burger von gegeben habe? Ah! Ich würde auch mal zuhören! Kommt die denn hier? Ist das ein Clowns-Auto? Die Fahrzeuge... Ne, das ist ne Werkstatt, und die arbeiten hier... Ach, das ist ne Werkstatt! Ja, hab ich doch gesagt! Ja, ich hör nicht zu! Ich merk das schon! Entschuldigung! Hm! Warum lachst denn du schon wieder? Okay, ich würde sagen, ich bring euch erst mal zum Handylanden, kriegt ihr erst mal ein Handy! Das klingt super! Attacke! Äh, dann komm mal mit! Ach so! Pass ich da in dein Auto rein? Äh... Bestimmt! Wir setzen dich hinten hin, dann hast du zwei Plätze frei! Das ist gut! Aber nicht, dass du auf zwei Räder fährst! Eieiei! Oh! Warte, eine Stunde! Oh! Kannst du ein bisschen nach vorne rücken? Ja, warte! Oh mein Gott! Ich kann an meinen Knie lecken! Ich krieg keine Luft! Mach schnell! Oh! Okay, wir machen das schnell! Oh! Heilig! Oh mein Gott! So viel Platz nehm ich doch gar nicht weg! Boah! Boah! Das war genug Sport für heute! Mein Herz auch leckt mich! Wie fahren wir! Ha! Das Auto hat ein bisschen Seitenlage! Kann das sein? Solltest du in meine Werkstatt reinfahren bei dir? Ja, ich glaub das liegt nicht am Auto! Ach so! Okay! Das sieht auch, muss ich zugeben, ein bisschen nach rechts! Ich setz mich meine Mitte hier! Ja, das wär vielleicht... Okay! Perfekt! Ah! So, was hat dein Mann da grad erzählt? Was für ein Klappsparten? Was für ein Feld? Das war nicht mein Mann! Ja, oder dein Freund! Taxifahrer! Ja, oder dein Taxifahrer! Das wär auch nicht mein Freund! Ja, ich glaub der war besoffen, ne? Ne, der wollte euch erklären wie ihr arbeiten gehen könnt beim Erdbeerfeld! Was, was sollen wir denn auf dem Erdbeerfeld? Oh, ich mag Erdbeeren! Hast du dir das nicht mal angeguckt? Wir sind absolute Topmodels! Ich mag Erdbeeren! Erdbeeren schmecken gut! Ja! Die Klappen sind ekelhaft! Die kannst du pflücken, dann verkaufst du die, dann bekommst du Geld! Ich glaub ich würd mich da reinlegen und Erdbeeren essen! Ja, das hab ich auch gemacht! Oh mein Gott, mir schwindelig! Aber wenn du Angst hast, dass du die Erdbeeren isst, dann kannst du auch Mehl machen, dann fährst du zum Weizenfeld, pflückst das Zeug und fährst dann zum Mühler und machst daraus Mehl! Die Kutsch ist hier aber richtig schnell, ne? Wo sind die Pferde dafür? Ich versuch ein bisschen... Oh, was ist das für ein Geräusch? Das ist ein Heli! Achso! Boah! Ich dachte schon! Doch! Das sind... Das ist... Und... Boah! Oh! Das hab ich schon mal gesehen im Fernsehen! Was hast du schon mal gesehen im Fernsehen? Ja hier so! So Häuser! Ah! Warte ich muss... Kann mir einer helfen beim Aussteigen? Ja warte ich halt... Ich helf dir bei der Tür aufmachen hier! Ach! Wie geschmiert! Ja! Was kriegen wir hier? Sehr elegant! So hier kriegt ihr nen Handyvertrag und nen Handy! Uh! Ah! Okay! Okay! Bin... Seine daheimstunde hier soll schon Verträge abschließen! Also es gibt eigentlich nur ein Handy-Modell! Okay! Was ist das hier? Weiß ich gerade noch! Was ist das... Das... Das kann man aber nicht essen hier! Was ist das denn? So ein Telefon hab ich noch nie gesehen! Das schmeckt ja nicht! Ne die schmecken auch nicht! Ich dachte wir gehen Burger essen! Ne Burger essen machen wir gleich noch! Erstmal machen wir euch nen Handyvertrag! Okay! Machst du dir von vorne rechts den Handyvertrag und links gehst dir dann nen Handy holen! Bei der Frau hier? Genau! Musst du ja Formular ausfüllen! Und dann unten unterschreiben! Die sind doch tatsächlich gar nicht so teuer hier! Ich hab schon teure Handyverträge gesehen! Mec... Mec... Du... Oh! Ähm... Perfekt! Egal was ich da hinschreibe oder was muss da hin? Na da musst du deine Unterschrift hin! Mit deinem Namen! Aber ich hab keine Unterschrift! Ja dann schreibst du einfach deinen Namen dahin! Okay! Genau das musst du dann mit Karte noch zahlen! Hab ich! So! Genau das kannst du mit Karte zahlen! Eine Karte hab ich auch! Perfekt! Dann kommst du hier rüber und holst dir das Handy dann auch mit Karte! Entschuldigung! Ja machst du mal fertig da Destiny! Hier sind doch nur andere Kunden! Ja Mensch! Hast du für ein Handy Gold Summer? Toni Ericsson! Ah! Oder sowas! Kann ich mir hier alles aussuchen? Kann ich jedes Handy nehmen? Mir gefällt das hier mit dem Glitzer drauf! Ich? Ich hab nur so ein doofes schwarzes! Wie kann ich denn hier Apps runterladen? Ich brauch Tinder oder so! Tinder? Ja irgendwie wo man daten kann! Warte ich hab ne Frau! Scheiße! Hat jemand meine Frau gesehen? Haha! Die hat nen Bärbistrat sag ich euch! Da kommt ihr zwei Gestripp aber nicht gegen mit an! Entschuldigung! Sollen wir die auch mal suchen gehen? Sollen wir die suchen gehen? Kommt die auch noch im Flughafen an? Die ist glaube ich schon bald länger her! Wie heißt die denn? Twinkie! Twinkie? Ja ja! Da wackelt der Boden wenn die rennt! Bitte? Twinkie! Twinkie! Ja wie die Süßigkeit! Ach ich hab schon wieder Seitenstechen! Ich heiß übrigens Peanut! Peanut? Ja Peanut Smalls! Das ist mein Name! Den hat meine Mama mir gegeben! Das hat deine Mama dir gegeben! Ich wurde mit der Sauglocke rausgeholt weil ich zu dick war! Ich wollte eigentlich gar nicht raus! Hey! Ja warum denn auch? Das ist doch gemütlich! Das ist doch gemütlich! Ich hatte Couch! Alles da! Fernsehen! Chips! Mama hat auch nicht geraucht! Echt? Hat die nicht geraucht? Nee nee! Gesund? Gesund! Aber Chips! Die Nummern die da drauf sind das sind Leitstellen! Polizeileitstelle, FIB Leitstelle, die Nummern für das Krankenhaus! Weiß gar nicht was ist da noch drauf! Waxi, Polizei, Gewerbeamt, FIB, EMS Pillbox, EMS Pallido! Die Leitstelle ist alles für die Office! Ich hab mich verdrückt! Hallo? Ja? Ähm... Wo muss ich hier drauf drücken zum Auflegen? Auf den roten Knopf! Auf den roten Knopf! Okay! Bye! Tschüss! Oh ich hab aus Versehen angerufen! Wo hast du angerufen? Beim... Polizei! Beim Sheriff! Polizei ne? Da zeig ich euch! Okay! Da würde ich euch jetzt hinbringen! Also ein bisschen die Stadt zeigen schon mal! Oh das klingt gut! Krankenhaus, Polizei, die wichtigsten Sachen! Das klingt sehr gut! Na dann kommt! Und vielleicht was Neues anzuziehen? Gibt's was in meiner Größe? Das ist ja nämlich die Kinderkleidung! Die bekommt irgendwie wie jeder im Flugzeug! Im Fliegen! Aber das ist mir da unbequem! Ach! Schaffst du das? Ach! Ja! Boah! Okay! Wieder in die Mitte, ne? Haben wir nochmal Glück gehabt! Wie heißt denn euer Sheriff hier? Äh... Es gibt ganz viele Sheriffs! Ach! Es gibt mehrere! Ja, es gibt ganz viele! Oh! Wir haben ein ganzes Sheriff Department! Eieiei! Wo sind wir hier? Hier ist der Kleidungsladen! Oh! Äh... Kleidungsladen! Punden Boys! Ob das mir passt! Gibt's hier? Ähm... Haben die denn Übergrößen? Also das könnte ein bisschen dauern! Die sind sehr schlecht sortiert, die Läden! Oh! Das ist alles kreuz und quer und mach mich gut. Haben die Übergrößen? Musst du mal nachfragen. Ich weiß es nicht. Hallo? Aber hier ist keiner. Soll man die einfach aus dem Karton rausnehmen? Ja, du guckst dir da einfach mal an. Guckst mal, was für Größen da draufstehen. Ich glaube, die haben keine Übergrößen. Meinst du nicht? Ich mal Schuhe oder so? Das ist alles für diesen Model-Maß. Das geht dir nicht. Wie? Das glaubt du nicht. Nee, meinst du nicht? Das ist doch hier für Kinder. Wer soll denn so was anziehen? Da musst du dich ja runterhungern. Wie ein Galerven. Ich sehe da nicht aus wie ein Kind, oder? Und jetzt müssen wir hier warten, bis du dich umgezogen hast vor uns. Guck nur mal. Kannst du dich ja umdrehen. Musst du ja nicht dabei zugucken. Ach so, ja. Entschuldigung. Ich bin ja ein Gentleman. Sagt ihr mir Bescheid? Wenn ich wieder gucken kann? Aber natürlich. Ich habe Hunger. Ich habe schon seit fünf Minuten nichts gegessen. Aber ich habe nur noch was. Du solltest mir joggen. Und du sollst eine Klappe halten. Das ist nie. Ach. Ha. Oh. Da habe ich noch eine Cola runter. Weg da mit dem Scheiß. Oh, ich habe noch was gefunden. Ich habe dir gerade noch ein paar Nuggets gegeben. Die sind ja extra knusprig. Ich stehe auf so einen Scheiß. Cody's macht die besten Nuggets weit und breit. Cody's? Genau. CK. Das ist der Burgerladen, wo ich eben erzählt habe. Aber der macht erst um neun auf. Der soll aufmachen. Ich bin das erste Mal in einer großen Stadt. Erste Mal? Wo kommst du denn? Aus Arizona. Wo denn in Arizona? Gibt es denn keine großen Städte? In Bikunen. Das ist so ein Dorf. Ich wollte mal Cowboy werden. Hat das Pferd dich nicht getragen? Doch, aber jetzt hängt es durch. Au. Ja, das hängt ein bisschen durch, hat er gesagt. Na und? Aber den. Rudi hat mich trotzdem lieb. Der macht immer Schnute, wenn ich komme. Ja, weil er denkt, er kriegt was zu essen. Ich habe dir noch immer Würfelzucker gegeben. Und Karotten. Zuckerkarotten. Karotten? Dann kriegt er ja das gesunde Zeug. Ist das das, was du nicht essen willst? Nein, das waren Zuckerkarotten. Zuckerrüben. Ja, der hat auch Diabetes. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mir auch nicht. Wie das wohl kommt? Ich hatte auch mal eine Katze. Aber die ist immer weggerannt von mir. Okay, das heißt, die überfütterst du dich? Nur die könnte ich nicht füttern. Aber ich war mal nach einem Bergfest ganz mega betrunken, da wollte ich die essen. Aber ich habe den Kühlschrank nicht aufbekommen auf dem Boden. Hey, hier gibt es mir viele Klamotten. Ui. Sag ich doch. Warum hast du da so einen Lampenschirm um? Das ist denn mein Rock? Ach so. Lampenschirm. Hm. Ach, ich soll ja nicht hingucken. Ich wollte gerade sagen, beobachtest du das schon wieder beim Umziehen? Ich bin neugierig, das ist alles neu für mich. Frauen sind neu für dich? Ja, bei uns im Dorf gab es nur fünf. Ich dachte, du hast eine. Ja, habe ich auch. Hast du eine von den fünf oder was? So ein Klamottenstil. Ich wollte gerade sagen. Der Klamottenstil, das. Mein T-Shirt habe ich in Amazonas gekauft. Bei Willys Übergrößen. Die haben drei Monate gebraucht, um das zu liefern. Drei Monate? Das ist aber echt lange. Vorher hatte ich immer nur eine Latzhose an, ohne T-Shirt. Aber das hat irgendwann wehgetan an den Nippel. Das glaube ich. Das muss doch echt unbequem sein. Das reibt dann so komisch, ne? Ja, genau. Musste ich immer mit Melkfett einreiben. Dann haben die anderen Kinder mich geärgert. Boah, das ist aber nicht nett. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht nett. Ach, daran bin ich gewöhnt. Aber die waren doch nur neidisch. Ja, eben. Mama hat immer gesagt, sag immer, hasse mich nicht, weil ich schön bin. Wisst ihr, wo ich meine Frau kennengelernt habe? Bei dir im Dorf? Ja, auch. Na, oben drehen. Oh, okay. Entschuldigung. Wir haben so ne Skatebahn. Da kann man Rollerblades fahren. Jeden Freitag. Und da gibt's nen Pommesstand. Und wir haben beide zu der gleichen Tüte Mayonnaise gegriffen. Oha. Vor die Lost Story, ne? Oh. Dann hab ich die gefragt, ob die unsere Ding sehen will. Unsere Kuh. Wir haben nämlich eine Kuh. Aber Mama wollte die nicht sehen. Ihr habt eine Kuh? Ja, Mama. Ach so. Die Kuh heißt Mama. Oha. Mhm. Zwei Tage später haben wir schon geheiratet. Bei uns geht das Ratzfatz in Arizona. Echt jetzt? Ja, na klar. Ich würde niemals so schnell einen Mann heiraten. Warum? Wenn du den Hauptlust siehst wie mich? Ich mein den dummer nach. Mein Ex hat mich abgestochen. Dein Ex hat dich abgestochen? Ja, der hat mich schwer verletzt zurückgelassen. Angestochen oder abgestochen? Ja, angestochen und hat mich schwer verletzt liegen lassen. Autsch. Wie, der hat dich abgestochen? Wieso macht der denn sowas? Was denn für ne Knalltüte? Soll er ein Vollidiot ist? War der kriminell? Soll ich den Sheriff rufen? Also mein Ex-Freund ist zum Glück nicht hier. Ach, Tester, bist du her? Bin geflüchtet. Hergekommen? Ja. Ich hab ne Reise gewonnen. Du hast ne Reise gewonnen? Mhm. Ach, bist du noch zum Urlaub hier? Ja. Ich wollte mir das angucken hier. Ich hab in der Broschüre gelesen. Hier gibt's hohe Gebäude. Ihr habt fließend Wasser. Zu Hause. Aber ich hab noch keine Tiere gesehen. Wo kriegt ihr denn euer Fleisch her? Es wird geliefert. Von wem? Weiß ich nicht. Vielleicht von uns in Arizona. Kann sein. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Musst du mal bei Codys nachfragen, woher die das geliefert bekommen. Aber ich kenn Codys nicht. Ja, aber da fahren wir ja später noch hin. Ach so. Du nimmst mich mit? Ja, natürlich. Das ist nett von dir. Darf ich dich gleich umarmen? Äh, wenn du das schaffst? Ja. Aber kann sein, dass ich bis in der Fritteuse rieche. Wenn das nicht schlimm ist. Nach Fritteuse? Ja. Frittierst du gerne Sachen? Na, ich frittier alles. Dann bist du ja fast Holländer. Die frittieren auch immer alles. Nein. Ich bin kein Holländer. Ja, aber ähnlich. Vielleicht irgendwo. Kannst du mir sagen, was ein Holländer ist? Das ist eine... Fiese, oder? Ja, beziehungsweise Holland ist... Ja, genau. Käse. Ich suche doch einfach nur eine kurze Hose. Hä, du hattest doch gerade so einen Lampenschirm, Mann. Na, ich will aber keinen Lampenschirm tragen. Warum? Um die Zolle gehen. Lampenschirm tragen möchte. Was ist denn das für eine Frage? Kauf dir eine Latzhose. Dummkopf. Kurze Hose? Ich ziehe keine kurzen Hosen an. Ich weiß nicht, wie die heißen. Kann ich mich umdrehen? Nee, noch nicht. Okay. Ich gucke, dass keiner guckt. Warum hat denn der Mann hier keine Arme? Weil das nur eine Puppe ist. Guck mal, die Puppe da vorne, die hat keine Beine. Mein Onkel Franklin ist mit einer Puppe zusammen. Also, ja. Die kann nicht reden. Ist das eine aufblasbare Puppe oder eher so eine Hartplastik wie das da? Also, die guckt immer so geschockt. Die hat doch noch nie geredet. Guckt immer so geschockt. Hat die immer den Mund offen? Ja. Und die redet nicht oft. Nicht oft oder gar nicht? Eigentlich habe ich die noch nie reden gehört. Hm. Ja, die hat wahrscheinlich meistens den Mund voll. Aber da bist du dann nicht dabei. Hoff ich mal. Das verstehe ich nicht. Also, die muss gefüttert werden. Womit wird die denn gefüttert? Mit Essen auf dem Löffel und einer Gabel. Also, letztes Weihnachten, da sah die schon ein bisschen so zerfallen aus. Als würde es dir nicht gut gehen. Hm. Aber mein Onkel hat die dann geküsst und dann war die wieder voll prall. Dann ging es dir wieder besser. Und die hat ein Pflaster auf den Stirn bekommen. Pflaster auf die Stirn? Hat die das immer noch? Ja, der Onkel meint, die hat ein Loch im Kopf. Ein Loch im Kopf? Das ist aber nicht gesund. Ja, bei uns auf dem Land ist das üblich, ne? Wenn da die Jäger weit und weg sind, so doffeweit und so. Und da treibt sich irgend so ein Hillybilly wieder rum. Da wird geschossen einfach. Da sagt der Sheriff auch nichts. Na, da muss ich dir leider sagen, das passiert hier auch ganz ziemlich häufig. Hier wird geschossen? Hm. Aber ihr habt keine Tiere. Ja, wir schießen auch nicht auf die Tiere. Sondern? Also meistens wird hier auf andere Menschen geschossen. Auf... Warum? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Wie die schießen auf... Jemand schießt auf andere Menschen? Ja. Aber das ist doch verboten. Ja. Was sagt der Sheriff? Der schießt mit. Ach, der schießt auch auf Menschen. Der schießt auch auf Menschen. Und wie soll man sich in so einer Situation verhalten? Wenn geschossen wird? Äh... Wo wird denn geschossen? Überall? Im ganzen Land hier? Ja, also... It's only game. Why you have to be mad? Hm. Ich glaube im Krankenhaus eher seltener. Also muss man sich im Krankenhaus verstecken? Ja. Im Krankenhaus ist man sicher. Okay, schreibe ich mir auf. Im Krankenhaus ist man sicher. Da habe ich nicht geschossen. Geschossen 2S, ne? Kannst du dir übrigens umdrehen, ne? Bist du fertig? Ja, ihr könnt euch übrigens umdrehen. Im Krankenhaus. Wo finde ich das Krankenhaus? Das zeige ich dir gleich noch. Okay. Ich kann ja nicht mal ein Bild machen mit dem Handy. Und dafür nehmen die mir 50 Dollar es ab. Doch nicht teuer für ein Handy. Das ist ein Drecks-Handy wieder. Kommt wieder aufs Ferne aus dem Müll. Zuhause habe ich eins mit Scheibe zum Drehen. Selbst damit kann ich Fotos machen. Boah, das ist ein krasses Handy. Das will ich sehen. Das ist ganz alt. Hast du das nicht mitgebracht? Ne, durfte ich nicht. Bei der Sicherheitskontrolle. Doch nicht. Hier bieten die nur dieses blöde Handy an. Damit kannst du nichts machen, außer telefonieren. Okay, der drückt nicht auf zurück. Mein Daumen ist zu dick. Der schreibt immer... Im Krankenhaus verstecken, wenn geschossen wird. Wie ist dein Name nochmal? Mein Name? Lisa. Lisa. Hat Lisa gesagt. Okay. So. Hast du es? Ja. Na dann, Adagel. Das erste... Ach du Scheiße. Was denn? Das ist... Nö. So, nein. Du bist viel zu freizügig. Komm ran hier. Verdeck deine Sachen. Du hast gar nichts... Man sieht deinen Bauchnabel. Ja, und? Mein Bauchnabel sieht man doch auch nicht. Da wird ja der Stier verrückt, wenn die dich sehen hier. Ja, und? Ja, das stimmt wohl. Das könnte lustig werden mit dir. Wenn du geklaut wirst, renne ich nicht in den Ball. Weil du eine Single-Frau bist. Oh. Verdammt. Das wird schon richtig interessant. Die Klau... Hast du keine Hose an? Doch, hat sie. Sie hat eine kurze Hose an. Ach so. Nicht, dass ich hier noch vom Sheriff verhaftet werde. Ich seh nämlich aus wie so ein... Ich seh nämlich schon aus wie so einer. Sitzt du wieder in der Mitte? Ja. Gut. Ich bin euer Erbe. Keine Sorge. So. Denkt dran, anschnallen. Sehr wichtig. Der Gurt passt aber nicht. Ich halte mich einfach fest. Ich wollte gerade sagen, dann halt du mich mal sehr gut fest. Wichtig ist auch, dass man über sich selbst lachen kann, ne? Mhm. Ja. Humor muss sein. Oh. Wo fahren wir hin? Äh, wir fahren jetzt zum Krankenhaus. Warum? Wer hat Schmerzen? Ja, keiner. Ich hab doch alles auch so kennen. Ich zeig euch das. Ach so, wir gucken... Guck mal, Erdnuss, ne? Hörst du auch mal zu? Ich heiß Peanut. Ja, Erdnuss. Wissen wir. Schicksal, du denkst auch, du bist... Du bist lustig, ne? Nee. Schicksal. Erdnuss ist doch ein süßer Name. Erdnuss. 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 Pillbox. Also, wenn geschaffen wird, bringt man hier hin? Ja, im besten Fall. Ob du dabei getroffen wurdest oder nicht, kann es können in dem Moment, glaube ich, egal sein, aber meistens ist es da am sichersten. So, was haben wir denn noch? Ist die Stadt gefährlich? Es kommt drauf an. bei uns in arizona in siegmund gibt es auch so eine ecke da darf man nicht hin da leben die land ist eine großfamilie diesen alle miteinander irgendwie da darf man nicht auf die weide gehen die schießen dann so fein der schmeister so ein riesengroß ein riesengroßen bauernhof wenn du dahin gehst und so tust als würdest du streicheln wollen oder so dann wir schmeißen doch mit glas schärfen aber echt böse der vater von denen hat mir mal angepackt und mir auf dem po gestreichelt er hatte über den po gestrichen und in orga hat die dann bin ich vorsichtig nein dann ist ja gut hier ist das pd also zumindest eins der pds warum machen die dahin ich weiß es nicht ich glaube nicht hoffe nicht hier ist der sheriff ist da fahren das kann ich euch auch noch zeigen der ist oben in palito da ist das sheriff department ok das ist das police hier unten die sind zwar manchmal hier unten die sheriffs aber das department von mir ist woanders wo ist das blaulicht das ist fib bei uns haben die so glocken vorne dran wir haben nicht mehr strafen der wollte uns beißen ich glaube nicht dass wir uns beißen wollte aber du bist so schwer ich kann nicht schneller fahren ja ich bin nach vorne da kommt fleisch der bestimmt fleisch geliefert wo fahren wir hin wir fahren jetzt hoch und sheriff department zum zweiten krankenhaus zwei krankenhäuser drei also police beziehungsweise sheriff departments okay und oben ist auch die stadt oder leider haben wir fahren also jetzt gerade gleich auf der linken seite siehst du das state ein fußballstand fußballstadion nee das state ist da wo die bösen menschen hinkommen wenn die scheiße bauen also der dann eingesperrt was heißt denn hier destiny du bist du stichst mit messer leute ab hä nee sie wurde von ihrem freund wurde von meinem ex-freunden mit einem messer abgestochen aber du hast gerade erzählt dass du den abgestochen hast hä nein oh oh pass auf der sheriff also dein freund hat dich abgestochen genau und warum normalerweise fährt die karre auf der strecke 110 bis 115 ach komm jetzt gib mir nicht die schuld ich kann mich auch nach vorne setzen und dann ja dann fahren wir wahrscheinlich rechts in die leitplanke die kenne ich solche silos die haben wir auch hier das ist der die mühle der mehlverarbeiter ja das weizen drin das sieht schon eher aus wie zu hause hier wird also mehl gemacht ja genau wie mehl gemacht also man kann hier arbeiten ja genau du gehst arbeiten du pflückst erst das weizen dann fährst du hier hin machst daraus mehl und verkaufst das dann beim bäcker und dem die firma verkauft aber du das mehl wie bitte verkauft nicht die firma das mehl man kann selber mehl verkaufen ja genau du verkaufst das mehl du stellst das her und verkaufst es dann und die firma stellt einfach ihre produktionsketten dafür zur verfügung also die firma da das ist ja keine firma das ist ein bauer und der freut sich immer über hilfe ja genau wir verkaufen das und der bauer bekommt pro mehl das der beim bäcker abgibt auch noch mal ein bisschen was deswegen ist es auch so eine krumme zu genau erdbeer fällt oder wie es auch ganz gerne genannt wird tinder fällt genau warum denn hinterher nicht ich weiß es nicht es hieß schon so als ich eingereist bin ob es auf der scherf da pflückt man erdbeeren genau da pflückst du erdbeeren ok und dann ist du die erdbeeren das tinder fällt wahrscheinlich weil man da mit vielen leuten in connection kommt oder was da gehe ich mal von aus wie gesagt es hieß damals schon so und hier findest du meistens menschen am arbeiten zieh mal die hose hoch kann er nicht wohl nicht wahr sein warum hängt er da mit dem nackten arsch auf dem feld ja die frau habt ihr es nicht gesehen die hatte doch eine hose an die hatte eine arbeitshose an oh die scheiben sind dunkel okay warum hatte der eine maske auf ist das staubig auf dem feld natürlich siehst du doch den ganzen staub da wurde ja bis gerade also da ist jetzt gerade noch nicht gewässert manchmal wird er gewässert dann ist es nicht so staubig aber wenn es trocken wird dann ist es staubig ist ja auch warm okay und dann ist deine frau und zwei typen und deshalb heißt er tinder fällt und da trifft man leute und da trifft man leute genau da triffst du eigentlich auch ziemlich häufig die ganzen menschen erdbeerfeld würfelpark beim mail die leute die reden meistens nicht viel beim arbeiten warum ne die arbeiten vor sich hin keine ahnung ich bin so konzentriert da drin natürlich ist das langweilig da muss doch geredet werden na die machen das lieber in ruhe meistens genau manchmal machen leute auch gerne was in ruhe ohne gesappel du redest zu viel hä ja ich weiß genau was du damit meinst ich bin nicht doof und das verletzt meine gefühle nein ich weiß nicht mein herz tut so schon weh also ich bin eine sehr direkte person ne ich sag schon immer meine meine aber was was hast du grad hast du grad gesagt küss mich nein warum sollte ich zu was sagen ja das frage ich mich auch ja hm bitte also du bist ein sehr direkter mensch ja sag halt meine meinung immer zu allem deshalb hat dein freund dich auch bestimmt angestochen das kann sehr gut sein ja bin ich fest von überzeugt aber du bist trotzdem ne ganz liebe na aber vielleicht habe ich vorher auch einer person mir getan äh wo ich gedacht habe sie lässt die finger nicht von meinem mann ah also bist du eifersüchtig ja ich bin das ist dann wahrscheinlich dein destiny mein destiny mein schicksal ja genau hm oh das sieht aus wie zuhause das sieht aus wie zuhause mhm das ist paleto 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 oh motorräder oh 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 so hier rechts ist das krankenhaus von paleto mhm hallo krankenhaus von paleto die sind aber unfreundlich die sind aber unfreundlich mhm dann hier links das ist die tierklinik ah hier kann ich mein pferd hinbringen du hast ein pferd ja den ruhe die aber den hast du zuhause in arizona hast du den nicht zuhause gefahren aber ich kann es dir einliefern lassen eigentlich meinst du das machen die stimmt und das hier ist das sheriff department aha mhm genau da steht jemand hinter da versucht jemand das auto zu klauen das verhindere ich ne ich glaube das ne ich glaube das hihihi Finger weg Finger weg vom auto du da nein Finger weg ich rufe den fern ich glaube nicht dass sie das auto klaut ich glaube nicht dass sie das auto klaut nein ich glaube die hat einen Schlüssel dafür guck mal die hat sogar so ein so ein so ein so ein Ding an ihrem oberteil die arbeitet für das die tierklinik kann ich mir auch basteln na das sieht mir schon ziemlich echt aus sie wollen das auto nicht klauen oder oder ne ich fahrs einfach weil das mein auto ist ach ja können sie das auch beweisen ja mit meiner Dienstausweis ich rufe den sheriff ja rufen sie den sheriff ich habe die nummer nicht er ist noch neu in der stadt egal da gehen sie da hinten durch da stehen gleich vier stück können sie gleich alle fallen ich würde nicht da durchgehen ja durch das große Tor darf man da hin ne darf man nicht ah die wollten mich an so eine Falle locken wir können auch zusammen gehen nö ich bin verheiratet geht weg er ist ein Auto er ist ein Auto klauen und mich dann hier anflirten ne scheiß statt die Tür klemmt destiny macht ihn hallo destiny ist weggerannt ich glaube die hat Durchfall wo kommen wir denn da hin wohin durch das große Tor ja auf dem Hof aber ich will da nicht hin dann ich werde nein warum denn nicht weil ich werde bestimmt verhaftet warum warum sollen sie verhaftet werden sind sie betrunken ne ich bin nicht dann leider sie haben geleiert laufen sie mal auf die Linie hier zeigen sie mal machen sie doch mal vor naja komm mal da kommen die Sheriffs doch u hallo sind sie der Sheriff hier wir sind alle Sheriffs mit dem weißen Oberteil ja ich glaub die junge Dame wollte dieses Auto klauen ich hab sie dabei erwischt ich will ja nicht so persönlich wirken aber wir kennen sie schon was sie sind bei uns im Est die haben ein dickes Bild bei uns an der schwarzen Wand ich äh ach ja sie können mich aber gar nicht kennen ich bin zum ersten Mal hier den hab ich eben erst am Flughafen eingesammelt haben sie irgendwie Geschwister nö ich bin Einzelkind sieht man doch als hätte einer neben mir überlebt wird's komisch warum wir da hinten schon ein Foto von ihnen haben zeigen sie mal egal wir können mitkommen ich war mal Model für Qualle Pferde äh was haben sie gar keine Pferde nö bei uns zuhause haben der Schad der Sheriff ein Pferd äh wie heißen sie wenn ich fragen darf Peanut aber ich hab also wir haben den Namen nicht so genannt keine Ahnung also der sieht mir schon sehr ähnlich ne eben ne aber das bin ich nicht das bin ich nicht ich heiß Peanut 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 genau und Nachname Butter oder wie nö Smalls 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 nix Smalls ne der bin ich nicht aber der ist hübsch der sieht gut aus wird der gesucht doch weiß nicht es steht jetzt nicht Most Wanted aber irgendwie sag mal VIP Liste mit der Beine des Monats ich hatte mal ne Patenschaft vielleicht hängt deshalb hier so ein Bild das kann sein aber ich hab für Schimpansen in Amazonas geschwendet ja gut manchmal wenn wir ja auch Affen gehen durch den Wald fahren sonst nicht boah der sieht mir echt ähnlich oh oh schön dass sie die Quote erfüllen und Panker auch aufnehmen im Sheriff Department weh wir nehmen fast jede noch ach so okay jede Quote ist ne gute Quote dem wär fast die dem wär fast die Ratte von der Schulter gefallen oh wir müssen nicht alle vor die Tür stellen das ist ach ich hab schwere Knochen kann ich wieder raus ja Lisa wartet auf mich wir wissen ja noch nicht ob wir sie jetzt festnehmen müssen oder nicht warum vielleicht ist es auch die wir haben die zuerst gefunden die haben ein Bild da hängen da ist ein Typ der sieht aus wie ich echt jetzt? echt? richtig da steht aber Fat Tony drunner und du heißt nicht Tony nur ich heißt Peanut das ist Erdnuss Erdnuss toll können wir weiter? hier sind komische Leute das sind die Sheriffs unsere Sheriff sind cooler wir haben richtige Hüte Ein paar von denen haben auch Hüte. Und die versuchen, auf Frauen nicht einfach Autos zu klauen. Hat sich ja Beschwerden an ihm. Ach komm, hör auf rumzuzicken. Steig ins Auto ein, sei nett. Was ist denn? Das ist ein Autodieb. Nein, die hat sogar ihre Mediziner-Sachen an. Ja, klar. So was kann ich mir auch bestellen, wenn es mir passen würde. Nee, kannst du nicht. Die kannst du nicht bestellen. Ihr seid doch bestimmt da. Ihr hängt da doch bestimmt mit drin. Wo? Ja, in diesem Autodiebstahlverein. Wir beide? Ja, die fummelt schon wieder da rum. Ja, weil es ihr Auto ist. Ja, dann hätte die aber einen Schlüssel. Hat sie doch. Hatte sie doch. Ich habe keinen gesehen. Sie war eben am Körperraum und hat sich umgezogen. Und hat das Auto dann wieder abgeschlossen. Sie zieht sich auf öffentlicher Straße um vom Sheriff-Departement. Ja. Ja, die hat ja unter so Hemden hast du ja meistens doch so ein T-Shirt drunter. Ja, und sie hat das Hemd einfach über die T-Shirt drüber gezogen. Ich habe nur ein T-Shirt an der drunter. Das ging es. Ja, fahr doch vorbei, meine Fresse. Oder auch nicht. Ich glaube, die verfolgt uns, die Autodieben. Guck mal im Rückspiegel. Jetzt kriegen wir auf die Fresse. Jetzt werden wir gehauen. Ja, aber wieso denn wir? Wir haben mit gehangen, mit gefangen, wiederholen, mit gestohlen. Ihr müsst mir helfen, okay? Was? Ich schubst euch in die Schusslinie und dann renne ich. Ach komm, wir sind doch die Besten. Ihr seid meine zwei bestesten Freundinnen. Das geht aber schnell bei dir. Bei mir geht alles schnell. Ja, wir sind ja auch, was jetzt die Einzelne. Oh Gott. Wir werden verfolgt. Ja, weil du so frech warst. Ich war nicht frech. Doch, du warst frech. Ich wollte nur für Recht und Ordnung sorgen. Ja, aber dafür sind die Sheriffs doch da. Ich hatte auch mal einen Sheriff Stern aus Plastik, aber... Vielleicht sollte man dich mal bei der Polizei hinstellen. Dann kannst du Bewerbung schreiben. Oder zu den Marshals an State. Ich kann da nicht arbeiten. Wieso? Meistens scheitert es bei der Uniformausgabe. Oh. Ich hab gedacht, es scheitert an dem Test, den man vorher machen muss. Nö, ich bin ja belesen. Also ja, ich bin mit ihm vorhin fünf Meter gerannt und nach zwei Metern hat er schon gekäucht. Ach komm, das waren locker 30 Meter. Gar nicht. Das war ein super Sprint von mir. Mhm, zwei Meter. Du bist doch nur sauer, weil ich dich abgezogen hab. Haha, wo denn? Ja, beim Sprint. Mhm. Wir werden immer noch verfolgt. Ah, jetzt hat's abgebunden. Die dumme Hexe. Das ist aber nicht nett. Autodiebeln. Autodiebeln! Meinen die, die hat mich noch gehört? Glaube ich nicht. Verdammt. Hoffe ich nicht. So, was mach ich jetzt mit euch? Ich weiß nicht. Können wir was essen? Ne, Cody's macht erst in... Um neun Uhr auf. Ja, aber vielleicht finden wir was in den Mülltonnen. Ich hab sonst auch noch was dabei. In den Mülltonnen? Ja. Warum I? Es werden andauernd Lebensmittel weggeschmissen. Oh, danke. Oh, das Benehmen hast du auch in Arizona gelernt, ne? Hä? Das hat sich eher so angehört, als hätte der die Hälfte auf dem Sitz gelassen. Kein Wunder, dass er immer so Hunger hat. Damit hab ich ne Orge veranstaltet. Also hier hinten. Alleine. Ich kann mich nie beherrschen. Ne Orge, mit was hast du ihm gegeben? Ich glaub, das war ein Bacon-Cheese. Annen Bacon-Cheese, gell? Oh, oh, oh. Also... Das bedeutet aber, ich muss mehr Essen für dich holen. Ja, ich hab schon wieder Hunger. Und Durst. Ich brauch ne Fanta. Fanta kann ich dir leider nicht anbieten. Scheiße. Oh, hier ist ein Strang. Wie wär's mit nem Wasser? Ich trinke Wasser. Da drin machen Fische Sex. Und in diesem Staat eher tatsächlich die wenigsten. Eigentlich nur die Häftlinge. Die trinken Wasser? Die trinken Wasser. Ja, müssen die auch, wenn die den ganzen Tag in der Prall-Sonne an der Ecke vom Highway schuften, ne? Und Steine kloppen. Na, die Häftlinge müssen keine Steine kloppen. Nicht? Die machen entweder Löffel oder die waschen Wäsche. Wie, die machen Löffel? Ja, die machen Löffel. Löffel? Löffel. Wer macht Löffels? Na, die Häftlinge. Wie, die fliegen zusammen im Bett und machen Löffel? Was? Nein. Nicht Löffelchen. Ach, Erdnuss. Löffel, die Dinger, womit du nicht Suppe zum Beispiel isst. Oh mein Gott, der Sheriff. Ich hab nix. Oh mein Gott. Hilfe. Da war auch wieder so ein komisches Metall-Dinge-Mimmel. Oh mein Gott, Hilfes. Ich bin... Mama. Wir sind aber nicht wegen uns hier. Nein, die sind nicht wegen uns hier. Ich dachte schon. Ich wollte nur warten, bis uns noch jemand... Ob noch jemand entgegenkommt. Aber die können... Die machen Löffel? Ja, die machen Löffel. Die nehmen sich so Blech, schneiden das in so kleinere Stücke und dann formen die da Löffel draus. Bei uns in Arizona müssen die Steine kloppen. Oh, der verdrückt jetzt da mit der Spritzschrat, ne? Oh, ich glaub... Wo ist denn Destiny? Die ist ausgestiegen. Oh oh. Die hat's nicht mehr ausgehalten. Das ist nicht gut. Hast du mitbekommen, wo die ausgestiegen ist? Boah, ich glaub da vorne und links. Und ich hab ihre Nummer noch nicht. Ja, ich auch nicht. Deswegen ist das ja schlimm. Scheiße. Vielleicht auf diesen... Auf dieser langen Straße. Meinst du auf dem Highway? Heißt der so? Da, wo uns die Polizisten entgegengekommen sind. Genau, der Sheriff. Genau, das ist der Highway. Bestimmt irgendwo hier. Aber warum steigt die einfach raus? Oh 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 oh. Pass auf, pass auf! Da kommt ne Kutsche. Das sind Cops. Cops. Genau, Polizisten. Polizisten. Genau. Oh, da ist wieder die Frau. Da, die hat uns verfolgt. Ne, die arbeitet auch hier. Das ist doch das EMS-Links von uns. Ach, stimmt. Hallo, Sie da. Sie sehen es aus, als würden Sie Geld verwalten. Wie bitte? Happy Hanukkah. Hallo? Alles gut, einfach. Ich bin Peanut. Okay. Die sind aber nicht sehr freundlich hier. Bettina ist neu im Staat, der kennt die Leute noch nicht. Der kommt aus Arizona, in seiner Stadt gibt es nur fünf Frauen. Komm her. Hallo? Ich bin neu in der Stadt, aber ich bin vergeben. Okay, okay. Was machst du hier? Ich bin auch neu in der Stadt, warte. Du bist auch neu? Ja. Und? Willst du den amerikanischen Traum leben? Tu ich das nicht? Weiß nicht. Ich bin hergekommen mit der Hoffnung, dass ich einen guten Job kriege und arbeite mich jetzt noch nach oben. Du kannst zum Tinder-Feld arbeiten. Hat die Lisa mir erzählt. Sie könnte her. Hören Sie schlecht? Hallo? Ja, nee, ich höre nur ab und zu ein bisschen schlecht. Ach so. Ach, Sie hören nur manchmal schlecht. Ja. Selten. Sie sagen ja, die Frau links neben Frau oder als was identifizieren sie sich? Frau ist schon richtig. Frau hat mir das Tinder-Feld gezeigt unter Destiny. Da kann man arbeiten. Ja. Daher redet er von EMS-Arbeiten? Oder was man... Ich selber? Nein. Ja. Ja, dann rücken Sie doch mal raus mit der Sprache. Wo ich arbeiten möchte? Ja. Ich will bei der Polizeiarbeit. Ah. Beim Sheriff. Nein, 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 nein. Am PD. Ja, beim Sheriff. Sagst du. Nee, das PD ist nicht bei dem Sheriff. Nein, nein, nein. Nicht im Norden. Hier im Süden. Im Süden heißt das nicht Sheriff, sondern Police Department. Genau. Ich habe mich da beworben. Ich habe da auch ein bisschen Erfahrung. Auch schon. Und dann habe ich den Herrn Schneider getroffen. Das ist ein Ausbilder. Da habe ich kurz gequatscht. Und dann hat er mich mit den wenigen Worten überzeugt, hier wieder als Polizist anzufangen. Ja, habe ich mich beworben. Und jetzt bin ich auf eine Rückfrage bisher. Also waren Sie schon mal Polizist? Ja, ich war schon mal Polizist. Haben Sie schon mal Verbrecher verhaftet? Ja, ja, natürlich. Selbstverständlich. Ich war auch schon undercover unterwegs. Ich musste auch schon in eine Operation gehen. Ich habe gerade eine Autodiebeln gestellt. Wie bitte? Ich habe gerade jemanden dabei gesehen, wie eine junge Dame ein Auto klauen wollte. Das ist nicht so gut, ne? Ich wollte die verhaften, aber Lisa hat es nicht zugelassen. Nein, weil das ihr Auto war. Oh. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Man kann auch sein eigenes Auto klauen. Aber nicht direkt vor dem Sheriff-Department. Ja, das ist jetzt was ganz anderes, ne? Das geht natürlich nicht so. Das geht schwer zumindest nur, ne? Das war eine EMS-Mitarbeiterin mit einem von diesen orangenen EMS-Autos. Also, ach so. Ich glaube nicht, dass der das klauen wollte. Ich glaube schon. Und was machen Sie hier so? Was ist Ihr Traum, hier zu tun? Meins? Na, wir. Guck mal, wer da angerannt kommt. Wo? Ach, da. Sag mal, Destiny, du bist auch bescheuert, ne? Springst aus dem fahrenden Fahrzeug. Für wen hältst du dich? Dann behalt deine Geheimnisse doch für dich. Wollen wir weiter? Wollen wir noch was zu essen für dich holen? Ja, wir gehen noch was zu essen für dich holen. Oh. Ja, du siehst ein bisschen unterhungert aus. Ich hab auch schon wieder Hunger. Dachte ich mir. Na dann, Attacke. Das machen die ganzen Leute nervös. Destiny rennt schon wieder weg. Hm. Ich glaub, die tickt nicht ganz sauber. Ich glaub, die ist verrückt. Mich scheint sie ziemlich normal. Ich geh mal hin. Ich versuch's mal auf Anpirscher-Basis. Geht's dir nicht gut? Was? Was war das? Das war schon wieder der Heli. Ja, ein Heli. Warum stehst du hier und redest nicht mit uns? Ich dachte, wir wären die bestesten Freunde. Weil... Such jetzt keine Ausrede dafür. Boah, wartet noch. Okay, wir warten. Dass sie einfach so prominent rumlaufen. Braucht Justin lieber keine Security? Oh mein Gott, der wurde fast überfahren. Boah, ist ja doch so ein knallharter Typ wie in seinen Musikvideos. Baby, Baby, Baby. Na komm, mach weiter. Ach so, ich weiß nicht weiter. Oh. Boah, ich glaub, ich... Warte, ich hol mir kurz ein Autogramm. Oh. Nein, nicht rennen. Ich glaub nicht, dass der Autogramm verteilt. Oh Mann. Justin! Justin, warte! Komm schon! Warte kurz! Justin! Boah! Oh, mein Gott! Kann ich ein Autogramm, bitte? Bitte, bitte! Oh mein Gott! Klar kannst du ein Autogramm haben, aber warum? Oh, danke! Kannst du hier unterschreiben? Oh, mir schwindelig. Danke. Dankeschön! Ha! Danke, Justin! Ich mag deine Musik! Ich bin aber nicht... Mach weiter so! Hallo! Hallo? Hi! Hi! Ich hab mir ein Autogramm von Justin geholt. Wer ist Justin? Justin Bieber! Hast du ihn gerade gesehen? Ja, der läuft doch da vorne. Hol dir schnell eins! Oh, scheiß Gott! Oh mein Gott! Boah! Oh mein Gott! Kommst du? Ach so! Ihr habt alle so verdunkelte Fensterscheiben! Der muss von vorne reingucken! Oh! Ja! Ich bin's nicht gewöhn, unsere Autos haben keine Scheiben! Und auch kein Luft in den Reifen! Wo ist denn Destiny schon wieder? Weiß es nicht! Oh, ich bin am schwitzen! Der hat mir aber ein Autogramm gegeben! Hat der dir ein Autogramm? Ja, na klar! Auf mein Zettelchen! Oh! Oh, mir ist schwindelig! Ich hab auch meine Tüte nicht dabei! Du bist gerannt, ne? Ja, ich musste meine Tüte atmen! Warum machst du denn sowas? Ist ganz schlimm! Tut mir leid, die Dame, mir ging's gerade eben nicht so gut! Jo! Alles gut! Ich muss mir ganz kurz ausrufen, da was er klingt! Hatten Sie Kopfschmerzen, zufälligerweise? Wie bitte? Hatten Sie Kopfschmerzen? Ja, ich hatte gerade... Nein, mir ging's dann einfach... Mir war gerade ein bisschen schlecht und dann... Okay, immer mit der Ruhe! Wie heißen Sie denn? Ich bin der Herr Mertens, Markus... Herr Mertens... Markus? Markus, können Sie mich auch nennen, wenn Sie wollen! Hallo, Herr Markus! Hallo! Ich bin Peanut und meine Fahrerin ist meine Freundin, meine allerbesteste, Lisa! Von der Autowerkstatt! Womit wir vielleicht reden wollen? Können Sie vielleicht rechts ran fahren? Also ich steh ungern auf der Straße... Ich wollte gerade sagen, ich fahre mal ran! Dankeschön! Der ist freundlich! In der Broschüre stand, dass hier nur Assis unterwegs sind, die kicken! Echt? In meiner Broschüre von Los Santos stand, hier ist sehr viel Kriminalität und hier sind Assis, die kicken, auch! Haben Sie gesagt, ich bin nett, oder was? Sie sind sehr nett, Herr Markus! Ja, deswegen werde ich auch Polizist! Ja! Deswegen, ähm, als ich ganz, ganz früher vor, ich weiß, vor, ich glaub, an die zwölf Jahre angefangen hab, zum Polizist zu werden... Ja, zwölf Jahre... Wie war mit zwölf schon Polizist? Nein, 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 ich wurde dann mit 18, hab ich dann mich vorab zum Polizeianwärter... Mit zwölf hatte ich so lange Haare, dass Mama mich bei einem Mediencontest angemeldet hat, Schönheitswettbewerb. Aber ich wurde 17. Du hast wahrscheinlich die größte Oberweite, oder? Ja, eben! Ach, die haben mich alle beworfen mit Tomaten. Einer hat sogar Popcorn geworfen. Ach, das ist aber nicht so nett gewesen, ne? Würde man echt nicht machen müssen. Ja, lieber Tomaten, wie Kartoffeln. Ich mag Kartoffeln. Ja, aber das hätte doch wehgetan. Kartoffeln sind gute Früchte, die sind gesund. Ja, mit Kartoffelbrei hätte ich noch verstanden, aber Kartoffeln, das tut doch weh. Poi, poi! Also jetzt hab ich Hunger. Ich auch. Wissen Sie, ne? Also damals, als ich... Also wenn Sie es hören wollen, überhaupt, ne? Wenn nicht, erzähl ich das gar nicht. Ach, erzählen Sie ruhig. Ja, okay. Also ich war dann damals, da bin ich 18 beworben. Mhm. Als Polizeianwärter. Hab dann ein Studium gemacht, zum Polizeikommissar. Mhm. Wurde dann vier Jahre danach für meine Dienste ausgezeichnet. Mit einem Communication Matter. Ähm, dass ich so gute Bürgernähe habe und sonstige gute Kommunikation habe, ne? Dann bin ich geflogen nach einer Weile. Das war vor zwei Jahren dann. Hab ich mal ab und zu Zwischenjobs angenommen, war ich auch mal in Los Angeles drüben. Hab da auch kurz... Ach, Loch Acheles kenn ich auch, aber nur Hollywood-Film. Ja, das ist nicht so sauber und cool, wie man glaubt. Da sind viele Drogen unterwegs und viele nette Menschen, aber auch viele böse, ne? Und da drüben, da war ich dann auch als Polizist und da war ich auch sehr beliebt. Da wurde ich zum Beispiel auch sehr oft angerufen von Leuten, wenn ich auf bin, ob ich nicht zu ihnen kommen könnte und bitte den Fall übernehmen könnte, ne? Und gerade deswegen, weil ich so gut war, bin ich dann irgendwann später eine Leitung einer Einheit. Und das lag mir dann irgendwie dann nicht mehr, dann bin ich auch rausgereist nach einer Weile. Ausgereist. Ich bin dann doch ein bisschen zu viel. Weil wenn man immer verlangt wird, immer angerufen wird, das macht man einfach nicht. Und Sie waren undercover als Polizist tätig? Ja, ja, auch. Auch. Ja, und dann truhe ich genau so ein Outfit hier. Dann bin ich so rumgelaufen. Das ist ja absolut nichts für mich. Ich bin nicht gut im Verstecken. Ach, das können Sie auch bestimmt, ne? Die Kinder haben mich damals auch immer gefunden. Ach, das ist doch nicht so schlimm, ne? Dann bräuchten Sie einfach nur eine Schulung für so ein bis zwei Wochen. Können Sie das bestimmt besser als ich. Ja. Vergiss den Fitnesstest nicht. Oh. Ja, im Sport hatte ich immer eine gute Note. Na, schauen Sie mal, ne? Denken Sie daran, bei der Pilzzeit gibt es einen Fitnesstest am Anfang und danach nicht mehr. Aber muss man nur einmal Fitness machen? Nur einmal? Ja. Also ich kann LKW-Reifen werfen. Ja, LKW-Reifen, das geht gut auch. Das ist bestimmt kein Problem. Ach, okay. Aber die LKW-Reifen hier im Stadt sind gar nicht so groß. Ja, das weiß ich. Das haben Sie schon mal gesagt. Danke schön. Und ich hoffe sehr, dass die Polizeimann Polizisten scharf werden, um mich zu beschützen. Ja, das wäre wirklich auch sehr freundlich. Also Bewerbungsgespräch hatte ich. Da war ich aber leider ein bisschen sehr nervös und hab da ein bisschen falsch kommuniziert. Die Frage ist halt, ob die mich dann trotzdem nehmen. Da wirft jemand. Mit Laternen. Da hat jemand eine Laterne geworfen. Oh. Ja, hoffentlich nicht auf uns, ne? Boah, tut mir leid, ich schwitze an den Stimm. Ich muss Krockenpusten. Will. Brauchen Sie vielleicht Wasser? Ach nee, ich trinke kein Wasser. Ich hätte auch, ich hätte auch, ich glaube, eine Sprite im Auto. Oh, eine Sprite wäre gut. Müssen wir aber kurz hin zum LKW. Oh, ich muss mich hinsetzen. Ich hab ganz schlimmen Rhythmus grad. Aber haben Sie, äh, irgendwie... Ich hab Kula dabei, ja. Haben Sie Schmerzen in der Brust? Ich hab keine Schmerzen. Aber ich spüre schon seit drei Wochen meine Beine nicht mehr. Das ist aber nicht gesund. Das ist nicht gut, ne? Aha, das geht schon. Wollen Sie vielleicht nicht ins Haus mehr rüber, ne? Ich muss grad sagen. Ach, mir ist das nicht nötig. Da können wir sie, also wissen Sie, wenn die Beine sie nicht spüren, ne? Das ist wichtig, weil, ähm, das Blut muss ja zirkulieren. Das heißt, immer, immer wieder im Kreislauf, ne? Uh, keinem. Und den, was? Oh Gott, oh Gott. Radio Moderator. Ja, und wenn jetzt, wenn Sie die Beine nicht mehr spüren, heißt es entweder, dass Ihre Beine nicht durchblutet sind und das ist nicht so gut. Dann könntest du das echt, äh, irgendwann, ne? Besser Bein dran als Bein ab. Meine Beine auch schon seit drei Jahren nicht mehr, da ist auch nichts passiert. Trotzdem tragen sie die Beine, ne? Ja. Können sie ja nicht rumfahren, nicht rumlaufen. Solange ich laufen kann, ist alles gut. Ja, ich würde ihm empfehlen, gehen sie auf seinen Lieberstuhl. Warum, der hat kein Respekt, ne? Wer? Der schreit da drüben so rum. Ja, so. Das ist Büchse. Was? Büchse. Büchse? Bist du dir sicher, Lisa? Nö. Was? Das ist schon wunderschön. Wo ist Büchse? Zumindest hat er sich angehört wie Büchse. Angehört wie Büchse? Wie kann er denn Büchse rein? Oh Gott. Ich will jetzt nicht rein. Sie sind sehr stark am Riechen, können Sie bitte sich waschen gehen? Ich glaube, das bist du. Oh. Ne, nur Eiterschweiß riecht. Moin. Hallo. Was ist los? Wollt ihr ein paar eine Fresse? Okay. Weil ich bin gerade gerannt, ich kann nicht. Das ist wirklich ungünstig. Ich kann nicht. Danke fürs Fahren. Kein Problem. Kein Problem. Gerne. Achso, der meint euch. Ich dachte, der meint uns. Ne, wir waren voll konkret cool und so. Und nett. Ja, das müssen wir ihm noch beibringen. Dann habe ich gerade am Flughafen eingesammelt. Ich musste zwei Tickets kaufen, damit ich zwei Plätze habe und zwei Mahlzeiten kriege im Flugzeug. Das ist lieb. Ja. Und der muss sich im Auto in die Mitte sitzen, damit das Auto nicht hat. Außerdem musste die Seidenkonsole rausgenommen werden, damit ich Platz nehmen kann, der Herr. Ja, kann ich verstehen. Boah, mir ist immer noch schön, nenne ich. Das ist mein Freund Markus. Hallo. Und meine besteste Freundin Lisa. Ich bin Büchse. Ah, Büchse. Und das ist Tyler. Tyler. Hey. Ich bin Büchse und Tyler. Ja, hübsche Fahrräder habt ihr. Das sind Motorräder, aber ja, danke. Ah, Motorräder. Achso. Ja, die waren so leise, ich dachte, das wären Fahrräder. Kommt, der Hund gerade eben her. Hat das auch gehört? Wo ist denn? Da vorne läuft einer. Darf man den essen? Nein. Nee, aber der muss ruhig herkommen. Oder Coco. Tennessee. Tennessee. Das könnte auch Coco sein. Das ist ja ein Hund, der jetzt echt... Oh Gott, das ist jetzt los. Ich habe nichts geklaut, ich weiß nicht. Da schon wieder dieses fliegende... Wie ein Drohnen. Ich brauche diesmal auch nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, der Hund. Oh Gott, mein Gott, bitte. Boah, ich mache mal ein bisschen Fitness. Also, wenn es Ihnen nicht gut geht und schwindelig ist, dann legen Sie sich bitte auf den Rücken. Dann machen Sie Beine nach oben. Da läuft jemand über den Highway. Markus geht schon, Dankeschön. Nicht, dass Sie jetzt umfallen, das wäre jetzt echt nicht gut. Das wirst du schon mitgehen, wenn ich umfalle. Ich glaube, wir wollen den einsammeln. Dann step the bear. Ja, aber das wollen wir ja nicht, ne? Das wäre... Step nach links. Step nach rechts. Ich sage mal so, auch late. Weil da ist doch nichts. Die kriegen den nicht. Oh, ich fände es so schön, wenn der Hund die Zeit kommt, Bruder. Das Dumme ist nur, dass der einen Helikopter über ihn drüber hat. Kann es sein, dass der Scherf der Stadt dumm hilft? Ja, aber guck mal, da vorne ist eine Baustelle. Der kommt da easy weg. Also, wenn jetzt... Oh Gott. Wenn jetzt der Helikopter, ne? Einfach so tief liegt, dann könnt ihr den gleich reinziehen, ne? Oh. Der versaut mir meine Frisur. Der Helikopter? Ja. Warum das denn? Ich glaube, dafür ist der zu weit weg. Weil er hier so nah drüber wohnt. Drüber, 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 drüber fliegt. So ein drüber, drüber, drüber. Ja, kenne ich. Da kommt Destiny. Hallo. Hallo, Destiny. Na? Schneckchen? Warst du auf dem Bottich? Okay, dann nicht. War ein guter Hüftchen. Aber das ist, weil du immer so unhöflich bist. Deswegen mag die nicht mehr mit dir reden. Aber ich bin auch direkt. Ja, aber das ist doch einfach nur ein Ding der Höflichkeit, ne? Das sind so Dinge, die man einfach nicht fragt. Wie sagt man das höflich? Ja. Wo warst du denn? Wie geht's dir denn? Wo warst du denn? Wie geht's dir denn? Da rennt ja schon wieder einer über die Straße. Ja, die sind absolut lebensmöde hier. Als würden die alle ihr Leben nicht schützen. Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte gerne ein Zebra streifen. Die sind total verrückt hier. Guck mal, der macht, wie nennt man das nochmal in den Dokument? Jaywalking, ne? Guck, der läuft einfach über die Straße. Gleich kommt ein 40 Tonner auf der Platz. Duckt sich schon. Guck mal. Versicherungst du. Absolut verrückt. Also ich hätte hier gerne ein Zebra streifen. Ja, wir wollten, ich wollte mal zu diesem Park. Was für ein Park? Ja, wir wollten dir noch was zu futtern holen. Und dann wollen wir was essen gehen. Wir können Markus mitnehmen. Der sieht nicht so aus, als hätte er Freunde. Boah, das ist aber nicht so nett gewesen. Ja, boah, war das jetzt auch schon wieder zu böse? Das war auch zu böse. Der sieht nicht so aus, als hätte der gesellschaftliche, ähm... Nein, das ist immer noch nicht besser. Egal, was du jetzt sagst, das ist nicht besser. Du siehst aus, als wärst du Gold wert und die anderen würden deinen Charakter nicht schätzen. Also, ne? Wenn du so direkt gefragt hast, doch. Ja, ich hab Freunde, ne? Die kleiden sich auch ähnlich. Ich bin dein Freund, Markus. Ja, siehst du, ich hab dich. Ich hab Lisa und... Du hast die Büchse, du hast Destiny, du hast Lisa... Ich hab die Büchse, ist auch mein Freund, ja. Tyler, der rastet einmal aus, wenn du Videogames spielst. Bitte? Ich bin ja nicht alleine hier und ich bin mit allen hier. Und ich bin Büchse. Ja. Und ich hab Büchse, ne? Die Büchse beschützt sich bestimmt alle. Nö. Das ist nicht gut. Warum? Ja, deine Hand ist schon schwarz. Das ist ein Tattoo. Ah. Boah, Tattoos. Ich hab immer Angst gehabt vor den Nadeln. Das ist nochmal. Hast du Radio? Hast du ein Radio dabei? Stand so. Aha. Da, ja, aha. Destiny, geht's dir gut? Okay. Das kenn ich aus dem Film Transformers. Ich glaub, dir geht's okay. Das ist gerade noch ein bisschen... Das kenn ich aus dem Transformers-Film. Gleich macht er... Wo, man nennt's das Nautau? Ja, ja. Der alte gute Schein-LaBeouf. Ich mag den. Ich hab Poster von dem. Der Kind. Zu Hause. Da vorne läuft schon wieder der Hund. Wo? Oh, wo ist der? Rechts bei dem Orangen schon am Auto. Oh, den Ding könnten wir auch mitnehmen. Destiny? Wollten wir dich gleich... Ah, hallo, schön, dass du mit uns redest. Hola. Pablo Español. Du sprechst in unserer Sprache. Und schon wieder hat sie aufgehört zu reden. Die macht sie nervös, Leute. Ich glaub... Die ist Bauch. Die ist Bauch. Die ist Bauch. Die habe ich auch eben mit ihm am Flughafen eingesammelt. Destiny? Die ist halt grüßen. Oh mein... Chris hat erstens mal eine... Hallo, Tastin. Hallo. Also. Okay. Die mag wohl meine Büchsenumarmung nicht. Ich glaub, ja, das liegt an deinem Körpergeruch. Das ist einfach nur die pure Männlichkeit, die da rausströmt. Ja, das ist Testosteron. Bis jetzt hat jeder mag meine Büchsenumarmung. Ich glaub, ich wär zufrieden. Ich glaub, du hast nun wohl die Persönlichkeitsstörung. Obwohl er sich das aussprechen konnte, ne? Ich bin doch sehr stolz auf die Musik. 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 Das ist gerade... Das hab ich mal irgendwo gehört. Bei diesen komischen Krimi-Serien im Fernsehen. Hier, wo die die Leichen zeigen. Wo die das auflösen. Criminal Minds und... Criminal Minds. Wie heißt die Serie? Criminal Minds. Tatort-Reiniger. Ach so. Tatort-Reiniger? Ja. Ich reinige auch mal meine Tatort. Du solltest mal anfangen, mich selber zu reinigen, Büchse. Warum? Ja. Für den heiligen Bullen. Ich bin wunderschön, so wie ich bin. Wie kannst du trinken und reden? Zeig mir deine Gabe. Ich bin Bauch in, aber so. Du bist ja absolut der Wahnsinn. Danke. Das meinten die in der Broschüre, also mit Kicker. Er ist zum Urlaub, ihr hat ne... Ach du heilige Scheiße. Meine Bitte. Gesundheit. Da haben wir ein Kotze von der Nase. Gesundheit. Muss ja auch passen, dass du von dem Rückstoß nicht hinten runterfliegst. Können wir mal zu diesem Park? Welchen Park? Ich glaube, er meint den Würfelpark. Okay. Wo ist das da runter? Ja, der Hund, nein. Das ist der Weg. Wir gehen dir was zu Futter holen und dann fahren wir zum Würfelpark. Ich habe wieder was zu Futter haben? Ja, ich habe nichts mehr dabei. Okay, bitte. Ich hätte, glaube ich, noch Bagger, ne? Ich weiß nicht, ob da einer reicht. Gibt es nicht unten am Würfelpark was zu essen? Da gibt es auf jeden Fall 24-7. Ich habe noch einen Taco-Van voll mit CK-Sachen. Aber ich will die alte, ich will die alte Double nicht, wenn wir was Früsches. Ja, der macht tatsächlich auch in 10 Minuten auf. Oh ja. Und jetzt haben wir 10 Minuten. Hey, ho. Hey. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ich will nicht freig sein, Büchse, aber gleich klar. Warum? Ja, ich will mit deiner Musik. Oh mein Gott. Oh, du Scheiße. Scheiße. Das war wohl ein Heli. Oh nein. War das ein Zubra? Du solltest vielleicht nicht auf die Straße gehen. Warum? Ich kann mich nicht übersehen. Doch, kann man, wenn du dich so bückst. Oh, Sam, ist das nicht gut für nur... Ich kann nicht aufstehen, kann mir mithelfen? Ich helfe dir, komm her. Ja. Und... Aber doch, mit dir! Dankeschön, Büchse. Kurze Frage, was... Gebt man da der Polizei Bescheid, dass die Heli-Piloten mal wieder, keine Ahnung, aufs Handy geschaut haben? Da hast du ein Ding vom Himmel gestürzt? Nee, das Ding ist aber wieder gegen den Kran geflogen. Auf jeden Fall sollten wir eine Schweigesekunde für den Heli-Piloten machen. Ist der tot? Naja, also... Aber wir müssen doch... Ich lese in die Luft gegangen, also... Vielleicht ist der aber vorher auf das Schlag runtergesprochen. Aber wir müssen doch helfen, dass es doch unterlassene Hilfe leistet. Ja, hast du gesehen, woher jetzt ist? Also, Peanut, wir könnten ja in EMS rufen und fragen, ob die den von der Straße aufkratzen. Okay, soll ich anrufen? Ja, mach. Die Pillen-Box oder... Pillen-Box, ne? Ja, Pillen-Box. Ja, Pillen-Box ist das, wo wir direkt nebenstehen. Also, ihr wollt jetzt runter in den Würfel-Park, richtig? Halt doch mal deinen Mund, bitte. Ich würde... Irgendwas anders spreche mit Murphy. Ähm... Ähm... Hier... Da ist ein... Helikopter... Und der ist abgestützt... Justiz-Gebäude. Just... Haben sie Justiz-Gebäude? Und ich glaub, da liegen verletzte Menschen. Am Justiz-Gebäude? Ja, Am Justiz... Da ist ein Helikopter... Hat geknallt. Äh... Denk mal drüber nach. Der Helikopter ist von Steuergeldern bezahlt worden. Bitte, was sagen Sie? Ich schick jemanden... Wir können uns ja einfach holen, weil wir den bezahlt haben. Da ist übrigens mein erster Anruf. Und ich glaub, der fliegt nicht mehr. Egal, den Schlüssel kurz. Der wird nicht mehr fliegen. Er ist in die Luft gegangen. Das ist dann eine andere Sache. Der Mann an dem anderen Handy hat gesagt, ist mir egal. Was? Was? Nein, der hat gesagt, ich schick jemanden. Veräppelt. Und ihr glaubt das auch noch. Bildung, Stand, Hauptschule. Ach, er hat Lust. Sag mal, ich glaub, du wärst doch ehrlich. Ich wollt nur einmal flunkern. Und wie hat sich das angefühlt? Scheiße. Sag ich mir. Ich will dich sagen, es wird nicht alle meine Freunde von Ihnen. Ich hoffe nicht. Das ist wirklich nicht nett. So was macht man nicht. Entschuldigung. Sag ich mir. Angenommen. Ich bin jetzt echt gespannt, was die da machen werden. Die werden jetzt die Leute suchen, hoffen, dass die, bevor der Heli in die Luft gegangen ist, aufs Dach gesprungen sind. Ich glaub nicht. Ich frag mich sehr, welcher Pilot das war da dagegen? So ne frische Kuhhaut her, wie du an hast. Ich glaub, die gibt's nicht in deiner Größe. Die gibt's auch in dem Laden, wo wir eben waren. Und wenn wir die nicht... Man kann doch zwei zusammenbinden. Also, wenn du... Das Ding ist... Das ist eine Biker-Kutte. Ja, ich hab ne Fahrrad, aber ein Arizona. Ja gut, bräuchte es aber ein Motorrad. Ja, so. Ne, ich hab... Ich hab kein Geld. Na, dann wird's schwierig. Was soll ein Motorrad ist, weil man ihm dann holen, dass sie ihn hält? Es gibt doch ein Dreirad auch. Genau. Wie wär's mit einem Trecker? Ne, letztens, da hab ich... Das passt nicht unbedingt. Weißt du, ich darf nicht frech sein, aber du darfst mich beleidigen. Da hat er ja mal einen Punkt. Da hat er einen Punkt. Muss man ihm lassen. Mein ganzes Leben werde ich auf mein Körpergewicht reduziert, obwohl ich ihn ganz lieber nicht Komm, du kriegst erst mal einen Büchseumarmung. Ne, da sterb ich lieber. Was ist denn hier los? Büchse, komm, Bruder. Das war nur Spaß. Umarm mich. Ja. Gib deinem Freund ein bisschen Liebe. Ja, siehst du hier wieder. Also, wo wollt ihr jetzt hin? Na, zur CK wäre ich jetzt gefahren. Ich fall vom Fleisch. Das sieht man. Also, jetzt ist hier grad... Oh, ich glaub, da kommen sie grad an. CK. Dann, Attacke. Viel Spaß euch. Ich werde noch mal eben nach einer Aspirin gucken. Ja. Mach mal dein Dardio, du Knallkopf. Ich bin irgendwie... Irgendwie fühle ich mich ein bisschen schizophren. Was? Wieso? Sicher? Ja, ich brauch Medikamente. Ich brauch ganz starke Medikamente. Die Pillenbox. Ich will. Ich will, soll nicht unterwegs sein. Madonna. Alles okay? Weil, wir haben öfters vorhin mit dir gesprochen und du hast ja auch nicht geantwortet. Ja, ich... Ist ja weggegangen. Ich bin grad... Ich bin grad ein bisschen... Ich sag doch, sie ist nervös. Ja, ich bin nervös. Büchse, ich glaub, du brauchst ein bisschen Liebe. Komm her, kriegst deine Büchseumarmung. Guck mal, diesmal läuft's auch nicht weg. Das ist die andere Persönlichkeit. Das ist die nicht... Scheu-Persönlichkeit. Destiny, sollen wir nur mal tauschen? Gleich, ich bin... Du hast... Ich glaub, Büchse hat's so geschafft, dass sie jetzt wieder zurück ist, ne? Oh mein Gott. Schüchterne. Die ist aber schnell für ihre Oberschenkel. Naja, also... Kann möglich sein. Und ihr fahrt den ganzen Tag mit euren Fahrradern, warum? Wie meinst du das jetzt mit den Oberschenkeln? Was? Wie meinst du das jetzt mit den Oberschenkeln? Nur weil sie kleine Oberschenkel hat, da kann sie nicht schnell sein oder wie? Oh, das ist süß. Du solltest mal meine Frau sehen. Du hast ne Frau? Ja, er hat ne Frau. Ja, na klar hab ich ne Frau. Wie heißt sie denn? Twinkie. Twinkie? Wie die Süßigkeit? Kennt ihr eine Twinkie? Die soll schon hier sein. Die muss hier irgendwo rumrennen. Hast du vielleicht ne Nummer von ihr? Ne. Woher denn? Ich hab mein Handy getauscht gegen Hot Dogs. Aber ich hab nur... Wie viele Hot Dogs waren das? Drei. Ich hatte Hunger. Das ist ein guter Tausch. Und wie gut waren sie auf einer Skala von 1 bis 10? Kennt ihr das, wenn ihr so Baseballspiele gucken geht mit schalendes Bier und kalten Hot Dogs? So haben die geschmeckt, aber... Oh. Passt. Ist gut. Ist amerikanischo Essen. Ja. Ich mag... Kannst lecker sein, bestimmt. Und ich seh das so aus, als hätte ich Ahnung vom Essen, oder? Ja. Das auf jeden Fall, ja. Siehst du aus, als könntest du in ein Barbecue-Restaurant anschauen. Ich war mal Yelp-Kritiker. Oh. Ist sie jetzt nicht mehr? Ne, ich wurde gefeuert. Warum? Weil ich hab meinen Status ausgenutzt. Und? Oh nein. Für Free Essen? Ja, genau. Ich hab gesagt, entweder bringst du mir noch ne Palette, oder ich geb dir neun Sternenbewertung. Dann haben sie mich rausgeschmissen. Die Chinesen. Tragisch. Absolut, traurig. Ich weiß gar nicht, wann macht ein CKs auf. Um neun. In vier Minuten. Also noch vier Minuten warten. Schade. Ich weiß nicht, dass er das ist um die Schlange. Also sag mal, warum ist hier ständig so ganz viel Blinke-Dicht? Und das ist echt... Weil wir direkt vorm EMS stehen. Und wir stehen direkt vor dem EMS. Ich geh mir einen Snack-Besong. Ich komm sofort wieder. Wenn du... Da gibt's doch bestimmt einen Automaten. Im EMS gibt's einen Snack-Automaten, ne? Ja, dachte ich mir schon fast. Hat jemand Kleingeld? Oh Gott. Du kannst doch auch mit Karte zahlen. Oh. Okay, ich hoffe, ich weiß, wie das funktioniert. Du machst das schon. Ich hoffe, du schaffst... Kommt ein Auto? Ich hoffe, du schaffst über die Straße. Es macht so Bock, Alter. Leck mich im Arsch. Die Welt hab ich noch nie... Ich muss jetzt den Wolf-Changer anlassen. Aber die Welt hab ich noch nie mit Curtis entdeckt. Ich wusste nicht mal, dass hier sowas abgeht, Alter. Ganz nach dem Park hängen wie so ein Idiot. Ich mach jetzt Freunde. Ich bin Big Peanut. Das tut deinem Herzen nicht gut. Doch, doch, das geht noch. Ist noch jung. Sag mal, du hübsches Ding, du isst drin ein Snack-Automat? Big Peanut hat Hunger. Da bin ich echt überfragt. Ich bin doch nicht allzu lange hier und das ist heute mein erster Tag hier im Krankenhaus. Sprich zu der Hand, denn das Gesicht hört dir nicht zu. Lutscher. Da hat gerade einen Lutscher gesagt. Entschuldigung, die Damen, könnte ich da mal bitte hin? Ich bin zum Snack-Automat. Ich hab Hunger. Ja, gut wahrs. Murphy? Äh, wunderschönen guten Abend, der Herr. Für dich kurz ne Info. Ja, komm mich mal kurz in Ruhe. Ja, alles gut. Ich bin Lutscher. Ich wollte nur mal eben ganz kurz was fragen. Ja. Ähm, sind Sie zufällig der Herr Smalls? Alter, müssen die Leute halt Schuhe wechseln. Ich heiße Peanut Smalls, richtig. Richtig? Ja. Oh, das ist interessant. Das ist natürlich sehr cool. Ja, jetzt, Carlo, warte mal kurz. Ja, aber Mensch. Gibt's hier keinen Lutscher? Äh, Lutscher geht nicht. Gibt's da, glaub ich, eher nicht, nee. Ja, nur Gummibärchen und Kaugummi. Boah, was begleiten hier ordentlich rein? Donuts. Sind Sie Kühnchen. Äh, haben Sie Ihre Frau erreicht? Nee, die suche ich. Die suchen Sie? Ja, die waren nämlich bei uns und hat sich bei uns gemeldet und in der Vermisstenanzeige aufgegeben. Oh. Ja, aber Essen ist grad wichtiger, Moment. Ja, ja, klar. Ich, äh, Sie haben kein Telefon, kann das sein? Ich hab, ich hab ein Telefon, ich hab, ähm, nen Vertrag gemacht. Okay. Aber die Nummer von Ihrer Frau haben Sie nicht? Nö. Moment. Okay. Sie Kühnchen. Alles klar. Hallo, Jonathan Doyle vom PD hier. Die scheiß Weiber, ne, Bruder? Ähm, ich hab ganz gute Nachrichten, ich hab hier einen Mann, äh, angetroffen, zufälligerweise im EMS. Ja. Lustig, ne? Im EMS. Im Krankenhaus in der Stadt. Sagt der ja nicht, dass ich am Snackautomat war. Ja, genau. Ich weiß nicht, der sucht was zu essen, ist ja ein, äh, an nem Snackautomat. Der sucht was zu essen? Äh, künstliches Koma. Ich bin auf Beute, ja. Okay. Direkt in die Scheiße reingeritten. Äh, das nicht wirklich. Aber wenn Sie hier vorbeikommen, ich muss leider halt los, das war jetzt gerade nebenbei, dass ich ihn gesehen habe und dachte, hm, das könnte auch jetzt sein. Äh, um Tatsache. Nein. Wo ist die Alte? Äh, ja, das kann ich Ihnen erklären. Ich hab was viel, viel Westeres für dich. Aber dann kommen wir kurz beiseite. Jo. Alles klar, dann machen wir das. Super. Ja, kein Thema, alles gut. Dann einen schönen Abend. Ah. Jo. Boah, das geht mir gut rein. Wo ist das denn, Alter? Wo ist das denn, Alter? Ja, bitte. Hi. Mr. Sheriff. Was geht denn? Na? Äh, nee, Herr Officer tatsächlich sogar. Hi. Officer? Oh. Warum fassen Sie mich an? Äh? Äh, nee, ich möchte Sie jetzt nicht unbedingt anfassen. Das ist nicht, dass es danach noch Probleme gibt. Wenn du meinen Bauch streich, jetzt hast du Glück. Nicht-Treten. Ja. Für wie beim Buddha. Ihre Frau sucht Sie. Ja. Und Sie haben wahrscheinlich auch, äh, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, ein bisschen Hunger, oder? Ja, deshalb hab ich mir ein paar Snacks gezogen. Ja, dann hab ich eine gute Idee, äh, eine gute, ja, eine gute Information für Sie. Die wartet, äh, am Fastfoodladen unten in der Southside. Wie geht's dir sonst so? Ja, da gibt's richtig, richtig gutes Essen. Ich muss weg. Das beste Essen. Aus dem Weg. Aus dem Weg, du Gerippe. Hi. Aus dem Weg. Lisa. Lisa. Wie eine Nummer eins. Meine Frau ist in, im Southside, Fastfoodladen. Da muss ich hin. Schnell, bitte. Ja, da wollten wir jetzt sogar hin. Ja, komm. Ja, dann Attacke. Attacke. Markus, kommst du mit? Ja, gerne. Dann komm. Wo willst du jetzt? Du musst halt vorne sitzen, aber auch die beiden Plätze hinten. Ach so. Oh, okay. So, tschüss, ihr beiden anderen. Tschüss. Büchse. Tschüss, Büchse. Tschüss, Tyler. Ihr seid meine Freunde. Ciao, ciao. Ja. Kann mir die Nummern tauschen, falls ich auch mal Fahrt hab. Können wir machen. Was ist das überhaupt? Okay. Bist du soweit? Ich weiß nicht, wo meine SIM-Karte ist. Das ist ja, was du schaffst. Das könnte ich mir nicht leisten. Neue Kontakt. Büchse? Ja. Wie wirst du bestabiert? B-Ü-C-H-S-E. Okay. Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Eins, sieben. Also fünf, fünf, fünf. Das war 20.000, glaube ich. Das schmeißt auf dem Display. Fünf, 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 eins, sieben. Fünf, 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 eins, sieben. Okay. Dann, oder Tyler, bitte. Komm, ich mach mal. Das ist zu englischem. Komm, ich mach mal. Komm, ich mach mal. Komm, ich mach mal. Okay. Leg doch mal runter ins Auto. Viva la Mexico! Schmitte legen. Oh, was? In die Mitte setzen. Tschüss, Büchse. Tschüss, Tyler. Okay, hab ich. Tschüss wieder. Eins, zwei. Ich hab mir Sachen geholt. Schoko-Donuts und Streuze-Donuts. Damit du, ne, feller bist? Damit ich nicht umkippe und zu wilden Diva werde. Was hast du gesagt? Southside in dem... Ja, das hat der Sheriff mir gesagt. Meine Frau hat mich gesucht. Als Sheriff hat's dir gesagt. Gerade am Snackautomat. Woher hat der Sheriff... Ah, ist ja interessant. Meine Frau war bei der Polizei. Oh. Die war beim Sheriff. Die hat ein Vermisst-Anzeige gemacht. Oh, hier bin ich ein Lucky. Placker. Das ist noch nicht so gut. Oh. Das sind alle so dünn. Das sind einfach nur... Wir sind halt nicht gutes Essen zu schätzen. Oder machen Sport. Oh, das sieht interessant aus. So. Ist der Land gut? Ja. Dann gehen wir mal gucken. Wie viele Halbsterne hat der? Ich war doch schon selber. Ich war doch schon selber. Bestimmt alle. Jetzt haben wir gar nicht die Nummer von Destiny. Bestimmt, ja. Ja, die war aber auch auf einmal so schnell weg. Nichts blöd. Mein Herz macht nicht mehr lange mit. Ich glaube, ich hab deine Frau gefunden. Oh. Ist sie das? Oh, guckst du dir an, ist das nicht ne Göttin? Na klar ist die das. Das ist meine Göttin. Das ist meine Penelope Cruz. Ja, lass mich kurz Pause machen. Richtig stützen. Na ja, willst du den Bruch holen? Ach so. Das ist mein Augapfel. Die riech ich bis hierhin. Riecht sie gut? Das freut mich. Die riecht immer nach Lutschau und Bonbons. Schöner Geruch. Kommt. Ach komm. Jetzt gehen wir noch nicht paar Meter rein. Ich war dann in den Speck. Genau. Warte, ich überrasch dich. Ich tanke sie von hinten an. Jetzt nochmal ganz kurz, ne? Dann weiß ich genau, dass ich etwa. Oh, mein Schwager ist auch da. Warte, die Haare neu kämmen. Kannst du meine Haare richten? Warte, warte. Warte, ist das da drinnen, deine Frau? Ja, na klar. Warte, der richtet meine Haare, der Markus. Ah, okay. Okay, so perfekt. Jetzt können wir rein. Showtime. Oh, Showtime. Du kannst dir drehen, ich bin Pinot. Ne, einen doppelten Cheeseburger. Ne, einen Dreifacher. Einen Burrito. Na, du? Einen Burrito. Schatteschön. Sag, du Wichser. Was geht ab? Ey, was geht? Ich hab dich überall gesucht. Lass dich umarmen, wenn's noch geht. Einmal die Veggies. Boah, ich hab dich überall gesucht. Die Onion Rings. Ey, ich hab dich auch gesucht, ne? Ein Milchshake. Man hat ja schon wieder 5,5 zugenommen. Ey, was soll ich sagen? Ne, da waren Typen, die kommen erstmal zur Seite gehen. Hey, Winnie. Wie ist es dich? Ja, fein, ich bestell gerade. Stör mir nicht. Mach mal hier eine Platte für mich fertig, ne? Ich bestell gerade Stör mir nicht, die Fettlappen. Okay. Gibt wichtiger Dinge jetzt. Boah, dein Bruder ist schon wieder ein richtiges Arschloch. Ey, warum? Er sollte mir eine Palette mitbestellen. Nämlich Fettlappen. Ne. Boah. Ach, mein Fett-Schnürchen. Ich hab's vermisst. Boah, ich bin heute den ganzen Tag schön unterwegs. Mein ganzes T-Shirt ist voll geschwitzt. Ja, das sieht man, ne? Ja. Du, ich hab da sowas, ne? Sam, hast du dein T-Shirt an der Seite gelegt? Ja, ich hab für mich bestellt, ne? Ich weiß nicht. Ich muss dir selber aussuchen. Ja, du musst ja mich auch mitbestellen, bitte. Nee, geh nicht. Sam, ich hab mein Handy getauscht am Flughafen gegen Hotdogs. Ich musste mir erst mal ein neues besorgen. Was machst du da, Twinkie? Ey, ich hab... Dieser Opa hat gesagt, ich hab Sumpfarsch oder so. Nein. Riecht aber nicht so. Du weißt doch, ich mag dich so wie du bist. Jetzt grüß dich doch erst mal hier. Ja. Ja, grüß dich. Ach so. So macht man das in der Stimme. Ja, ja, sicher macht man das. Komm her. Das ist die Lisa. Nein, das ist nicht die Lisa. Nee. Geh weg, du Gestippe. Ey, nee, das sind meine Freunde. Ach so, tut mir leid, Entschuldigung. Bin lief, komm. Und der Lagerfelder ist auch okay. Lisa, Markus. Kommt her, ich will mich meine Familie vorstellen. Ach. Wunderschön. Das ist meine Frau, die Twinkie. Ja, was geht? Hallo, Twinkie. Das ist mein blöder Dummkopf-Schwager, der Winnie. Halt die Klappe, du Lappen. Ich bin kein Lappen. Wer ist denn der Schlappen? Ich glaube, rechts neben dir ist der Schlappen. Ach, I'm a cheat. Wunderschön, ich bin da wach. Machst du Fotos? Weißt du, Kreipan? Ich habe heute so viele Fotos gemacht. Nee, nee. Da war so ein Rennen mit Polizeikarren und so. Da war so ein richtiges Drift-Rennen. Ich sag dir, das hast du noch nicht gesehen. Wie aus dem Film hier mit der Furious, ne? So ein Ding war das. Ich habe schon alles, ganz viele Sachen gesehen. Den Sheriff habe ich schon kennengelernt. Ich habe schon mit schwarzen Haaren. Ja, okay. Boah. Ich habe schon Sport gemacht. Das war eine Lüge. Nicht so schling trinken. Das war eine eiskalte Lüge. Ich habe das genau gesehen. Hast du schon mal zu essen bestellt? Du hast keinen Sport gemacht. Doch, ich habe mit Destiny Sport gemacht. Aber Destiny ist nicht mehr. Die ist weggerannt. Doch, wirklich. Der ist tatsächlich ein bisschen gelaufen. Erzähl doch. Er ist für die Straße gelaufen. Ein bisschen ist der gelaufen. Das kann man als Sport sehen. Er glaubt, du schützt vom Atem? Nee, nee. Eben am Flughafen. Am Flughafen bin ich den ganzen Tag. Ach Gott. Ja. Überleg mal. Ich bin heute getrennt. Ich gebe mir mal was zu essen holen. Also ich glaube, erst wenn ich das sehe. Los, mach Platz für die richtig Hungrigen. Oh ja. Das sehe ich ein. So. Bedienung. Hallo. Und das ist ein Service hier. Ja. Hi. Ja. Ja. Kann man Ihnen auch schon was bringen? Ich habe Hunger. Siehst du doch. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber... Kann noch keiner lesen in den Kabuff. Also 10... Boah, was kannst du denn empfehlen? Du bist ein Mädchen, du. Ja. Bitte? Ja. Ja, was können Sie denn empfehlen? Naja, Chicken Burger und C-Cain Burger sind immer ziemlich... Ja, alle. Dann alle. Ich probiere jeden Burger mal. Okay, also ein Hamburger. Sag einfach, wie viel. Ein Cheeseburger, ein Bacon Burger, ein C-Cain Burger. Ich bin hier nicht um zu quatschen, ich habe Hunger. Einen Chicken Burger und... Wollen Sie auch noch einen Vici Burger? Nee, das kannst du direkt in den Tonnen... Ich bezahle den, aber du kannst den direkt in die Tonne kloppen. So was kommt mir nicht in die Tüte. Und Schokoshake, bitte. Nein, Lina. Okay, Schokobanile. Hallo, ich bin Hunger und Hunger. 10 Stück. 10 Stück. 10, bitte. Okay, gut. Kann ich noch was bringen? Boah, so zwei Twinkies und zwei Cookies. Zwei Twinkies und zwei Cookies, gut. Kannst du da noch... Was quatschen du mich hier von der Seite an, du Pinsel, du? Sieh zu, dass du dann gewinnst. Ja, sorry. Ja. So, also zwei Twinkies und zwei Cookies. Darf sonst noch was sein für Sie? Ja, kannst du das alles in den Mixer pfeffern? Bitte? Also alles mit dem Milchshake mixen, oder wie? Ja, alles rein. Okay, gut, mache ich für Sie. Okay, danke schön. Okay, bitte. Hi. Ich stelle mich wieder da hinten. Hier, Markus, bestell dir was. Geht auf mich. Ach so. Ja, nee, das kann ich nicht annehmen. Ich hoffe doch. Warte mal. Tag. Ich bin mal Pinsel. Wer ist ein Pinsel? Ja, hier, der Typ. Sie sind der Mann, ne? Von der, von der, wie hieß der nochmal? Twinkie, ne? Gättest du mit mir Klapper gestellt? Ich bin Twinkie, jaja. Kleg mal deine dritten fest. Ich verstehe kein Wort. Ach so, ist das so schlimm wieder. Oh Gott, ich setze wieder Licht. Ich wollte fragen, hast du Feucht-Tücher dabei? Nee, ich schwitz. Ja, nicht wegen dir. Deine Frau hat Sumpfarsch. Was hat die? Dumpfarsch. Du kriegst gleich einen von dem Kaputzkaulen Sumpfarsch. Lass die Ruhe. Okay. Ich war irgendwie so, dass wir das gleiche Zuhörer kamen. Ich hab Platz 1 gemacht. Sie nicht. Lass dich nicht ärgern, weil du schön bist. Entschuldigung. Ja, oder? Habe ich irgendwas Gegenteiliges behauptet? Ey, da war heute so eine Fisch-M-Laden. Die meinte, wir haben nicht dreimal XL. Und ich so, was für dreimal XL? Guck mich an, ich bin ein Model. Siehst du? Ja, ich war kurz davor, ihre Extensions rauszureißen. Das ist Reli, der ist Taxifahrer. Boah, das ist hier so warm. Gegen eine Fritteuse soll man rausgehen? Ja. Boah, ich liebe eigentlich den Gruppen. Es ist da schlecht Luft hier drin, ne? Finky, kommst du durch die Tür? Ja, ihr geht voll, ich schiebe an, ne? Boah, ich halte auf. Dich halte ich nicht auf. Das ist zu spät. Hast du gedacht, ne? Ich kann nicht mehr, ne? Boah, da sind wir. Frag mich mal. Du hast schon Zeitziehen gemacht, ohne uns, oder wann? Boah, ich bin... Boah, lass mich jetzt mal zur Ruhe kommen. Ich bin gelandet. Ja, Portemonnaie weg. Angestellt. Portemonnaie wieder bekommen, kein Geld mehr drin, außer Karte. Boah, warte. Du hast schon eine Arme, Sau, ne? Dann... ...war da so ein Hotdog-Stand. Ja, ich hab natürlich Hunger, ne? Hab ich mein Handy eingetauscht, hat kein Bargeld bei. Der Mexikaner hat mich nicht verstanden, Carlos oder so hieß der. Der Ding hat erzählt, Küche, irgendwas, Geld, Küche... Wo war das denn am Flughafen hier, ne? Charlotte, ja, ja, genau. Boah, der Wichser, ne? Twinkie? Hab ich... Sag mal, was unterbrichst du hier meine Geschichtsstunde? Ja, Entschuldigung, können die euch um die Ria kümmern? Was ist denn mit der Ria? Ja, ich muss mal kurz los und die hatte ja eben sich mit deiner Frau so nett unterhalten. Da hab ich gedacht, die können vielleicht so Make-up-Tipps und sowas austauschen. Ja, stell dir aber doch vorne in den Eck, wir kommen uns gleich um die. Ja, danke. Ja, du kannst... Komm durch her. Beruhig... Streiche ruhig meinen Bauch. Was? Ja. Nein, ich hab heute einen Hund gestreichelt. Ja, so das Gleiche. Also, wo bin ich stehen geblieben? Ist genau so haarig. Ja. 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 Wo bin ich stehen geblieben? Ich bin schon wieder am Schwitzen. Ja. Wer übersteuert? Ich? Ja. Ich glaub, Miele übersteuert, ne? Auf jeden Fall kein Bargeld, der konnte keine Karte annehmen. Hab ich Handy eingetauscht, hatte ich natürlich keine Nummer mehr. Dann hab ich so eine Frau getroffen, Destiny. Mit der bin ich dann zu einer Autowerkstatt gelaufen. Und dann kam Lisa, die drinnen steht. Die hat uns dann ein bisschen rumgefahren. Ja. Und? Was hab ich hier so gemacht? Gute Neuigkeiten, ne? Was? Hast du eigentlich Arbeit gefunden? Sehe ich so aus? Ne. Ich glaub, so war es nicht, oder? Ne. Aber apropos Arbeit hier, ne? Die Fettbacke, die will arbeiten gehen. Chat? Ja, was willst du, du Klappergestell? Was haben Sie für ein Problem mit meiner Mitarbeiterin? Gar keins. Warum beleidigen Sie die als dumme Frau? Hä? Das hab ich überhaupt nicht getan. Ich hab gesagt, ich bin nicht hier, um mich zu unterhalten, sondern hier, um zu essen. Mir wurde der Laden hier empfohlen. Wie lange dauert denn das mit dem Essen hier? Ja, das dauert ne Weile. Wir haben bestimmt schon so ein paar Minuten bestellt, oder so. Das ist so, dauert das ganz schön lange. Ja, das wird alles halt frisch gemacht, so. Wenn es Ihnen ziemlich passt, dann essen Sie woanders. Aber ich hab Ihre Frau nicht beleidigt. Ja gut, wenn Sie das sagen, dann passen Sie darauf auf, seien Sie freundlich zu meinen Mitarbeitern. Ja. Na klar, die... Ja, wo ist er? Hä? Oder was? Was will er? Ist der Boss hier, der kann nicht rausschmeißen. Oh, da muss ich mich entschuldigen, warte. Verdammt. Verdammte Scheiße. Das kann ich nicht machen. Willst du das Micky-Menü? Ja, bitte. Okay, gut. Kommt sofort. Hallo. Die Dame. Bitte? Ich wollte Sie nicht beleidigen. Tut mir leid. Okay, gut. Ich bin neu. Ich kenn mich noch nicht so aus. Ja. Ja, bitte nicht so ausfallen. Ich komm vom Land. Ist okay, aber bitte nicht so ausfallend. Entschuldigung. Kein Problem. Das tut dem wirklich richtig leid. Ja. Okay, gut. Sie sind die Frau, die Essen kocht. Ja, ich koche für Sie Essen. Das dauert aber manchmal. Das ist schon religiös verankert, dass ich in sie verliebt bin. Okay. Was hast du da gerade gesagt? Religiös verankert. Okay, gut. Pass mal auf, was du sagst, Kollege. Wer ich? Ja, so fängst du doch nicht ein. Warum, was hab ich mir jetzt schon wieder falsch gemacht? Hör auf, die Bedienung hier anzumachen. Nein, ich wollte sie nicht anmachen. Hä? Ist alles okay. Ich mache Ihre Bestellung. Dauert aber einen Moment. Könnt Sie... Ja. Also Sie können draußen gerne warten, dann komm ich raus oder machen Sie es hier drum bequem. Machen wir mal, ne? Na, Chef. Wo ist der Chef? Äh, der ist gerade nicht hier. Der war doch der... Du hast mich angelogen. Nee, der war doch gerade da. Nee, der ist gerade eben hier durch die Tür raus. Halt die Fresse. Bist du? Okay. Wieso? Nee, die Pons steht gut. Haben wir nochmal Glück gehabt, doch. Die Pons steht gut. Hallo. Oh, wo ist denn? Nein, wunderschön. Sag mal, Markus, hat Lisa uns schon verlassen? Nein, Lisa ist kurz einer rauchen. Die raucht kurz, ne? Oh, ich dachte schon. Ach so. Nee, keine Angst, die ist schon nicht gegangen, ne? Wir brauchen doch einfach nur kurz ne Pause hier. Da haben wir nochmal Glück gehabt, doch. Warum sind wir überhaupt mit der Dix-Karre hier gefahren, Alter? Das ist doch ein Blöding. Ich hasse die, Alter. Was denn für ne Schubkarre? Wer soll denn da reinpassen? Also da passe ich nicht rein. Das ist eigentlich so ein Frittenfeld. Was denn für ne Schubkarre? Wer soll denn da reinpassen? Da kannst du dich vorne drauflegen. Das war es aber auch. Das hat nicht mal einen vernünftigen Auspuff. Wie willst du denn damit Korn vom Feld holen? Ja, das ist ne gute Frage. Ah, Lisa, hallo. Hi. Wo kann man sich irgendwo hinsetzen? Mein Rücken tut weh. Ja, wir können uns reinsetzen, wenn du willst. Nee, das sind nicht so viele Menschen. Nee, nee, nee. Oder da vorne geht's. Da vorne gibt's ein Dach mit Sitzplätzen. Boah, hör mal da ums Eck gehen, ne? Genau. Twinkie! Ich will mir gemütlich da mal hingehen. Ich liebe deine Doppelkinder. Nee, hier rum. Ich mag's. Genau deshalb hab ich mich damals in dich verliebt. Ich hab keine Absätze. Twinkie! Reib deinen Bauch an meinen. Komm. Okay. Twinkie geht aufs Klo. Ja, die kommt nach. Ja, tut mir leid, ich hab's nicht so mitmachen. Oh, müssen wir lang. Ah, wo bist du da hin? Ich ganz ehrlich. Na, kommt mit. Wir tragen hier alle so komische Pullover, die viel zu groß sind. Wie weit ist das noch? Da vorne ist es gerade. Zwei Meter. Da können sie sich da hinsetzen. Das ist aber... Da hier passt doch kein... Wer soll denn hier reinpassen? Boah. Also wenn du dich auf die eine Seite setzt, dann muss ich mich auf die andere setzen, ne? Guck mal, da wo er ist. Sonst geht das nicht gut. Er setzt sich einer auf die eine Seite und der andere auf die andere. Boah, ich muss erst mal trinken. Stimmt, ich hab noch ne Limo über. Noch ne Limo. Oh, ich hab keine Limo mehr. Boah, schon. Was ist das? Wer soll sich mal ein T-Shirt anziehen? Rein damit. Ach. Setz mich jetzt einfach hier hin. So, ich muss mir jetzt mal Notizen machen. Warte. So, hier auf die Seite, ne? Oh. Der war ganz schön, ganz schön kacke. Winnie. Das einzig Gute, ne? Ja. An dem Flug war, als es Essen gab, hab ich gesagt, der Platz neben mir. Den gleichen hab ich auch abgezogen. Das gehört meiner Schwester, ne? Hat sie zweimal Essen hingestellt. Das hab ich genauso gemacht. Mann, vier Tüten Zuckerchen an den mir in den Leben. Die Idioten. Tricky, die Doofzwerke hat nur einmal Essen gekriegt. Sie mussten wegen mir hier beim Flugzeug das Ding aus der Tür schmeißen. Nee, diese Rolle. Die aufblasbare. Was ist das für den fette Sau? Was hat, was hat... Was hat der gerade gesagt? Was hat der gesagt? Das hab ich gehört, ne? Was hat der denn gesagt? Fette Sau hat er mich genannt. Oh! Sicher, dass der euch meint? Oh, wer war das? Wer war das? Der Dachmeister kriegt drei Belkenbrühe, drei E-Cola und drei Twinkies. Pass mal auf, Schlüssemeister von Hockmeets. Du mit deinem Schlüsselbund. Nochmal so frech. Lädt euch den Kiefer nach innen. Bist du der für eine, Junge? Beleidige mich nur, ich weiß, schön bin. Traust du dich, oder was? Bist du der für eine? Pass auf. Die Spargeltatsache macht der noch lang noch. Jetzt zerbricht dich in der Hälfte. Jetzt zieh ich durch die Nudelmaschine. Jetzt schaffst du dich als Zahnstocher, du Affe. Bist du in die Arschbacken kannst du dein Fahrrad abstellen, Alter. Ach, Siki, hör da nicht hin. Wie wird das? Ich weiß, ich bin Möbel. Du, guck dir mal die fetten Schweine an, Jürgen. Du möchtest gern das den Biber, du. Wasch dir mal lieber die Schuhwichser aus der Haare, du stinkst. Schau euch mal an, Jürgen, du fetten Sau, du hässiger. Oh, ist das ein Asozialer. Das ist aber ein Dreckschub mir. Wird man ja beleidigt, wenn man schön ist. Oh, und wo ist der Boss jetzt hier von dem Laden? Ja, wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Der soll die Wichser aber rausschmeißen jetzt. Ich muss doch auf die Burger warten. Ja, auf jeden Fall. Essen ist wichtig. Ich hab echt Hunger, ne? Ich fahr gleich vom Fleisch. Ja, das sieht man. Das dauert aber echt lange, ne? Dein Bauchnabel ist gar nicht mehr da draußen. Der ist schon nach innen. Leck mich fett doch. Habt ihr euch drinnen nichts geholt? Doch, doch, wir haben schon bestellt. Bestellt schon ewig, ne? Das ist bestimmt schon fünf Minuten her, noch. Da quatscht uns hier so ein Flavio Briatore von Wish an. Von der Seite. Mit seiner Schuhe wichst in den Haaren. Keine Zähne im Mund und will uns irgendwas erzählen. Ja, selber auch wie so eine Speckschwarte. Solche Knallköpfe. Ich bin damals auf Schule zu Dinge geritten, die waren schlauer als ich. Da soll ich aufpassen. Warte mal, was hab ich grad gesagt? Das war nicht so gemeint. Ich wollte das anders formulieren. Das war doch wie normal. So ein ungehobelter Pflege. Was hast du denn da schon wieder versteckt, Bonbon? Ich wollte grad fragen, hast du was gefunden? Boah, jetzt schwitzt ich vom Lachen, doch. Hast du Bonbons? Was hab ich hier? Im Dekolleté hab ich hier ein paar Donuts. Boah, wie du hast Donuts, du warst? Ja, klaro, hier. Boah, ich hab auch noch hier viel Snick-O-Dumann. Einen Donuts würd ich noch nehmen, ne? Den war auch was, ne? Danke schön. Danke. Klinge nicht so Twinkie. Gleich hustest du wieder. Immer nachspülen, hab ich dir gesagt. Immer nachspülen doch. Dann rutscht das. Ja. Boah, siehste, die haben sogar schon die neuen Modelle von diesen Dingern. Hier, für Walmart. Warte. Damit man da entspannt, ja, da, diese Motorringe. Damit man entspannt einkaufen gehen kann. Boah, warum haben wir so was? Dass man nicht durch den ganzen Laden laufen muss. Ey, das hab ich gesucht, ne? Genau so was brauch ich. Wo kriegt man so was? Ey, ich schwitze wie ein Schwein, ne? Was kostet so ein Ding? Wisst ihr das? Duschen? Ja. Ne, weiß ich nicht. Habt ihr schon eingemietet in ein Hotel oder so? Boah, ne, noch nicht. Naja, aber wir haben eins gesehen. Hast du schon, oder wie? Ne. Noch nicht? Ich hab keine Ahnung. Nach dem Essen müssen wir auf jeden Fall mal suchen. Twinkie, was ist denn mit deiner Freundin? Wie? Ja, die braucht da. Ja, die von eben da. Wo ist sie? Die steht doch da, ist im Rauch. Die, die raucht. Ich brauch die im Moment für sich. Ey, das ist da schon wieder da. Hier läuft ja eine Gesocks rum. Also der sieht wirklich aus, als wäre er von einem Filmset ausgebrochen. Wäre der Punker da oder was? Ja. Das ist ein Freak, ey. Ich hab den Pinsel getauft. Ich hab den Pinsel getauft. Also, das ist... Ach Gott, jetzt... Ja, wo gibt's denn hier Übernachtungsmöglichkeiten? Ja, weil es gibt so ein Hotel... Der steht jetzt hinterm Tresen sogar. Ja, so ein schickes Hotel, ne? Was nicht so teuer ist. Ich muss mal auf den Bankautomat gucken. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Lohn kam. Lohn sagt er, ne? Ja, vielleicht auch irgendwas, damit ich nicht immer laufen kann. Äh, muss, ne? Ja, geh... Ey, ich... Wie? Boah, was ist er? Boah, ich brauch einen Autor. Das wollte ich noch sagen, die guten Neuigkeiten von heute, ne? Das kann ja nicht wahr sein, ja. Da war doch so ein Typ, der hat gesagt, weil ich ja so viele Muckis hab, wenn der mal Ärger hat, dann soll ich mal für den Verhauen gehen. Dann hat der überhaupt gesagt... Was hat sie mal für den Verhauen gehen? Ja, der hat gesagt, der ruft mich auf, wenn er jemanden hat. Ich brauch nur dich, verdammt, ich will dich. Boah, Mann, ich hau den Böchern runter, ne? Der geht mir schon wieder auf den Winkel, ne? Wer ist denn? Der schnürtel Bunker da hinten. Der fängt mich gleich noch einen, ich sag's dir. Nee, der Typ, der gesagt hat, ich soll jemanden verhauen für den, ne? Der hat gesagt, der benutzt ein Auto besorgen. Pina, die sind sogar neidisch, ob du so eine schöne Frau hast. Mann ohne Balkon ist wie ein Haus ohne Hütte, oder wie war das Sprichwort? Mann ohne Hau... Weiß ich auch nicht. Ist wie ein Balkon ohne... Geländer, ne? Irgendwie so. Auf jeden Fall ist dick sein wieder sexy geworden. Jetzt haben wir schon einen kleinen Snack bestellt. Das soll eigentlich nie so lange dauern. Ja, ich hab jeden Burger bestellt, ne? Ja, sag dir doch, kleiner Snack. Ja, ich warte auch auf meinen... Ich hab doch Ketchup-Tütchen gesehen, die geh ich mir gleich klauen. Bringst du mir noch Mayo-Tütchen mit? Kann ich versuchen. Geil. Ich hab mir einen Cheeseburger mit Extra-Cheese und deinen mit Extra-Soße bestellt. Die klappen gleich aufeinander oder rein damit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mal nicht bestellt hab. Und ernährst dich nur noch von Burgern, ne? Das wäre vielleicht ein erster Schritt. Aber ich will genauso fett werden wie die. Aber wir sind nicht fett! Genau! Mein Lieber, bitte, ne? Die sind nicht fett, die haben einfach noch ein bisschen mehr Knudeln. Die sind gut gebaut, nennt man da. Ja, oder wir sind gut unterbaut. Ja, oder wir sind gut unterbaut. Hinten wollen ich auch. Fett doch mal nicht, sagt der Fett hier. Ich find das richtig geil. Ja, für 50 Dollar kannst du mir einen Bauch packen. Mir auch. Wo ist der Automat? Keine Ahnung. Ich glaub der nächste Automat ist, wenn du hier die Straße hochfährst. Irgendwo auf der rechten Seite. Das ist ein Schnapper. Ich seh doch Leuchten, glaub ich. Könnt ein Automat sein. Boah, ich hab Hunger. Ich hab Hunger! Jetzt werde ich aber wild. Boah, ich will aber nicht so weit weggehen. Boah, jetzt werde ich aber gleich wild. Na, Moment bitte. Ach du, schon wieder Autolibeln? Wenn das alles wieder Funklos ist wegen der Sache mit der 74 MPD? Oder warum wieder MPDs? Ach nicht. Was machst du da eigentlich? Weil das nicht meins... Nein, du hast uns schon bestellt. Oh! Oh, ich dachte das wär meins. Jetzt hab ich's angeknabbert. Ja, ich muss es dann neu kochen. Ja. Das ist wohl wahr. Willst du was bestellen? Ich hab schon bestellt. Wie du hast bestellt? Bei wem? Ich war seit 10 Minuten schon. Bei wem hast du bestellt? Bei der Frau mit den Eichhörnchenhaaren. Sondern was atmest du mich hier? Was willst du? Ich hab keine 50 Dollar, aber ich hab Schnitzelbrötchen. Ja, mach halt damit. Ja, wird's bald. So. Jetzt streichel einmal. Och Gott. Und jetzt mach dich vom Ackerkollegen. Willst du bei mir auch? Ja. Du brauchst auch ein bisschen Geld. Nee, der hat mir Schnitzelbrötchen gegeben. Ja, dann will ich auch. Ich hab jetzt keine mehr. Ich babbelt morgen noch. Die hab ich alle denen gegeben. Teddy? Das sind meine Twinkie, aber ich teil mit dir. Teddy, bist du das? Was? Bist du denn für einer? Teddy? Teddy? Teddy, ich hab dich gesucht überall. Ich hab Milch für dich. Geht auch Milch. Teddy! Nicht? Ja klar, geht immer. Alles, was irgendwie runter geht. Sag ich immer. Schmuck. Wir laufen ja nur Bekloppte rum. Schmuck. Warte mal kurz. Danke. Danke, danke. Darf ich jetzt streicheln? Ja klar. Oh, geil. Oh, geil. Einmal reichen, der Kollege. Ja. Jetzt knickt der Genick nach innen. Rennen wir doch hinterher. Ich soll dir... Pass auf, Jo. Pass auf. Jetzt verraut doch, ich möchte auch so dick werden wie hier. Ja, dann musst du trainieren. Essen, oder? Essen. Das ist nicht so einfach, ne? Geht's dir gut? Teddy. Ja, du bist mir auch so ein Teddy. Was ist das für ein Juni? Juni und damit hinterher ich gleich. Ja, danke. Klapsenmühle hier. Fühlt sich an, als wäre man gar nicht irgendwo im Urlaub oder so zu Hause. Ich glaub, die Dame da draußen hat dein Essen auch, ne? Wo? Da draußen. Warte, ich muss dir noch anhören. Du hast mich einfach wild. Das macht mich wild. Ja. Wer hat mein Essen? Ich hab mein Essen. Ja, alles gut. Kriegen sie sofort. Aber es waren ein paar andere, was noch vorhin. Dann die E-Cola. Und dann vier Peach-Eisberger. Och, genau. Bitteschön. Boah, perfekt, danke. Oben drauf. So. Perfekt. Das ist genial. Ja, ne? Ich hab so einen Cheeseburger mit extra Soße und einen mit extra Cheese, dann beides drauf, dann 300 Burger. Wollen Sie mit mir kurz auf die Seite gehen, damit Sie auch mit dem... Was ist denn mit dem? Gut. Was? Muss ich mal probieren. Das ist ja die absolute Irrenanstalt hier. Ja. Ja. Hab ich auch gefragt. Ja. Der eine hat mich Teddy... Teddybär genannt. Naja, aber das ist doch nicht schlecht. Teddybär. Ja. Ist doch mein Specksmütchen bist du. Ja, aber nur dein. Fass mein Doppelkinn an. Also... Wo ist denn mein Essen? Winnie, hast du dein Essen schon? Ja. Boah. Ach so, ja. Der ist krass und hat sein Essen schon. Ich hab auch was bestellt. Ja, selbstverständlich. Es kommt... Kommt sofort. Ich muss hier kurz noch... Was ist denn hier los? Sind die entlaufen? Bitte? Sind die entlaufen hier? Die... Was macht denn der mit dir? Äh, ja. Entschuldigung, der Herr, können Sie bitte Ihre... Das von mir wegpacken. Oh. Okay. 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 Ich bin sofort bei Ihnen. Sie kriegen sofort... Bitte nicht den Mittelfinger mir entgegen sein. Ich bin sofort da und kriegen Sie Ihre Bestellung. Frisch, direkt frisch aus der Pfanne. Okay. Okay. Kannst du das alles noch frittieren? Ja, natürlich. Danke. Also, Sie kriegen das alles gerade frisch. Muss noch kurz fritt... Also, in den Mixer gepackt werden. Und so. Mach ich sofort für Sie. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay. Sag mal, geht's dir nicht gut? Das hab ich bestellt. Was hab ich? Auch du den Mr. Bean auf mich bestellt hast. Ach, das ist Mr. Bean. Ja, hat die da gesagt. Ne, der hat das Mr. Bean Auto. Und der hat dieselben Sachen wie Mr. Bean. Können wir den behalten? Der ist lustig. Schmamm, 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 schmamm. Oh, yeah. Ich glaub, der hat Kohle den behalten. Ich will weg hier. Hier sind nur Verrückte. Willst du nicht noch auf dein Essen warten? Ja, doch, klar. Ja, wenn du dein Essen hast, dann gucken wir nach Moteln. Oh, warte, Twinkie. Warte. 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 Jetzt mach Foto. Sag Tschüss. 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 Noch eins. Tschüss. Hast du mich komplett drauf? Warte. Ich geh ein paar Schritte zurück. Bin ich drauf. Damit du mich komplett drauf hast. Damit du mich komplett drauf hast. Passt so? Äh, ein Stückchen noch. Los, mach. Warte, warte, warte. Mach jetzt. Hier, mit mir. Boah, ich kann euch nicht beide drauf haben. Okay. Und? Sieht gut aus. Haha. Warte, warte, jetzt, jetzt, jetzt. Fick mir Mama. Tut nicht so, als hättest du Muskeln. Ich hab mehr Muskeln als ein kleiner Zeh, du Pissbacke. Bäh. Fettlappen. Oh, Popeln. Fokus. Nee, nee, nee. Popeln. Nee. Ich starr da nicht so drauf. Den willst du nicht essen. Was für mit'n da schon wieder hinten rum? Ey, ich weiß auch nicht, das zwickt da die ganze Zeit. Ich hab dir gesagt, zieh das nicht auf. Äh, nicht auf, ne? Oh. Die Unterwäsche war nix für dich. Ja, oh. Was soll ich machen? Ach, echt? Zieh Boxerschloss an. Ja. Doch, der hat das gleiche Problem wieder. Ich glaub, der ist auch. Den Victoria Secret. Ich glaub, ihr habt das deinen Seelenverband gefunden. Ja, so wie die meisten hier fahren. Ah. Jetzt krieg ich auch Hunger. Ja, hier. Nimm mein Geschmützebrötchen. Oh, wow. Oh, wow. Hat das überhaupt... Ich hab nur nen Schaltschicken angefangen. Teddy, wo? Teddy. Was? Ich bin nicht dein Paddy. Teddy, pack mich nicht an. Halt mal ein bisschen Abstand. Ich glaub, der klaut ja gleich dein Essen. Hä? Mein Teddy? Nein, ich bin nicht dein Teddy. Ich bin Peanut. Hast du Fritten bei dir? Okay. Okay. Kann man den behalten? Ja. Pff. Benütlich, der Junge. Ja, aber wo wollen wir hin mit dem? Ja, boah. Keine Ahnung. So. Einmal ein... Bacon. Ein Chicken Burger. Ja. Das kannst du von der Steuer absetzen. Dann zweimal Twinkies. Zwei Twinkies. Zwei Cookies. Oh, das sind aber große Kekse. Und die zehn Schokogummi-Shakes. Ja. Bitteschön. Boah. So. Danke. Das macht dann einmal 640 Dollar, bitte. Na kurz einmal durchatmen. Na kurz einmal durchatmen. Na kurz einmal durchatmen. Na kurz einmal durchatmen. Du kannst die Karte noch bezahlen. Hey, die wollte ich doch zahlen. Ja, das macht einmal 640 Dollar, bitte. Oh, Moment, bitte. Bei mir dreht sich alles. Hier, bitteschön. Einmal Karte rüberziehen, bitte. Hast du versucht wegzurennen? Nein. Bitte ziehen Sie Ihre Karte drüber. Ja, Moment. Bitte. Dankeschön. Bitte schön. Hunger, guten Durst und bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott. Oh. Okay, und jetzt... Ich hab was... Was war denn das für eine Aktion gewesen? Ja. So, der Herr... Sind... Ähm... Uff. Oh, Mist. Schwindelig. Ach. Ich komm sofort... Verrückt. Boah, das ist aber auch nicht einfach so hübsch zu sein. Boah, hinsetzt muss ne gute Idee. Mein lieber Scholli, ne? Du hast dein Handtuch nicht dabei, ne? Boah. Boah. Kann man hier mal ein Handtuch holen oder so für den? Äh... Ja, und was machst du heute? Ich hab so ein Schwitzhandtuch nicht dabei. Boah, ey. Tja. Nicht, dass er... Was war das? Das ist so drückt. Das weiß ich nicht. Du sitzt auf nen Hamster-Twinkie? Oh, Entschuldigung. So. Hast du nen Hamster platt gemacht zum Pfannekuchen? Ist das was zu juckt? Boah, ich würd gern die Stadt erkunden. Boah, wir brauchen ein Hotel jetzt. Ja, warte, wir müssen noch von Lisa, die Handynummer... Ja, bitteschön. Die Lisa kennt sich ja aus. Boah, was du gesagt? Boah, was du gesagt? Ich hab mir hingeguckt. Wo ist die hin? Schönen Tag Ihnen noch. Danke. Und schönen Abend. Tschüss. Hallo. Markus, hast du nen Handy? Hallo. Äh, ja. Boah, ich muss kurz... Ich muss mal den Büchser-Nummer kurz anrufen. Boah. Ich hab... Ich hab die Nummer nicht vom Büchser. Hallo. Hallo. Büchse, hier ist Peanut. Moin, was geht? Kannst du meine Nummer speichern? Ja, mach ich. Okay, ich wollte nur anrufen wegen der Nummer. Ich hab vergessen, die Meinung zu geben. Ja, ist mir aufgefallen. Ja. Okay, Büchse. Ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Was hat der? Was hat der? Lisa. Ja. Wo gibt's nen Hotel? Ein Hotel? Ja, wir brauchen Hotel. Gute Frage. Könnt euch ja nichts zeigen, aber da müssten wir hinfahren. Ja, dann machen wir das doch. Passt du mir denn alle ins... Was denn, Markus? Das ist nämlich gerade die Frage. Wir passen nicht alle ins Auto. Kannst du uns sagen, wo das ist? Wir können uns ein Taxi rufen. Ich weiß nicht, ob ihr alle ins Taxi... Ähm... Dann rufen euch... Das Taxi rufen. Doch, das passt schon. Großvon Taxi. Ne, das ist ein Taxibuss oder sowas. Ja, oder wir rufen euch ein Taxi und ich nehme einen mit, dann fahren wir mit dem Taxi zusammen. Ja, oder so. Jetzt rufen wir ein Taxi, dann fahren wir mit dem da zusammen hin. Die Nummer müsste sogar im Telefon eingespeichert sein. Ich soll ein Taxi rufen? Ja, rufen wir ein Taxi. Ja. Wie heißt der Schuppen hier? D.K. Ach, Nico. Ach, Nico. Ja, wir haben den gefunden, wir haben den gefunden. Einfach nur schön, Nico. Nicht schön. Dann ist der Typ von dem hier erzählt ab. Taxi da und Tom Kippert geht ab. Hallo? Das ist doch nicht schwer, den zu finden hier. Ja? Das ist das erste Mal, dass ich ein Taxi bestelle. Ich brauche ein Großraumtaxi zum CK Fastfoodladen. Ja? CK Fastfood, wissen das? Ja, alles klar. Also warte, ich bin noch der Taxi. Später schon. CK Fast... Ah, bei Cody meinst du? Taco Farmer. Ja? Okay, ich komme. Okay, Großraumtaxi bitte. Was heißt Großraum? Wie viele? Ja, so groß wie es geht. Für drei Leute. Menschen. Ja. Aber wir haben... Wir sind ein bisschen hübscher als der Durchschnitt. Ja, klar. Ich bin ja schon da. Ey, warte mal. Ich bin doch hier. Wo? Ich seh nix. Was? Ich steh bei so'n blauen Augen. Ich seh aus wie Heath Fletcher. Why so serious, Bro? Hey, der Mr. Buhmann, der macht gerne deine Perlen an. Der labert mir in Kotler deine Ohren. Bring jetzt ein Taxi, sonst komm ich dir durch die Leitung. Ehrlich? Ich bin da weg. Hey, bis gleich. Der grabst deine Frau an. Es kommt ein Taxi. Der grabst deine Frau an. Wer? Der grabst deine Frau an. Wer? Was packst du mit Schneckchen an? Schwabbelbacke, was geht? Wie ist Schwabbelbacke? Na wie? Ich hab gehört, die soll dich einsquatschen. Was geht? Was quatschst du mich an, du dreckige Baum? In anderen Richtung Regen aus. Dein Mund riecht's nach Einschalten. Wer macht das mit deinem Hund oder so? Dein Speck-Tütchen mal zu sein. Boah, guck mal ein Taxi. Ich glaub da das Turm. Das Turm war Taxi. Los, verzieht euch, ihr Hobbypumpa. Was ist das dann? Hilfe. Schlar passen wir nicht da rein, weil deine Mutter am Koffer rum ist. Halt dein Maus und tausch den Schnüssebund um den Ohren. Guck mal, wie der Schleif runter geht. Guck mal, der Schleif ist doch schon. Guck mal, der Schleif ist doch schon. Guck mal, der Mist schleift doch schon. Kannst du den Sitz weiter nach vorne noch gehen? Lisa, kannst du Markus mitnehmen? Ach du, wir fahren dir hinterher. Mach mal den Sitz weiter nach vorne. Oh mein Gott, ist das eng hier. Guck mal, wie der rechts runter ging. Ist das ein Lowe, Alter? Ey geil, dann spar ich mir da tiefer legen für 21. Aus. Kann der auch behüpfen? Ähm, nein. Jetzt wird den Dicken noch mal vorne aussteigen, dann geht der wieder hoch. Oh, guck mal, der fährt gar nicht los mehr, der bleibt das stehen. Ich sag's dir eigentlich. Fahre deine Klappe, Mann, und fick dich selbst. Jetzt gib doch mal Gas mit dem Hobel, Alter. Ich weiß ja nicht. Ich bin fett, denn deine Mutter steht auf X-Sitzel. Du hast ja zweitens Überladung, Mann, ich sag's dir. Wir folgen dem Auto für uns, Taxifahrer. Ja, ich weiß ja. Ich lass die Asozahlen hier stehen. Pick die Lutscher. Ah, du Schande. Was für Idioten sind die... Ach, Pinsel, du bist ein Taxifahrer. Oh Gott, da muss ich aber den Bremsweg berechnen. Und Mati ist nicht mein Ding, Leute. Ich glaub, du hast zu wenig Luft in den Reifen, die Karre schleift. Oh Gott, hier. Fahrt dem Fahrzeug vor uns hinterher, okay? Ich steh mein Messes. Pass auf die Schlagflöcher auf, da. Ja. Ach, du Schande. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sag mal, sind da immer so Asoziale? Wo? Ja, an diesem CK. Bei der Futterburger. Boah, jetzt hab ich gar keine Bilder gemacht. Scheiße. Ja doch, du hast uns doch fotografiert. Ja, aber die Assis nicht. Das stimmt. Von dem Fix, dann willst du gar kein Foto machen. Seid ihr neu in die Stadt? Ja. Wir sind Touristen, ja. Wir sind Touristen. Oh Gott. Seid ihr mit dem EasyJet gekommen? Was? EasyJet. Ey, das war ein JumboJet war das. Nein, so ein JumboJet vom Militär. Wir sind schon da. Lauf, rennt, rennt, rennt. Oh mein Gott, ich mach nicht mehr lang. Renn. Komm Winnie, rennt. ... Es wird schнд territ. Oh mein Gott. Wird schünderlich. Komm, wir sind schneller als der. Kurz Pause. Nur kurz Pause. Ich hab da eine Fläche. Der kommt! Der kommt, der kommt. Der kommt nicht, der kommt nicht. Kommt der? Das ist der nicht, oder? Dreh dich mal um. Dreh dich mal umschraubeln. Oh Gott, da ist der nicht okay. Ich kann nicht mehr. Wir haben doch kein Geld, Markus. Die Lisa zeigt die Rechnung. Ja, dann können wir wieder zurück. Kann er uns abholen? Kann er uns abholen? Soll ich den Taxi verhalten? Kann er uns eben wieder abholen? Oh mein Gott. Leck mich an den Arsch doch. Boah, ich hab kurz mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Nie wieder machen, doch. Boah, fasst mich an der Socken. Ich war im richtigen Laufen hoch, ne? Ich hab nur auf meinem Ohr. 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 Ja. Bye, bye, bye. Ich glaub, mit dem sind wir verwandt. Puh. Das kann sehr gut sein. War schwindelig. Der Taxi-Fahrer ist auch grad da. Aber kribbelt schon, ne? Leck mich an den Arsch. Ich, ich, ich wollte nur sagen, war ein krasser Sprint. Oh. Ja, wir wollten, äh, ein Pinsel. Wir wollten kurz Geld holen, um dich zu bezahlen. Hast du gesehen? Ja. Wir sind schon heftig, ne? Ihr seid cool. Puh. Hallo, hier ist der Taxi. Was geht ab? Kann mir jemand hochreifen? Boah, das machst du. Das machst du nicht. Ich mach das nicht um wieder. Ja, weiter müssen wir zu zweit ran. Ich mach das nicht um wieder. Hey, komm, ich fühle mich wie so eine Shit. Hast du, hast du, hast du? Okay. Auf, los, ja? Ein, zwei, drei. Oh, fuck. Wie, der ist weg oder was? Oh Gott, wie kommen wir jetzt? Oh, ich muss verorgen. Entschuldigung. Boah, bist schlecht. Sau. Super, und wie kommen wir jetzt wieder nach Hoha? Wir müssen uns entschuldigen bei Lisa. Markus, wir wollten die Nummern tauschen. Boah, das ist eine gute Idee mit der Nummern, ne? Ich schwitze wie ein Ferkel. Ah, ist nicht so schlimm. Dann kannst du gleich duschen hier. Schon mit den Armen wedeln. Schon mit den Armen wedeln noch. Ein bisschen freitanzen. Kannst du das nicht so hier rüberwedeln, doch bitte? Mann. Peanuts, wie ist denn deine Nummer? Oder soll ich dir meine geben? Ja, gib mir deine. Ich weiß nicht, wo die SIM-Card hier ist. Boah, ja. Gut, ich gebe mir die Nummer. Das ist 555. Oh, Moment. Markus. Markus Mertens. Mertens? M-E-R-T-E-N-Z. M-E-R? M-E-R. T-E-N-Z. Mertens. Mertens. Mertens, okay. 55 ist die Vorwahl hier, ne? Genau. Dann 640. 640. 58. 5 und die 8. 57. 57. Genau, das war die Nummer. Boah, super. Oh, ich lass kurz bei dir schallen. Okay. Hallo. Ja. Twinkie. Twinkie. Wolltest du dich auch noch mal schallen lassen? Wolltest du dich auch noch mal schallen lassen? Oh, Markus, ich lass auch noch mal schallen, ne? Mein Fett ist mir fast weggefallen beim Rennen, ne? Ich hab nicht gemerkt. Dein Bauch ist fast weggefallen. Hallo. Perfekt. Ah, perfekt. Oder was kann ich euch denn einspeichern? Weenie. Ich heiße Peanut. Okay. Das übrigens der Markus und die Lisa. Hallo. Die Lisa arbeitet in der Autowerkstatt. Ne, ich arbeite da nicht. Meine Schwester arbeitet da. Ach, die Schwester, okay. Die Schwester. Twinkie hat auch in meiner Autowerkstatt gearbeitet. Ne. Das war an deinem Auto. Das hat nämlich gefeuert, weil irgendwie angeblich kaum nur die Hälfte der Bestellung kommt. Ja, das andere hast du mir mit nach Hause gebracht. Du Flunkerin. Die von Wink. Zuhause ist mir was angekommen. Twinkie. Was? So, könnt ihr laufen? So, Lisa, ich möchte vor kurzem zum Hotel fahren. Das Hotel ist ja, oder wolltet ihr jetzt noch nicht pennen? Davor. Ich wollte gleich schon mal einchecken da. Wie gesagt, hier direkt hinter euch. Das ist ein Hotel. Okay. Da könnt ihr euch einchecken. Das sieht aus wie eine Shisha-Bar. Ja, vielleicht gibt's auch Shisha-Bar. Das große, du hast doch gesagt, du wolltest Hochhäuser sehen. Jetzt kannst du nach Hochhaus schlafen. Ja, hier sind überall Hochhäuser. Ja, und in dem da kannst du schlafen. Ach, das ist auch eins? Ach Gott. Das ist, das... Das ist ja cool, ne? Was ist denn das für ein Haus? Da ist, glaube ich, eine Bank drin. Die haben Geld, ne? Da kann man sich hinsetzen, ja? So eine große Bank? Nee, keine Bank zum Hinsetzen, sondern da, wo du das Geld abholen kannst. Aber die bräuchte ich jetzt. Ja, komm, wir gehen mal dahin. Lisa, willst du, sollen wir auch die Nummern tauschen? Ja, können wir machen. Du, warst echt eine große Hilfe. Oh, ja, machen wir mal, ne? Twinkie, hast du kein Handy? Oder kannst du es nicht bedienen? Doch, 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 wenn ich die Zahlen treffe, ey. Du hast extra mit großen Tasten. Ja, das Problem habe ich auch. Ich habe schon aufs Größte gestellt, ne? Aber... Dann brauchst du jetzt mal drei Anläufe. Ist ja nicht schlimm. Die Lisa. Genau. Fünf, fünf, fünf. Genau. Zwei, sieben. Zwei, sieben. Vier, neun. Ah, nicht vier. Mann, warte. Zwei, sieben. Genau. Und wo kommt da die vier? Die kommt danach. Und dann kommt die vier? Ne, dann kommt noch neun. Ach nein, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich alles gelöscht. Och. Nichts, was passiert. Das merkt mir auch. Ich bin noch den Zurück-Button gekommen. Du musst vorsichtig. Ich bin noch altmodisch, schlecke mal den Daumen an, wenn ich dir so die Seiten blätter. Obwohl es ein Smartphone ist. Also. Fünf, fünf, fünf. Zwei, sieben. Zwei, sieben. Vier, neun. Vier, neun. Zwei, vier. Ja. War es fünf, zwei, vier? Sechs, zwei, vier. Sechs, zwei, vier. Okay. Ich erkenne schon direkt, warum Peanut Lisa gefunden hat, ne? Ja, wir sind... Sie hat ne Pizza auf dem Oberarm. Die trinkt ja ein Maffin auf der Arschbacke. Hast du da ne echte Pizza? Ich hab ne Pizza tätowiert auf dem Oberarm. Oh, da. Ja. Was ist denn das für eine? Hallo, ich bin der Peanut. Mit Salami wahrscheinlich, oder? Ich liebe Salami-Pizza. Komm mal her, mein Creme-Türchen. Finger weg, das ist meine. Nein, du musst nicht schmeißen. Wie magst du deine Pizza nicht teilen? Ne, das ist meine. Komm schon. Komm, krieg doch mal ne Nummer hier. Ja, klar. Das Gute ist, wir können uns die Klamotten teilen. Wie, Winnie, Po? Wir haben beide sechs Meister. Der Winnie, ne? Und du hast die Haare halt schön. Mit Y-Lon. Mit Y-Lon. Ich bin nur... Und... Ja, du bist doch auch ein Muddl. Ja. Inat. Aber da will ich nicht mehr gern hin, da sind ja nur Asoziale. Aber das Essen war lecker, muss ich sagen. Ja, das Essen war lecker. Können die auch liefern, ja, ne? Die haben doch so Mopeds da. Ja, genau, die liefern auch. Ich hab auch noch von so einer Barbecue-Lounge gehört. Der Barbecue-Lounge, dann gibt es... Tina, das nächste Mal kann man ja hochgehen nach Paleto Bay. Da gibt's auch ein gutes Barbecue-Restaurant. Das ist oben in Paleto, da, wo wir beim Sheriff-Department waren. Ja, diese Auras normal funktioniert, ja. Das klingt doch mal was. Und Dankeschön für die Wee-Saps und Zaps und Hochleistungsschiller. Dankeschön für die Achtung giftet Zaps an die Klamotten. Hey, Peanut, du Schwabbelkopf. Hä? Gib mir doch mal deine Nummer, wenn du ein neues Handy hast jetzt. Ach ja, stimmt, ich hab ein neues Handy. Wo seh ich denn? Entschuldigung. Schultz. Kein Problem. Boah, ich hab ne super einfache Nummer. Was raus muss, muss raus. Dreimal die 5? Ja. Entschuldigung. Schultz. 3-3-7-7. Hä? 105 Kilo. Kann ich mir gut merken. Boah. 3-3-7-7, 105 Kilo. Auf der Handebank natürlich, ne? Genau. Der alles Muskeln, die du hast. Oh. Da ruft mich jemand an, ich weiß nicht, ob ich dran nehmen soll. Geh mal lieber ran. Nein, unbekannte Nummer, hab ich ja alle dran. Geh mal lieber ran jetzt. Nein, ich hab Angst davor. Du gehst da ran, das ist meine Nummer. Geh, geh ran. Hallo. Boah, du hast mich erschreckt, du Peller. Sag doch. Hab ich doch gesagt, dass das meine Nummer ist. Hör doch zu. Sag doch, dass du anrufst. Ich hab nur Phobie gegen unbekannte Nummern. Ach so. Geh, schmelz also an. Schmier das auf dem Brot, du Arschloch. Du bist ein Arschloch. Ja, komm, wir zeigen dir das Hotel. Dann kannst du einchecken. Erstmal einchecken noch. Bestimmt gibt's auch einen AT&T in der Lobby. Ich geh noch die Stadt erkunden. Kommst du mit, Twinkie? Ja, ich komm mit. Also mach nicht zu weit, ne? Wenn ihr hier vorne die Straße nach rechts runter geht, dann kommt ihr auch zu dem Würfelpark. Da vorne einfach rechts. Genau, dann einfach geradeaus. Oh, da sind nette Leute, die füttern dich mit Kuchen. Boah, das ist wirklich gut, ne? Also das ist auch ab und zu sehr komische Kreuze. Da gibt's einen Kuchenladen? Boah, ich hab den Kuchenladen gar nicht gesehen. Ja, aber du musst gar nicht dahin, ne? Da sind Leute, die geben dir den einfach, ne? Bis zum, geht nicht mehr. Wir müssen nicht mal zu dem Laden gehen. Ich hab so viel Kuchen heute bekommen. Oh, das war geil. Jetzt, wo du sagst, ein Stück hab ich noch, ne? Ich auch. Du Dicken, du. Oh nein, ich hab doch nichts mehr. Hast du gedacht, du hast noch einen? Jetzt ein Kuchen. Oh Mann, jetzt ein Kuchen. Schwarz-Werl-Kirsch-Torte. Apfel-Appelkuchen. Also, wollt ihr jetzt noch zuerst einchecken oder wollt ihr noch zum, zum... Ja, unser Bruder, ne? Ja, einmal einchecken. Ja, ihr könnt doch alle einmal kurz einchecken da. Schon mal, ne? Ja, kommt die Milch mal. Ich geh dann aufs Zimmer und ihr könnt da weiter. Nicht, dass ihr einfach ausgesperrt werdet, ne? Wir kriegen doch wohl einen Schlüssel oder sowas, oder? Ich glaube aber, wir müssen andersrum. Ich glaube, wir müssen andersrum. Ich glaube, wir müssen andersrum. Ich glaube, wir müssen andersrum. Andersrum. Oh, das ist aber vorbei. Nein, das geht hier. Das geht hier. Okay, okay, warte. Markus, sag, das geht hier. Aber hier sind wir doch schon die Erde drüber klettern. Nee, da geht's doch eine Treppe. Da ist eine Treppe gewesen. Da ist eine Treppe gewesen. Ja, da war eine Treppe da. Lisa, wie denkst du, wie wir ihn hier hochbekommen sind? Wir sind ja leider irgendwie immer Treppen. Ja. Meine einzige Schwachstelle. Du solltest ja eigentlich Rolltreppen hinbauen, ne? Ja. Das wäre auch viel angenehmer. Ich habe auch schon von einer Welt geträumt, wo auf dem Gehweg einfach nur Fließbände sind. Du musst dich gar nicht mehr bewegen. Wie am Flughafen. Ja. Boah, das war schön. Ich habe mich direkt willkommen gefühlt. Das ist die perfekte Stadt, ne? Ja. Das wäre die perfekte Stadt. Das ist die perfekte Traumstadt, ne? Halt die Klappe, wofür. Wäre dann zu gut. Boah, da können wir uns ja gleich schon wieder ein Taxi rufen. Boah. Vielleicht passt ja alle in Lisas Auto, ne? Ich wollte gerade sagen, zwei kriegen wir noch rein. Hier jetzt oder wo jetzt? Oder da hinten? Ich glaube, das sind beides Hotels. Drei Hotels. Das Hotel, da. Einmal da das Banner Hotel. Aber wir kriegen jetzt einmal hier das... Ich weiß nicht, wie das heißt. Das Banner Hotel sieht halt schon gut aus. Oder besser. Irgendwie. Ja, das Banner. Das hat oben eine Eistüte als Logo. Ich glaube, da sind wir willkommen. Der dir? Ja. Dann holt Lisa gleich das Auto, dann checkt ihr ein. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Stimmt, ich gehe mal gerade das Auto holen. Okay. Und die Stufen. Braucht ihr das? Brauchst du Hilfe, Tina? Ich muss aufpassen, dass meine Kniescheibe nicht raus springt. Ich habe nämlich eine Sportsverletzung. Ja, ich auch. Ich habe mich vor ein paar Monaten, kurz bevor ich eingereist bin, dann habe ich mich am Fuß verletzt während der Flucht. Ja, ich habe mir mal den Knirchel verstaucht beim Hotdog-Weltessen. Das ist was anderes. Ich bin auf dem Stein aus dem Kurscht und dann ein bisschen runter. Oh, bitte sag mir, dass das auch hier unten reingeht. Natürlich geht das dir. Das hat auch einen Fahrstuhl. Oh, geil. Zum Glück. Das hat auch einen Lastenaufzug. Das geht bestimmt auch. Du bist doch gar nicht dick. Ja, wenn ihr nachher kommt. Halt's Maul. Du bist ein Arsch. Du meinst Peanut, oder? Nein, du meinst Twinkie, oder? Nee, nee, nee. Wer bestellt sich denn immer aus dem Teleshopping-Kanal irgendwelches Kumpelzeug und dann verstaubt sie in der Ecke? Was war der mit dem Bauchwegmacher 3000? Wir haben da echt so eine Kellerparzelle angemischt gehabt für, ne? Der hat so einen Bauchwegmacher 3000 bestellt im Teleshopping-Kanal. Am Ende, das war so eine Rolle. Am Ende haben wir damit Schnitzel klein geklopft, anstatt damit zu trainieren. Oh, ein Schnitzel. Ja, und, hat doch geholfen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, Schnitzel war doch flach, ne? Und auf der Slim-Fast-Verpackung stand auch nicht, dass man nicht drei Liter davon am Tag trinken darf. Aber was soll ich machen? Ja, und vor allem steht da nicht bei, dass man keine Pommes da reintumpfen darf. Wieso, das soll ich machen? Und wenn du mehr davon nimmst, macht dann mehr fit. Ach, das ist doch alles Geldmacherei. Das macht mehr fit, wenn du davon mehr tust. So, du checkst dir ein. Das weiß doch jeder. Brockel. Winnie, du checkst dir ein. Ich gehe jetzt hier rein. Okay. Ne? Ja, dann bis nachher auf dem Zimmer. Ja, bis nachher auf dem Zimmer. Für uns in den Sweet, wo wir alle drei schlafen können. Ich gucke mal, was in der Minibar ist doch. Dann bieten wir einen... Ne, lass die Finger weg von der Minibar. Wie? Denk an dein Training, bald ist das große Spiel. Oh, ich will aber. Ich hoffe, bis nachher, ne? Ja, bis nachher. Hau rein, Winnie. Hau dir selber rein. Und lass dir eine Minibar übrig. Wir kommen nachher wieder und dann ist nix mehr da. Ich glaube, wir müssen das Gewicht irgendwie verteilen, ne? Ja, einer links, einer rechts. Dann bis gleich. Passt. So. Direkt tiefer gelegt, das Auto. Hätte ich nie kaufen müssen. Hallo, das ist... Fettshaming. Das ist... Schau mal, dafür ist doch der Hexräuler da, ne? Einfach, dass wir besser beschleunigen können. Mehr nicht. Mach einfach bitte das Fenster auf. Mach bitte das Fenster auf. In meiner Heimat haben sie mich büffelt, ne? Wasserbüffel. Machst du rechts auch mal das Fenster auf? Es klemmt los. Womit ihr denn, wir gehen zu essen? Also. Wo wolltet ihr hin? Zu dem Kuchen, ne? Ja, zum Kuchenladen. Nie wieder Burger für dich. Ne, das war noch das Eichhörnchen aus Arizona. Was? Gott, Hölle. Ich hab, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, hab ich ein Eichhörnchen gefunden. Auf dieser Straße, auf dieser schnellen Straße. Und was hast du mit dem Eichhörnchen gegessen? Ich hab's gegessen. Ich war unterzuckert. Und dann ist der Eichhörnchen. Aber Eichhörnchen ist doch kein Zucker. Na klar, die haben doch Nüsse gegessen. Denn Nüsse ist Zucker. Das stimmt. Und hier gibt's einen Kuchenladen. Ja, hier gibt's einen Kuchenladen. Genau, einfach da vorne irgendwo. Das finden wir schon. Ach, die waren immer wieder breit. Oh Gott. Der wäre spätestens kaputt gegangen, wenn wir wieder durchgemusst hätten. So, ne? Aufpassen. Wir fahren auch, ob das Auto ist vorbei hier. Geht's, Peanut? Ja, ich muss... Ich hab nur Seitenstechen. Gut, dann können wir uns da vorne gleich... Da gibt's genug Bänke, dann kann sich ja gleich hinsetzen. Boah, da wurde doch mal Zeit. Ja. Oh, der hat ein Fahrrad. Ja, aber da muss man sich auch bewegen. Das ist ziemlich anstrengend. Ja, aber du kannst radeln und dann kannst du so ausradeln lassen. Ja, aber... Vielleicht gibt's auch ein E-Bike. Boah, das wäre eine gute Idee. Boah, so ein E-Bike ist echt eine gute Idee. Was macht der denn? Ach du... Ähm... Bestimmt Fahrradkünstler. Was glaubt? Hallo. Was geht ab? Boah, du kannst aber gut Fahrrad fahren. Na recht. Und das sogar ohne Stützräder. Ja, ohne Stützräder, ne? Puh. Heftige Sache. So, wo ist der Kuchenladen? Da vorne. Na, da oben. Oder? Ah, okay, gut. Da war's doch richtig. Puh, sag das doch so. Hallo, wir sind hier wegen dem Kuchen. Nee, noch eins weiter. Ach so. Entschuldigung. Das waren die falschen Leute. Oh, ich kann's schon. Oh, ich riech's auch. Ich könnte mich jetzt schon damit einschmieren. Ich glaube aber nicht, dass die Holzstühle ausreichen werden. Ach, das ist... Das ist gute deutsche Eiche. Das passt schon. Hm. Hat man mir sagen lassen. Natural. Smooth piece. Grub. Wet. Die verkaufen Gras. Die verkaufen Haschrauschgiftzigaretten. Nee. Aber da steht Wet Gras. Geh mir doch erstmal hin und dann schauen wir was. Frag doch nach und frag, was das ist. Schau, wir lassen den ganzen Kuchen auf dem Blech haben. Ey, die sitzen hier an meiner Form. Die Sitze sind ja cool. Mensch, setz dich mal gerade hin. Tut ja der Rücken weh. Ich sitze gerade. Okay. Ich hasse Schlangen. Stängel mich vor. Nee, nicht vordringen. Das macht man nicht. Hallo? Hallo. Hallo. Kann man was für mich tun? Achso, wollt ihr auch was? Hallo? Lass den anderen Auen noch was über. Oh. Ist das kein Selbstbedienungsladen? Nein. Der Zuckerguss kostet jetzt 1000 Dollar. Oh. Oh, ich hab, ähm, drei Schokodonuts gegessen. Gibt's hier nicht. Vier Stück Kuchen. Ja, die waren ja von mir. Bis gleich. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Ähm, Entschuldigung? Ja? Ich weiß nicht jetzt, was ich alles verdrückt hab. Ja, alles, was Zuckerguss hatte, was da stand. Kannst du ja mal eine Rechnung ausstellen. Nee, nicht alles, da ist nur was übrig. Wohl mal den Paun nach. Du brauchst, glaube ich, einen Nachschub. Ja, ich hab noch Hunger. Das war nur für einen hohen Zahn. Der kann sich ja noch was kaufen. Okay, dann stell ich mich an. Müsst du uns anstellen, ich hab aber voll genascht. Spürst du meinen Bauch? Spürst du den? Soll ich ein bisschen Barry White auflegen? Ja. Ich glaub, Lisa und Markus schämen sich für uns. Ja, aber dafür gibt's doch keinen Grund. Hä? Ey, wie viel hab ich heute schon gegessen? Gar nicht so viel. Wie hungrig seid ihr? Das siehst du uns doch an. Wie hungrig ihr seid? Ich hab richtig viel Hunger. Boah, ziemlich hungrig, ne? Okay. Ich fall hier gleich vom Fleisch. Ohne Scheiß, ich bin gleich voll magersüchtig. Ich merk das schon. Ja, ja, okay. Geht was weg. Ich sag dir eben Bescheid. Moment. Ja, aber bitte schnell, ne? Willst du was zu naschen? So geschnuteln? Oh, ja. Ja, komm. Ich hab hier nur was. Da. Erst mir gemeinsam, wie in diesem Comic. Mit diesen Nudeln. Okay. Wann? So, möchtest du die Speisekarte haben? Hallo. Hallo. Wollt ihr die Speisekarte haben? Ja, hab ich schon gehört, ihr habt Kuchen. Ja, Käsekuchen. Boah, für Käsekuchen. Ja, warte, ich such mal eben euer Bluetooth-Signal. Käsekuchen. Bluetooth, ich kenne mich mit dem Handy-Gedünn nicht aus. Ach doch, das schafft ihr schon. Bluetooth. Ich glaub an euch. So, das ist schon mal... Ich glaube, ich hab meine an. Mein Bluetooth-Signal-S-Fitnessprogramm. Glaube ich. Also einer von euch beiden hat auf jeden Fall schon Spaß. Ja, 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 hab ich hier. Sehr gut. Eine reicht. Die Twinkie sagt mir dann, was ihr habt. Dann brauchst du nicht so lange mein Handy suchen. Ach. Kaffee. Kaffee-Crema. Kaffee-Milch. Kaffee-Zucker. Kaffee-Milch-Zucker. Cappuccino. Espresso. Und wir... Ach, komm. Kommen wir zum Essen. Omas gedeckte Apfelkuchen. Das ist mein Mädchen. Rababakuchen. Früchtekuchen. Erdbeerkuchen. Käse-Kuchen. Ja. Bienenstrich. So, die haben ich dir gerade auch geschickt. Okay, danke schön. Bitteschön. Ja. Oder so. Was haben wir noch, Twinkie? Haben wir auch Kaffee-Kuchen? Muffin. Blaubeere. Rosinen und Schokostückchen. Nussecke. Kokos-Makronen. Oh, Nussecke. Und Eclair. Nussecke, geil. Ja. Da krieg ich schon wieder Hunger. Oh, ich auch, ey. Oh, Nec, komm, jetzt ess doch nicht vor mir. Das ist doch einfach nur gemein. Ja, ich kann doch teilen. Hallo, Frau Kuchenfachverkäuferin. Ja. Wie geht's Ihnen? Danke, ganz gut. Und selber? Ja. Mir auch. Ja, das ist schön. Möchtest du jetzt auch was haben? Ja. Was für eine Torte nehmen wir? Verkauft ihr auch ganze Torten? Ähm, das wären acht Stücke. Die ist dann, klar. Weil auf jeden Fall vom Käsepuchen. Acht Stücke? Wir bekommen eine ganze Käsetorte. Ja. Wären acht Stückchen, okay. Ja, dann hätte ich gern ein Muffin mit Schokostückchen. Könnt ihr da extra viele reintun, weil ich bin echt, boah, Schokolade ist voll. Da sind schon ganz, ganz viele drin, ehrlich gesagt. Aber mehr ist immer besser. Ja, aber die sind ja schon fertig gebacken. Ich hab nie die Trinkie. Schade. Wir bestellen einfach vier Muffins und dann drücken wir die zusammen. Ja, gut. Dann einmal vier Muffins. Vier Schokomuffins. Vier Schokomuffins. Okay. Moment, das sind nicht alles. Ja. Alles gut. Ja, was? Also eine ganze Käsetorte. Genau, die habt ihr ja schon. Boah, Bienenstich würde ich auch gerne haben. Ja, und noch eine ganze Bienenstich, bitte. Und eine ganze Bienenstich. Ja. Alles klar, machen wir. Äh, ja. Weiß nicht, willst du noch was zu trinken? Das ist echt wenig, ne? Eigentlich schon, ja. Habt ihr Kakao? Ne, leider nicht. Was waren die Getränke nochmal, Twinkie? Ähm, Früchtetee, Pfefferminztee, Glühwein, Glühwein mit Amaretto. Glässe amaretto. Ähm, da ist nichts mit Schokolade, ne? Leider nicht. Das ist nicht durch den Zoll gekommen. Ja, also Kaffee mit Zucker mit Zucker. Kannst du eine ganz große Tasse Kaffee machen? Mit Zucker, aber ohne Kaffee? Aber vielleicht auch ein bisschen Schoko drin. Schoko haben wir, wie gesagt, leider noch nicht. Dann einfach zwei Tassen mit warmem Wasser und so 20 Würfel Zucker rein. Ja, das wäre gut. Bitte. Okay. Wir zahlen noch extra dafür. Zwei Tassen bitte. Okay. Ja. Ja, und dann dieser Apfelkuchen, ne? Der Omas gedeckte Apfelkuchen, der ist richtig geil. Ist das warme oder kalte Apfelkuchen? Der ist ein bisschen warm. Ja, dann her damit. Der zergeht auf die Zunge. Ja, wie viele? Wie viele Stückchen möchtet ihr? Alle. Alle, wollte gerade sagen. Alle? Also ein ganzer Apfelkuchen? Ja. Gut, also auch wieder acht. Fling nicht so. Nicht, dass du die wieder in die Finger beißt. Das war's? Das war's? Die hübsche Dame mit dem gelben T-Shirt. Das war's erstmal. Gut. Mach dann insgesamt 1160 Dollar. Ich bereite das dann eben alles vor. Ja, super. Ich zahle. Wenn mein Konto gedeckt ist. Ach, bestimmt. Bei wem muss ich zahlen? Bei der Dame dann auch gleich. Ach, gleich. Dann geh ich mal kurz zum Geld. Das geht per Karte. Das geht per Karte. Ja, ich muss allgemein wissen, wie viel Geld ich noch hab. Nein. Nur zu, ne? Twinkie? Ja. Lass dich hier von den Stechern nicht anquatschen, ne? Du weißt, die wollen nur an deinen Speck. Aber du gehörst mir. Ich weiß, ich weiß. Keiner liebt deine schwitzende Falte so wenig. Deine Bauchfalte. Bis gleich. Es macht so Fock. Der Kuchen ist leider ausverkauft. Hallo. Ich hab alles gegessen. Glaub ich dir so, wie du aussiehst. Ja. Die sind aber böse. Nämlich fette Sau. Glaub ich dir, wie du aussiehst. Frechdachse. In Los Angeles sind sie alle hübsch. Ja, ja. Dumm, Idioten. Es ist nur ein Spiel. Warum musst du dich schade sein? Nee, es gibt keine Anglerklamotten für den. Es gibt den gleichen Skin noch mit Anglerklamotten, aber... Das wäre deftechnisch zu viel Aufwand. Das reinzubringen. Ja, Joshua, aber das spiegelt halt die Leute wieder so, ne? Ich denke mal, das ist im echten Leben nicht anders. Dass Leute aufgrund ihres Aussehen einfach... ...runter gemacht werden. Obwohl das voll die tollen Menschen sind. Aber genau solche Leute wie der Typ gerade soll sich einfach ins Knie ficken und sich löschen gehen. Ganz einfach. So. 12.700 Dollar, okay. Das ist einfach Schmutz. Was los, Vater? Juckt die Fresse oder was? Ja, schau ich den Bart mal in. Gibt genug, die ist nur ihr Leben, ja. Die sollen sich aber nicht unterklingen lassen. Das sind die hässligere Menschen, die so unterwegs sind. Die sehen noch zu 90% selbst aus. Wahrscheinlich schon, ja. Na, du hübsches Kind. Na, du? Kann ich dich auf eine Torte einladen? Oh, nee. Ich hab noch Kuchen dabei, danke. Ach so. Ganz nett. Kann ich den haben? Möchtest du den haben? Ja, bitte. Ja, klar. Das ist nett von dir. Lass mich mal gucken. Findest du mich auch zu dick? Ach, Quatsch. Ich werd dann da unbeleidigt. Warum? Der eine hat grad fette Sau zu mir gesagt. Ihhh. Bei dem anderen hab ich grad gesagt, der Kuchen ist ausverkauft. Dann sagt er, so sieht's auch aus. Vollidiot. Ja. Gib dich nicht mit solchen Leuten ab. Nö. Nö. Dankeschön für den Kuchen. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. Hab einen schönen Abend. Ja, du auch. Ich bin in Pisse getreten. Nochmal. Nochmal. Gute Dame wartet schon sehnsüchtig aus dir. Ja, ich kann nicht so schnell. Dankeschön. Was geht? Was geht? Du bist weiß. So, der Herr. Hallo. So, wir können mit Karte machen. Wenn dann 1160. Okay, ich zahl mit Karte. Ja, gerne. Peanut, was hast du denn angestellt? Was denn? Wir haben Essen bestellt. Und was? Alles. Ganze Torten. Möchtest du auch ein Stück? So, einmal bitte Karte drauf. Super, vielen Dank. So, dann fangen wir mal an. Einmal die vier Muffins. Ja. Dann die Torte Bienenstich. Boah. Sieht sich aber lecker aus. Die Torte Käsekuchen. Dann der ganze Apfelkuchen. Apfelkuchen. Ja. Und zwei Tassen vorsichtig. Es steht zwar Kaffee dran, aber das ist einfach nur heißes Wasser mit Zucker. Wie gewünscht. Dankeschön. Bitteschön. Guten Hunger wünsche ich dann. Danke. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Ja, das ist ja gut ein Platz. Du kannst dich vorne hinsetzen. Ja, ich hab dir eine Bank gesehen, da ist Platz für mich. Ich glaube auch ganz schön. Ja, Bank ist, glaube ich, gut. Darf man nach außerhalb essen? Ja, sicher. Dankeschön. Wir kommen gleich wieder, wenn wir fertig gegessen haben. Ja, gerne. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich warte. Komm, Markus, du kannst auch Torte mit essen. Alle beleidigen uns. Irgendwo, äh, Lisa ist kurz rauchgegangen nochmal, ne? Ja, die steht am Rauchen. Ja, das ist... Puff, puff, pff. Die braucht manchmal eine Pause einfach, ne? Also, kann ich verstehen. Weil ich reich genug, würde ich mit Zigaretten kaufen. Äh, Zigaretten. Nein, lass das lieber sein. Ja, ab und zu mal zur Beruhigung, ne? So. Ich hab... Ja, warte, hinzell nicht. Bienenstich, Apfelkuchen, Käsekuchen. Du musst ganz kurz den Vanilletmeer-Shake und 2 noch trinken. Twinkie, welchen Käse willst du zuerst schlaborieren? Kuchen, meine ich. Äh, ganz kurz, hast du schon serviert? Boah, kannst du mir den Apfel und den Käsekuchen aufeinander tun, ne? Und dann würde ich so eigentlich heimweißen. Hast du gehört, was der gesagt hat, Twinkie? Ne. Ob wir schon servierten haben? Hast du schon mal was gehört davon, wenn man den Finger bleckt? Nein, das meine ich. Ich meine nur, wenn jetzt zum Apfelkuchen was runter tropft, ne? Auf das T-Shirt. Ja, das fang ich auf. Achso, das ist vom T-Shirt dann weg. Ja, weil sonst sind ja Fleck drauf und dann klebt das ja, ne? Und das ist halt einfach unangenehm. Aber das muss kleben. Ja, aber stell dir das mal bei deiner Frau, wenn das in den Ausschnitt reinfällt. Weil das klebt alles. Das ist für später. Ja, genau. Das ist unser Trinkspiel. Achso. Angeln mit der Familie Smolz. Jetzt verstehe ich das Video für euch noch. Also. Das ist aber noch gar nicht klar. Der Markus, habe ich gerade rausgehört, der mag Apfelkuchen. Ja. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Und nun, du hier, hatten drei große Stücke. Boah, das ist... Hatte ich so viel überhaupt essen? Hallo. Hallo. Das ist der Eisverkäufer. Hallo, Mr. Eisverkäufer. Du bist der Eisverkäufer. Nein, du. Ich? Wer denn jetzt? Hä? Das sieht doch aus wie ein Eisverkäufer. Ich verkaufe doch kein Eis. Also irgendwoher kenne ich. Ich habe deinen Namen wieder vergessen. Kaldelgraf heiße ich. Genau. Du warst bei Haralds Hochzeit. Wie bitte? Du warst bei Haralds Hochzeit. Ja, natürlich, ich habe die gehalten. Ach so, okay. Ich muss mir ganz kurz reserviert, damit das nicht auf mein Anzug trug. Weißt so, ich habe auch noch ein Stück Pizza. Möchtest du die nehmen als... Na klar. Ach so, ich dachte... Gib uns die bitte, 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 bitte. Kann ich die Pizza haben? Du, die Twinkie nimmt dich im Arm. Nimm ich. Hm. Los, Twinkie. Ja, komm her. Alle, grüß dich. Grüß dich. Da ist ja schon wieder dieser Opa. Oh, danke schön. Willi, ich habe neue Freunde gefunden. Das ist die Twinkie. Und wie bist du? Wer war böse für euch? Ich heiße Peanut. Peanut und Twinkie. Ja, genau. Ja, die habe ich kennengelernt eben. War lecker bei Kodis. Entschuldigung. Warte. Also Twinkie, welchen Trott willst du? Ja, ich würde gerne so ein Sandwich aus Käse und Apfelkuchen haben. Ja, Ronny? Wenn du mir das so zusammendrücken könntest. Käse und Apfelkuchen? Ja. Hi. Ich drücke dir das zusammen. Hörst du dein Trinken auch? Geil, danke. Peanut, hast du das auch bezahlt? Ja. Ich habe mir Karte gezahlt. Möchte noch jemand ein Stück... Eigentlich teile ich ja mein Essen nicht. Aber? Ich glaube, da kommt kein Aber mehr. Ach so. Aber ihr seid meine Freunde, glaube ich. Ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen. Ja, ja, ja. Weißt du? Ein ganz weiser Mensch hat mal was gesagt. Sollten alle Stricke... Nein. Okay. Sollten alle Stricke reißen, bist du einfach nur zu fett für die Schaukel. Und das ist mein Lebenssprichwort, weißt du? Aber eine Schauke hat Ketten. Es gibt kein zu fett. Wie bitte? Es gibt kein zu fett. Das finde ich auch, weißt du. Ihr beide passt auch zusammen wie die Faust aufs Auge. Ja, soll ich euch ja mal erzählen, wo wir uns kennengelernt haben? Hast du schon erzählt? Was habe ich denn nochmal erzählt? Erzähl das. Ich glaube, der möchte das auch hören. Dann erzähl du die Geschichte, Lisa. Ich bin kurz in der Servierter. Nee, erzähl du. Ich glaube, das ist schöner, wenn du die erzählst. Das anstrengend zu reden. Die erzählen gerade die Geschichte, wie die sich kennengelernt haben, die beiden Schikonier. Also bei uns in Arizona, in unserem kleinen Dorf, da gibt es eine Skate-Halle. Da kann man Skate-Dings fahren. Die Dinger an den Füßen. Peanut, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Also, bei uns in Arizona, da gibt es so eine Skate-Halle. Da kann man so jeden Freitag ab 19 Uhr skaten. Mit diesen Inline-Dingen. Aha. Und da gibt es auch einen Pommes-Stand. Die machen den besten Pommes. Okay. Und ich wollte mir Pommes holen. Und ich wollte Mayonnaise haben. Und habe so eine Mayonnaise-Tüte gegriffen, die da so rum lagen. Und die Twinkie auch. Am gleichen Abend habe ich dir noch so einen Lutschring gekauft. Aus dem Automat. Aber der hat ja dann noch nicht sofort geredet, ne? Dann wollte er weggehen. Und da habe ich ihm ein Beinchen gestellt. Dann ist er hingefallen. Hat sich aber an mir festgehalten. Dann bin ich auf ihn gefallen. Ja, dann kamen wir erstmal nicht hoch. Ja, und dann mussten wir uns unterhalten, gezwungenermaßen. Kurze Frage. Seid ihr da habt ihr euch das reingestellt, während du mal wieder weggelaufen bist? Ja, ich wollte wegrennen. Ich war schüchtern. Bist du denn jetzt immer noch schüchtern? Nun, jetzt nicht mehr. Warum denn nicht mehr? Ich habe gelernt, offen mit meinen Mitmenschen umzugehen. Da hat sie recht. Aber Lisa hat vorhin gesagt, ich bin frech. Ich bin frech? Bist du doch gar nicht. Das stimmt. Sie haben zu einer EMS-Mitarbeiterin gesagt, sie hätte das EMS-Auto geklaut. Wollte die auch. Nein, wollte sie nicht. Die war dann mit ihren Big-Stiffeln zu Dings. So Gange. Hey, Carla. Grüß dich, James. Guck mal, ich habe hier zwei nette Freunde kennengelernt. Oh, hallo. Ich will das mal drücken, mein Sexy Boy. Ja, perfekt. Ich bin noch nicht sexy. Bist du ein Zauberer? Äh, nee, tatsächlich. Oh, mach mal kurz, ich guck mal nochmal schnell in den Zylinder rein. Nein, die gibt mir das. Geh ich, 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 ich. Nein, nein, nein. Die kann nicht so hin, um dich zu fassen. Hattest du einen Handball an? Oh, da war ein Handball drin. Was war das denn? Weißt du, ich dachte, das wäre Geld. Das sieht, das ist das Mädchen, die hat mir eine Torte geschenkt. Ich lache. Du bist super dupe netz. Hm, willst du lieber einen Ravarberkuchen oder? Bah, geh weg mit so einem Öko-Scheiß. Oder lieber einen Bienenstich. Du, ich guck mal jetzt ins Haus, ich wünsche euch einen schönen Abend, wa? Nein, will ich nicht. Ja, wünsche ich dir auch. Macht's gut. Tschüss. Wollt ihr uns auch beleidigen, dass wir dick sind? Ach, so dick bist du doch gar nicht. So, das ist mein Bruder. Also der Hade ist viel dicker. Ich meine, ich überlege gerade zwei zu zweit die ganze Bank, aber ist okay. Na und? Könnt euch doch, ist doch super alles. Das ist der Charakter, die brauchen viel Platz. Ja. Versteh das hier mit dem Handy nicht. Wenn ich auf die vier drücke, drück du auf die sieben. Ja, das ist ganz komisch. Hm. Das klingt, das klingt gar nicht an dir. Kannst gucken, ob du das größer einstellen kannst. Habe ich schon einen Degung. Na, wenn du die vier drückst und die sieben kommt, musst du auf die acht drücken, damit die eins kommt. Boah, du bist so ein Genie. Ja. Klappt's? Woher kommt ihr denn, wenn ich fragen darf? Was? Woher kommt ihr? Wir kommen aus Arizona. Arizona? Ja. Boah, wie lange bist du denn von da aus geflogen? Weiß nicht, ich wurde betäubt, als ich im Flugzeug war. Warum das denn? Damit ich mich nicht bewege und das Flugzeug seitelagert. Ja, da, da, äh, okay. Die haben mit so einem Elefantenschuss auf mich geschossen. Beide oder was? Weiß nicht, Twinkie schon länger. Wir sind ja eigentlich in einem Flugzeug, da haben die uns gar nicht reingelassen. Wir durften nicht zusammenfliegen. Wir mussten geteilt. Ja, die heißt Twinkie. Und du? Peanut. Twinkie und Peanut. Mhm. Hübschesste Paar bei uns im Dorf. Mhm. Der Rest ist mit uns verwandt. Er hat eben erzählt, in seinem Dorf gibt's nur fünf Frauen. Das stimmt. Uh, da ist die Auswahl nicht groß. Da muss man nochmal Abstriche machen. Da bin ich das Dorf, sag ich. Und dann nimmt man sich natürlich die Beste. Peanut. Wie viele Frauen gibt's hier? Äh. Äh. Wahrscheinlich kriegst du sehr viel mehr. Eine. Nee, zwei. Stimmt, zwei. Wir waren vorhin an so einem Bürgerladen, da waren sehr asoziale Menschen. CK? Oder was? Ich glaub schon, dass er so hieß. Warum war mein CK? Aha. Warum ist das alles super? Hättest du mir gesagt. Orange-Lila war das, glaub ich. Ich weiß nicht mehr, wer Orange-Lila ist. Boah, ich führe dich jetzt. Wer war Orange-Lila? Leute, die dich gezankt haben. Nein, die waren blau-orange. Waren die blau-orange? Das haben die getragen. Blau-orange, okay. Ich weiß, okay, okay. Asoziale. Ja, richtig asoziale. Da hau ich nächstes Mal einfach zu. Ich glaub, du brauchst eh nur einen Schlag geben. Der liegt eh am Boden. Pilego? Ja. Oh. Ja, bitte. Der vielleicht auch wenn ich übrig. Na klar. Was willst du? Ich glaub, jetzt liegt er mal, ne? Boah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was möchtest du? Ich hab's jetzt auch akustisch nicht verstanden. Ich hab, glaub ich, noch was. Ist nur Kleingeld oder so. Der sieht aus wie unser Onkel. Ganz ehrlich, ich geb dir nur Geld, wenn du damit in die Chirin kaufst. Äh. Nee. Ich hab gar kein Bargeld dabei. Nee, mach ich doch nicht. Bist du grad nüchtern? Ja. Das riecht man, dass du nüchtern bist. Das riecht man. Ach. Wo, atme kurz. Woher kommst du denn jetzt her? Und wo bist du denn eingereist? Oder wenn du überhaupt eingereist bist. Was? Wo bist du, von woher kommst du schon immer hier? Ich hab keine Ahnung, wo ich herkomme. Achso. Seit wann bist du denn hier? Von da hinten. Ja, stell mal vor, du wärst von da gekommen, dann wärst du ja nicht von da hingekommen. Dann, dann, dann wär das ja, dann hättest du mich hier gar nicht erschrecken können, weil dann wär ich ja von da gekommen und du wärst von mich von da gekommen. What the fuck? Was? Was? Hä? Der sieht aus wie mein Onkel Sidney. Wer ist Sidney? Mein Onkel. Ah. Ich glaub, der ist ein bisschen nervös. Bist du Sidney? Ja, warum denn wohl? Der braucht so ne Droge, ne? Der braucht den goldenen Schuss. Willst du ein Stück Käsekuchen? Ich brauch Kleingeld. Ja genau, Twinkie, mach mal ein Foto. Ne, hör bitte auf. Warte, ich will auch ein Foto mit dem. Bleib mal stehen. Wir müssen ein Stück zu weiter rück, damit die mich komplett auf ein Bild kriegt. Komm her. Kannst du ne coole Geste? Ich glaub, du musst noch ein bisschen weiter zurück. Noch weiter. Er hat Witz von Wälder. Du musst halt auch Sand die Seite schalten. Opa, willst du auch mit aufs Bild? Äh, ja, warum nicht? Komm, Twinkie, komm. Da darf ich mit drauf? Na klar. Okay, sag Cheeseburger drauf. Teigen wir jetzt den Finger. Cheeseburger. Cheeseburger. Aha. Noch ein. Bin ich drauf? Der Hetz schlägt für der Fzickerle, für den Star-Club am Ring. Ich glaub, wir sind fertig. Perfekt. Super, danke. Schöne Bilder, danke schön, Freunde. Können wir daraus ne Postkarte machen? Habt ihr jetzt nur ein bisschen Kleingeld? Nein. Ja, komm. Für dein ästhetisches Gesicht, für dein ästhetisches Gesicht hab ich immer ein bisschen was. Mach mal Platz, Twinkie. Ja? Was möchtest du und wie viel Dollar? Ich hab noch 7500 bei mir. Ja, nehm ich wenig. Okay, super. Kann das sein, dass die Bank durchhängt? Äh, ist schon tiefer geworden, ne? Was sagst du? Bisschen tiefer geworden. Ja, aber... So. Auch das geht schon. Bitteschön, der Herr. Kaufen Sie sich was Neckeres. Und wollen Sie noch etwas Kleines Süßes von mir bekommen? Ne, da ist der Würfelpack. Aber das hier ist 7000 wert. Bitteschön. Oder auch Stadtpark genannt. Stadtpark. Und hier kann man sich rund treiben? Hm. Wenn du nix zu tun hast und keinen Job umsonst, kannst du hinkommen. Oh ja, gestricktes Zeug ist das beste Zeug. Gestricktes Zeug, what the fuck, Alter? Also ich hätt gern einen Job, aber wir sind nur im Urlaub hier. Du kannst ja auch nur... Du kannst ja trotzdem arbeiten. Aber wer arbeitet denn in seinem Urlaub? Oh, der K... Oh mein Gott, der ist Zauberer. Kommt der, Frau, was? Was? Was zum... Ich glaub ich muss... Oh mein Gott. Hier sind sehr seltsame Menschen unterwegs. Der ist Zauberer. Dann willkommen am Würfelpark. Ist das hier immer so? Ja. Why you have to be mad? Da ist schon wieder dieser Oper Twinkie, der hat dich beleidigt, ne? Stimmt, du warst der, der dich verarscht hat. Du hast gesagt, da hinten ist Justin Bieber aus dem Autogramm von... Das war gar nicht Justin Bieber. Doch, das war Justin Bieber. Der meinte, er hat's dir einfach nur gesagt und unterschrieben. Der hat dich verarscht. Der Penne, dann kann ich das wegschmeißen. Dann hat er mich angelogen. Ja, der meinte, der tat mir leid. Ich hab einfach gedacht, ich bin das. Das ist meine Verabredung. Das ist meine Tochter. Mit der gehst du zu nem Date? Ja, wir waren lecker essen. Und sind, äh... Können spazieren gefahren, in nem schnellen Auto. Da ist schon wieder der Heli. Ja. Ich hab Angst vor dem. Warum? Weil da einer eben abgestürzt ist? Ne, ich bin mal über den Bauernhof gerannt. Da kamen Mausen und Teilen hinter mir und ich hab mich geschossen. Glaub ich. Wir waren jetzt bei Codys und hab noch keine Gangs gesehen. Das stimmt, in der Broschüre stand, hier gibt es Gangs. Ja. Ihr wollt Gangs sehen. Ja, wir wollten ein paar Fotos machen. Ja, wir wollten Fotos machen. Für unser Erinnerungsalbum. Oh, da hätt ich den richtigen Fleck für euch. Fleck? Ja, also den richtigen Platz. Ach so. Moment. Ja, bei Codys waren wir schon. Ja, Adi. Richtig, da mein ich... Ja, bei Codys, die Leute, die da in den... In orange, blau hat sie gesagt. Das sind Gangs. Das war ein Gangs? Das war ein, glaub ich. Von denen hab ich kein Foto gemacht. Ne, von denen wollen wir auch keinen. Das sind asoziale. Ja, das stimmt. Aber sind Gangs nicht immer so? Ich weiß nicht, ich hab noch nie ne Gang gesehen. Doch, jetzt schon. Bei uns gibt's die Lanchis, aber das ist keine Gang. Sondern? Das ist so ne Familie. Ja, da gibt's ja auch nur Familien. Die heiraten untereinander und so. Richtige Rednecks. Genau. Hi, li, li. Ei, ei, ei. Was kann... Was gibt's noch für Sehenswürdigkeiten hier? Genau, ich hab noch gar nichts gesehen. Ja, ich hab auch noch nichts gesehen. Der Büchse kennt sich bestimmt gut aus. Dann ruf den Büchse doch an und frag ihn. Aber ich hab Angst vor dem. Was, Angst? Wieso das denn? Der klingt wie der eine Typ aus diesem Hollywoodstreifen mit dem Laserschwert. Nein, ich glaub, Büchse ist ihn lieber. Ich bin einfach da. Der Typ. Der mit der schwarzen Maske. Aus diesem kumisch-treckigen Porno. Ja, dann ruf den doch mal an. Aber ich hab... Ich hab Angst vor dem. Ja, willst du was sehen oder nicht? Können die uns nix zeigen? Ihr seid normal. Hä? Und willst du denn? Weiß nicht. Was gibt's denn hier so? Gibt's hier ne Kartenbahn? Ne Karten. Boah, ich... Schwierig. Ne. Gibt's hier nen Kinderschpielplatz? Ja. Ja. Passen wir auf die Schaukel? Ne. Ja. Schwierig. Muss ich das auch wieder streichen? Gibt's nen Schraubenbahn? Aber hier muss es doch irgendwas zu sehen geben. Böse. Ähm. In ner halben Stunde kommt der Geist. Was für ein Geist? Gibt ein Geist. Ja, auf dem Berg der, ne? Ein echter Geist. Ja, genau. Ein echter Geist. Können wir den sehen? Können wir den sehen? Ja, wir können da hinfahren. Das ist in ner halben Stunde. Ja, da müsst ihr nen Berg hochlaufen, ne? Gerne. Okay, wir bleiben lieber hier. Das dachte ich mir. Ich hab nen Büff da, aber man kann da trotzdem hoch. Ich hab zwei... Wie heißen die Dinger? Mit V? V. Es gibt viele Autos mit V. Ja. Wenn das auch. Ich hab nen Guardian. War Grand. Verkehrsunfer. Du bist doch die Boxerbraut, oder? Du bist doch die Boxerbraut. Malzweiß. Hallo. 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 Ist das auch so einer von so ner Gegend? Hi. Den fragen, keine Ahnung. Äh, Latif? Fotografier den einfach, Twinkie. Latif? Das stimmt mit dir, Latif. Ah, du bist das geil, aber es geht. Warte, ich muss posen. Ey. Komm, wir machen so. Ja, Mann. Latif. Ich will auch mit auf Foto. Komm, komm. Latif, ich geh n bisschen zurück. Ich mach so. Ne, so. Ja, so. Oh, ne, so. Warte, ich brauch ex... Ja, jetzt, jetzt. Oh, ich heb dich hoch mit einem Arm. Okay. Mit einem Finger. Cheeseburger. 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 Hallo. Was machst du, Latif? Was machst du, Latif? Wo verliebt der Arsch? Das ist der Mann. Können wir uns den Geist angucken, das Geisterhaus? Geist? Das ist kein Geist, das ist an einem Berg. Ja, Geisterberg. An welchem Berg? Ey, glaub doch, kein Berg jetzt hoch. Aber die haben doch... Ey, wir können den auch von unten sehen, aber halt nicht so gut. An welchem Berg? Ja, wo? Na, hinten bei dem, äh... Bei dem Kürbisfeld. Boah, kannst du auch rumzuhübsen? Ah, wo genau ist der Geist? Sonst knallt's gleich. Sollen wir gucken gehen? Ich meine, der kommt um 23 Uhr. Popel dir in der Nase. Boah, ich hab den noch nie gesehen. Ja, dann lass uns jetzt los, ne? Sollen wir da hinfahren? Ja, dann fahren wir da hin. Okay, dann kommen wir mit. Attacke. Ach, was machen Sachen? Willi, willst du mit? Komm, den Geist sehen? Komm, den Geist sehen? Komm, den Geist sehen? Ja. Ja, finden die dort. Komm, alle. Na, wir gucken halt. Oh, der ist ganz hinten. Oh. Das ist viel zu weit. Oh, nee, jetzt kommt die Stufe wieder, die ich nicht sehe. Oh. Vorsicht. Lauf einfach rückwärts. Warte, oh Gott, ich glaub, hier kommt sie gleich. Kannst du? Ja, ja, komm, komm. Kommt sie? Ja, jetzt. Pass auf. Hier kommt noch eine Stufe, Vorsicht. Oh je. Du musst rückwärts drunter laufen. So. Zack. Oh Gott, ich kann nicht rückwärts laufen. Komm, du schaffst das, Twinkie. Oh. Wir schaffen das schon, auf den Berg zu kommen. Wenn wir einen echten Geist dafür sehen. Ach, wenn die das Auto mal da hochkriegen. Da, die versucht schon wieder ein Auto zu knacken. Diese Rappauken hier. Geht nur wie drei? Weiß nicht. Einer links, einer rechts. Kommt keiner mit? Ich weiß nicht, ob die noch mitkommen. Ja, da kommen noch welche angerannt hier. Wie du? Klaus, die einfach meinen, meinen, meinen hinten. Nicht. Warte, ich muss, ich ruf den Markus an. Stimmt, wo ist der eigentlich? Stimmt. Der geht nicht an sein Telefon. Wer wollte denn noch mitkommen? Am besten, wir fahren noch mal hin und fragen. Du musst schon wieder laufen. Ja, ich mach das nicht, ey. Ich fahr eben weg. Ja, dann könnt ihr hier auch parken, wenn ihr wollt. Nee, wir wollen weg. Ach so, ich will ja auch. Ja, dann komm doch mit. Ja, ich fahr da mit meinem eigenen Auto, okay? Ja, klar. Ja, ja. Ja, dann Attacca. Bis gleich. Und was ist mit diesen Opa-Typen da? Weiß nicht, ob der mit will. Boah, ich frag kurz. Der Opa-Typ ist gerade von mir weggerannt. Oh. Deswegen bin ich so ein bisschen mit der... Was ist denn mit dir? Nicht mitkommen zum Berg. Boah, jung. Alles gut. Willst du dich nicht erst mal setzen? Ja, ich bin da öfter oben. Ich würde ja... Aber ich habe ja hier noch mein Date. Ich kann hier nicht allein lassen. Ja, dann nimm die doch mit. Das ist immer ein echter Geist. Jola? Was für ein Geist. Wir haben einen Geist gefunden. Der kommt. Ich kannte früher auch mal einen. Du hast den Geist gefunden, der kommt aber gleich erst. Ja, ja, der kommt gleich. Kennst du den Toilettengeist? Komm du mit oder nicht? Du hast den Geist hast oder was? Nein. Ja, ich... Jola, du entscheidest. Hä? Gehen wir uns das mal anschauen. Also, den oben habe ich schon mehrmals gesehen, weil wir den auch im Club immer den neuen zeigen. Okay. Also, ich hatte früher immer den Toilettengeist. Kennst du den? Nee. Der Toilettengeist. Ich gucke da nie rein. Der ist immer verstopft. Ja. Wie war nochmal dein Name? Peanut. Peanut, okay. Willst du kommen, Willi? Oder nicht? Komm, Willi. Viola, sollen wir da mitgehen? Komm, Viola. Wir erleben ein Abenteuer. Ja. Ich glaube, die können dann helfen. Ja, okay. Hand gebrauchen, um den Jungen da hochzubekommen. Zurück renne ich jetzt aber nicht. Du, wenn ihr später einen Kran braucht, ne, rufen wir Jan, ne? Was meint er damit? Stufe. Wolltest du helfen? Ne, geht schon. Boah, ich hab aber Hunger. Willi? Ja? Sollen wir auf mein Bike wechseln? Willst du mit dem Motorrad? Kann ich auch mit dem Motorrad fahren? Will ich da schon hoch? Ähm. Kann ich mit auf dem Motorrad? Das ist nur für zwei Personen. Immer alles nur für zwei. Da ist der Sheriff. Mit fahren. Stufe, pass auf. Ein. Boah. Twinkie. Die kommen mit. Wir erleben ein Abenteuer. Dreh die Fotokamera nach hinten. Ja. Ich will ein Foto mit dem Geist mit der runtergelassenen Hose. Wie gesagt, direkt zum Geist müsstet ihr ein bisschen laufen. Ja, das schaffen wir schon. Aber man sieht den auch von unten. Ich hab noch Torte dabei. Dann geben wir uns einen kurzen Energieschub und dann geht's ab. Puh. Wann kommen die denn mit dir? Weiß ich nicht. Boah, die sind alle so langsam. Ich hoffe, dass Weenie für uns auch ins Zimmer mitbestellt hat. Ich hoffe, dass der die Finger von dem Mini-Ball lässt, damit wir nachher was zu snacken haben. Haben. Fendt ihr in dem selben Zimmer? Ja, dann sparen wir doch Geld. Ja, das stimmt. Passt ihr denn alle zusammen rein? Wie? In das Zimmer? Aufs Bett? Ja. Ach, Betten krachen bei uns eh immer ein. Ja, wir legen einfach nur Matratze auf den Boden. Das macht keinen Sinn mehr. Bin schon wieder am Schwitzen. Rennen ist nicht mein... Das ist nicht mein Atem. Morgen heulst du wieder rum, weil du Muskelkater hast. Ja, und wenigstens mach ich was für meine Fitness. Nicht so wie du. Die wechseln nur das Auto. Kommen die doch nicht mit? Doch, doch, die kommen. Die wechseln nur das Auto. Ja, dann lass mal kurz hier warten. Den einzigen Sport, den du machst, Twinkies, beim Fernsehen umschalten. Ich fahr mal ganz kurz. Nein, da bist du aus der Puste. Ich fahr mal ganz kurz. Ist doch überhaupt nicht wahr, ey. Ey, ich würde jetzt gerne mit dir diskutieren, aber davon bin ich immer so nicht. Das wird so anstrengend. Boah. Ich will zwar schon wieder den ganzen Tag, ne? Boah. Ich muss überlegen, wo die nächste Tanke ist. Ich hab Jetlag, ne? Ich auch. Also ich hab richtigen Jetlag. Ich bin müde und wach. So gleich, das ist ganz komisch. Du bist so müde, dass du wach bist. Ja, ich bin so müde, dass ich für lauter Durst gar nicht weiß, was ich rauchen soll. So müde bin ich. Du rauchst? Das ist aber nicht gesund. Nee, ich rauche nicht. Das hört man. Was soll das denn schon wieder heißen? Ja, guck mal, bei Büchse zum Beispiel hat man gehört, dass der raucht. Ja, der klingt so, als du den Aschenbecher auslecken. Warum teilst du nicht? Warum teilst du nicht? Ja, warum teilst du nicht? Warum teilst du nicht? Ja, ich teile auch noch mehr mit dir. Ja. Danke. Ja. Oh, oh, ins Krankenhaus, wir müssen ins Krankenhaus. Wir müssen ins Krankenhaus. Warum? Weil die Lisa hat gesagt, wenn geschossen wird, muss man ins Krankenhaus. Ja, aber das war ja weit genug weg. Wollen wir jetzt ein Geist hin oder Schüssel? Schüssel? Nee, wir fahren jetzt zu dem Geist. Wir warten, bis die anderen mit dem Auto wiederkommen. Die mussten dann ein anderes Auto holen. Ist das gefährlich hier in der Gegend? In das Haushalt? Ja. Okay. Hier darf man nicht hin. Oh. Was hast du... Hab ich schon heute gemacht? Was fotografierst du? Einfach nur die Umgebung. Ach so. Doch auch schön. Kannst du ein Foto von mir machen? Ja, klar. Na, peace. Und? Peace. Woher geht die denn hin? Oh, da ist der Sheriff. Komm, wir machen Fotos von dem. Oh, nee. Können wir kurz aussteigen? Natürlich. Aber nicht jetzt so weit weg. Komm, Tweaky, wir machen Fotos. Boah, ich brauch'n Bum-Bum. Show ist hoch, leicht und chill'n. Danke nochmal. Boah, Edmus, bitte, wenn's aufhört. Tschüss. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Aber hier ist wohl viel Action immer. Hallo, wisst ihr, was passiert ist? Nee, was ist das? Die versuchen nur, ihr Auto irgendwie zu reparieren. Ah. Dafür kommt der Sheriff? Ja. Ja. Danke. Twinkie. Lass uns anschleichen. Näher dran. Ich mach auf, wirklich. Wenn ihr geist sehen wollt, müssen wir aber langsam los, ne? Ja. Eine, zwei Fotos noch. Ja, hopp, hopp. Ich merk grad, ich hab' gar keine Kamera. Scheiße. Mach nur bald. Schnell weg, schnell weg. Ja, aber ich halte. Mach, ne, keine Fotos, ab nach da, machen's okay. Ja, nix da, nix gar für. Ach, Mann. Mann, jetzt, jetzt sei mal nicht so, Sheriff. Was gibt's denn da zu lachen? Kann wir ein Foto von dir machen? Wir machen nämlich ein Fotoalbum. Bitte. Wir sind hier nur im Urlaub. Kann wir ein Foto zusammen machen, Sheriff? Ja, ist okay. Okay. Okay, warte, ich geh da hinten hin. Wir müssen, da jetzt. Die muss ein bisschen weiter weg, sonst komm ich nicht drauf. Ja, keine Wunder. Kann ich sowas zeigen? Okay, okay. Wer von mir? Okay, sagt Cheeseburger. 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 Ja, knipps. So, erreicht. Dankeschön. Dankeschön, Sheriff. Ja, bitte, bitte. Komm her. Oh. Ja, dann kommen sie her. Einer. Arschloch. Boah, nicht so schnell. Der Sheriff ist ein Arschloch. Leon und ich bin Miriam. Richtiges Arschloch. Oh, was ist los? Alles okay bei euch? Ja, alles gut. Alles gut. Ja, okay. Ja, alles gut. Ihr seht so wütend und aufgebracht oft, aber ist der Stockhunger. Ja, der Sheriff, wir wollten nur ein paar Fotos machen. Ja, ich werde Hunger. Ich habe Hunger. Ich auch. Habe ich gar nicht gedacht. Mensch, sag mal. Warte mal. Glück, dass ich was dabei habe. Hast du Bum-Bums? Nee, aber ich habe was ganz Gesundes für dich. Pass mal auf. Hier hast du ein Glas Kieber. Bah. Da hast du ein Einstel. Bah, der will mich vergiften. Bah. Und nach dem... Ja, der... Mach schon mehr Fotos von dem. Hab ich. Kannst du noch eins von mir machen mit denen in den Hintergrund? Dann kann mir Mama sagen, das sind meine Freunde. Ich stelle mich auch cool hin. Sag, Tschüss Burger. Tschüss Burger. Kommt ihr beide? Ja. Ach, wir mussten schon wieder rennen. Jetzt haben wir nur die anderen verloren, die mitkommen wollten. Ja, vielleicht sind die schon da oder so. Aber die wissen doch gar nicht, wohin. Oh. Und jetzt ein Berg. Es gibt doch bestimmt nur einen Berg. Und da nicht welche Vorfahrt. Aber die Häuser sind so groß hier, ne? Wie viele Menschen leben denn da? Ich hab Hunger. Oh, ich hab noch einen Chicken Nugget im Bauch. Novel. Geil. Der ist noch warm. Können wir den teilen? Ja, komm. Hier. Danke. Da waren Flusen dran. Kann ja nicht alles immer, ne? Sauber halten. Boah, ich bin ganz schön geschafft heute, ne? Wir nehmen Jettlack auch. Ja. Ja, wir bringen euch gleich ins Hotel. Ich bring euch gleich ins Hotel, wenn er wollt. Ich will noch Sachen entdecken. Ich will Sachen entdecken. Kann man sich ein Auto mieten? Hm. Kannst dir ein günstiges Auto kaufen? Nur ich will nichts kaufen. Sind ja nur, nur ins Urlaub hier. Ich weiß gar nicht, ob man sich irgendwo Autos mieten kann, ehrlich gesagt. Da ist ein LKW für meinen Bruder auch noch. Dass der hinten rein kann. Ach ja, für Winnie. Scheiße, den hab ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Ne? So denkst du also an meine Familie. Ach komm, denkst du auch nicht an meine Familie. Ist das noch weit? Nee. Der Büchse wohnt doch bestimmt hier oben, ne? Ähm. Glaub schon. Oh mein Gott. Ich ruf den. Ich klingel den mal. Durch. Äh. Hallo? Büchse, du alte Bierpulle. Was geht? Ich bin mit Lisa und mit Twinkie oben hier in den Norden in den Bergen. Du wohnst doch hier bestimmt. Nee. Ist doch egal. Wir gehen uns den Geist angucken. Willst du auch einen sehen? Das nächste Mal bin ich dabei, ja? Okay, Büchse. Ich hab doch gerade ein bisschen was zu tun. Ach so, okay. Alles klar. Ja, bis dann. Tschüss. Büchse hat gerade was zu tun. Oh. Ich glaub, der steckt seinen Finger wieder in seinem Fahrrad aufs Puff. Deshalb war seine Hand auch so schwarz. Wie direkt auf. Oh, guck mal, hier ist ein Bauernhof wie bei uns. Das ist echt schön hier. Erinnert mich ein bisschen an zu Hause. Ja. Aber die Stadt ist irgendwie nichts für mich. Nur asoziale. Da ist schon ein hartes Wasser da, ne? Oh, warte, 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 warte. Ist hier kein... Oh. Bist du sicher, dass... Oh, die ist stabil. Ja, die ist stabil gebaut. Natürlich, da fahren Pounder drüber. Was ist ein Pounder? Das ist ein ganz großer LKW. Da das Fleisch liefert. Oh, guck mal, Twinkie, unser Traumhaus. Oh. Wow. Das könnte jetzt schwierig werden. Machst du Fotos? Was wird schwierig? Naja. Bisschen tiefer gelegt ist das Auto, ja. Ich kann mich auch nach vorne setzen. Na, ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich kann nach vorne wippen. Mach das nicht, dann fahren wir 300, dann blitzen wir. Ich glaube, hier draußen wird nicht geblitzt. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht. So ein Buschblitzer oder so? Glaube ich nicht. Oh, da ist noch... Den Fußnagel muss ich aber abknipsen. Ah, nicht im Auto. Mach das so wenigstens raus. Ist aus dem Fenster geflogen, keine Sorge. Gut. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Der Berg ist so hoch. Na, wir müssen ja nicht ganz hoch. Wir können den von hier unten sehen. Den Geist? Soll ich dich von hinten schieben? Ja, bitte. Okay, komm. Oh, Gott. Sind die da oben die Spitze? Sind die da oben die Spitze? Setzt euch mal hin. Oh mein... Ja, da müssen wir aber nicht hin, oder? Da kommt der Geist. Da kommt der Geist. Da kommt der Geist. Aber den sieht man von hier unten. Das heißt, ihr müsst nicht hochlaufen. Ihr könnt doch nur gucken. Ja, klar. Und dann musst du da hoch mit Taschen und dann sehen, wir können Geist. Hast du eine Taschenlampe dabei? Nein. Na, siehst du. Ich auch nicht. Können wir nicht mit dem Auto hoch? Na, ich glaube, das kriegen wir mit dem Auto nicht hin. Egal, ich will lieber hier sitzen. Gibt dazu wohl auch eine Geschichte, aber die kenne ich nicht. Hier, wie geht dem... Oh, Geschichte, gibt's eine Geschichte. Ja, klar. Direkt hinter uns ist ja der Zeltplatz. Boah. Dann können wir uns da einsetzen. Oder sollen wir hierbleiben? Ja, das ist ja egal. Das ist ja direkt hinter uns. Oh, woher ist mein Moment? Boah, dann setz ich mich auch nur mal hin. Der Bixer hat keine Zeit. Man hört wohl auch die Schreie. Das ist wohl eine Dame, die ist von ihrem Ehemann ermordet worden. Der hat die da oben runtergeschubst und... Immer gegen 23 Uhr hört man ihre Schreie. Wie sie da runterfällt. Woher ist die Geist denn da nicht tiefer? Eben, die ist ja nicht da oben gestohlen. Nur den ganzen Berg hoch. Ja, weil wenn die von tiefer gefallen wäre, hättest du es vielleicht überlebt. Dann gäbe es die nicht. Ach, das hat doch wieder was bestimmt mit Special Effects zu tun. Ich glaube, da oben ist so ein... Nee, ich glaube, da oben ist so ein... Wie heißen die Dinger? Bei Star Wars gibt es die doch auch. Diese 3D... Obi-Wan Kenobi? Nee, das meine ich nicht. Luke Skywalker? Nee. Jabba Suhat? Nee. C-3PO? Nee. R2-D2? Nee. Darth Vader? Nee. Darth Maul? Nee. Von einem Park gibt es noch. Ähm... Die anderen waren nicht so gut. Ihre schauspielerischen Leistungen waren schlecht. Ähm... Ähm... General Grievous? Nee, ich meine diese... Troidikas? Guck mal, R2-D2 kann doch so ein... Bläh, 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 bläh... Nee, dieses Beamer-Ding. 3-D-Beamer. So, dass es so aussieht... Dass es so aussieht, als würde da jemand stehen, aber da steht eigentlich keiner. Wie so ein Bildschirm. Ach, ein Hologramm! Ja, Hologramm, das ist mir nicht eingefallen. Ein Hologramm? Ich glaube, das ist ein Hologramm. Ah... Und du bist sicher, dass der da oben auftaucht? Hm... Sicher schon, dass er auftaucht, nur mit der Uhrzeit nicht. Als ich hier war, das war irgendwann im Oktober. Im Oktober? Vielleicht kommt er ja nur zur Sommersonnenfeste. Wende. Oder wie man das heißt. Nein, boah, ich bin dumm. Nennt! Einsicht ist der erste Weg zur Wässerung. Es wird gruselig neblig hier. Oder hast du gepupst, Twinkie? Ich dachte, du merkst das nicht. Ja, ich wollte schon sagen... Eine Schlawine. Das kenne ich doch immer her. Oh, Mann, Mann. Du oller Wasserbüffel, du. Eigentlich wollten ja noch andere Leute herkommen, ne? Ich ruf nur mal Markus an. Ja, aber Markus war ja nicht mit dabei. Das waren die Taxileute. Das waren die Taxileute, die dabei standen. Die Taxileute? Ja, genau. Ruf mal beim Taxiunternehmen an und frag nach Willi. Willi? Genau, Willi, das war der ältere. Der mit den grauen Haaren. Taxi. Ist besetzt. Hast du nicht seine Nummer, Lisa? Von Willi? Nee. Oh, was ist? Was hast du? Ach so, du stehst auf. Ich dachte, dir geht's nicht gut. Boah, ich hab ihn doch schon geschenkt. Ich dachte schon, du hast irgendwas. Aber stehst du nur auf. Ich glaube, da ist kein Geist. Der Geist hat ja auch noch vier Minuten. Wir müssen mal hoch zu denen. Ich glaube, diese Schreie hört man auch nur, wenn man da an dem Dingens ist. Okay. An dem Zeltplatz. Ja, genau, Lisa. Der Geist ist nämlich dahin. Ein paar Meter schafft ihr noch, oder? Ja. Guck mal, da ist ein Grill. Komm, stell dich nicht so ein, Sahne-Schnitzchen. Ja, ja, ja. Ihr könnt euch aber auch hinsetzen. Oh mein Gott. Da war irgendwas. Da war Wasser. Ja, wir sind ja auch direkt am Meer. Oh, guck da, schon wieder. Ach, das plätschert, als wäre Twinkie im Meer. Aber im Meer müsst ihr aufpassen, da gibt's Haie. Die tun uns nichts. Wir sind überall in der Nahrungskette über denen. Ja, die müssen für uns aufpassen. Aber ich glaube, die freuen sich über das Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ach, Quatsch. Machst du ein Foto? Kannst du auch ein Foto von mir machen? Ja, klar. Okay. Aber mit Meer im Hintergrund. Cheeseburger. Cheeseburger. Noch eins. Hast du? Toll, unsere Freunde kommen nicht mit. Ich glaube, morgen fang ich mit Sport an. Morgen fängst du mit Sport an? Ja, ich glaube schon. Das hat er bestimmt schon 50 Mal gesagt. Stimmt nicht. Und da ganz oben soll ein Geist erscheinen. Ja, genau. Das fängt gleich an, so komisch blau zu leuchten. Hi, Ara. Das hat bestimmt nur Special Effects. Ja, ähm, hast du von Willi die Nummer? Vom Taxi? Okay. Irgendwie tut mein Rücken weh, wenn ich die ganze Zeit auch hoch gucke. Okay. Ja, die, wir haben die eben am Würfelpark getroffen und die wollten auch zum Geist, aber irgendwie sind sie weg. Die, der, der, der Auto wechseln. Ja, äh, hinkommen. Da hab ich was gehört. Da hat jemand gelacht. Ähm. Hier bei dem, wie heißt das Dricks-Ding? Kürbis-Dingsbums da. Puh. Achso, ähm, da waren eben zwei neue bei euch an dem, an der Werkstatt. Und mit einem hab ich jetzt, wir haben seine Frau gefunden und jetzt zeig ich denen ein bisschen was. Ah, ja, das ist übrigens sehr nett von dir, Lisa. Gerne. Gleich kommt der Geist. Alles klar. Gut. Alles, Kirchchen. Ich seh noch kein blaues Licht. Bis später, tschu. Irgendwann zwischen 23, 24 Uhr. Hab ich mal gehört. Aber bei mir war's beim letzten Mal um 23 Uhr direkt. Vielleicht kommen wir schon zu spät. Da, da, oh mein Gott. Da ist was. Wer siehst du, da ist sie. Schnell, Puh, schnell. Zoom ran. Das, ist das ein Geist. Oh. Ich brauch die andere Einwegkamera noch. Hast du nicht noch eine? Ja, ja, ja. Aber ich hör kein Geschrei. Vielleicht ist sie heißer. Oh, der ist jetzt da. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Nicht so viele Fotos. Vielleicht regt die das auf. Ich wollte nur gucken, ob ich den Schall fotografieren kann. Und? Hast du's geschafft? Nee. Manchmal lacht die auch. Oder schreit. Oh, die schreit. Ich hab die schreien gehört. Oh, das ist gruselig. Die kommt aber nicht runter, ne? Nee, nee. Die bleibt da oben. Und dann geht die, ne? Soweit ich weiß. Der hat schon wieder geschrien. Siehst du uns? So sehen lebende Leute aus. Nicht die Geister ärgern. Du darfst nicht die Geister ärgern. Warum nicht? Hä, weil die sonst böse werden und dich heimsuchen? Ja, die muss ja erst mal runterkommen. Ja, so gut wie die runterkommen, kommen wir auch nicht hoch. Da oben steht auch, genau da wo die steht, ist auch ein Name mit Blut oder so geschrieben. Und man sagt sich, das wäre der Name von dem Mann, der da steht. Ich dachte, das ist eine Frau. Ja, die Frau steht da oben, aber sie ist ja da runtergefallen, weil ihr Mann sie geschubst hat. Oh, da hab ich schon wieder Schrei gehört. Die ist von ihrem Mann da damals runtergeschubst. Willst du weg? Ja, besser. Hast du doch Angst bekommen? Ja. Das kann doch einfach nur eine Lampe sein mit Zeitschaltuhr. Du hast trotzdem Angst. Na und? Schafft die das runter oder braucht die gleich noch eine Pause? Ja, dann rollen wir. Ah, alles gut. Runter geht immer schneller. Ich kann froh sein, dass ich mein Dings nicht bald in F-Greet. Die müssen wir auf den Grund gehen, Twinkie, ne? Ja. Da, die. Pst. Pst. Die schreit schon wieder. Das ist ein Event von GTA selber. Jetzt aber schnell weg. Boah. Du genießt? Ne, das ist immer so ein... Ich muss mich hier mal reinquetschen. Reinquetschen? Ne, reinquetschen. Quetschen. Und links ist ein Leuchteturm, ne? Das links ist ein Leuchtturm. Damit die Blauwall öffnet. Du fotografierst doch alle. Oh, die Frau, die Todfrau hat bestimmt hier links gewohnt. Wir gehen... Wir werden dem auf den Grund gehen. Wir sind nämlich, ähm... lizenzierte Geisterjäger. Ihr seid lizenzierte Geisterjäger? Mhm. Twinkie ist ein Medium. Dann hab ich ja genau die Richtigen dafür gefunden. Twinkie ist ein Medium. Die kann mit Geister Kontakt aufnehmen. Stimmt. Und die Geisterfrau und ihr Mann haben früher hier links in dem Haus gewohnt. Ja, sag ich doch. Das sieht nämlich schon spooky-mäßig aus. Müssten wir morgen mal die Bilder auswerten. Ob wir irgendwas Geistermäßiges entdecken. Ja, vielleicht hab ich ja doch den Schrei fotografiert. Den Scheitel? Den Schrei. Ach, den Schrei fotografiert. Ja, vielleicht... Oh mein Gott, da ist der Wagen aufgesetzt. Ja, da ist ein Hubbel gewesen. Oh, da vorne ist eine Kuh. Hier ist aber ruhiger nicht so wie in der Stadt, richtig? Ja, genau. Hier, da ist es ruhiger. Hier sind die ganzen Felder für die Arbeiter. Ja, Felder kennen wir. Kuhnfeld und Weizenfeld. Hier rechts wohnen die Mexikaner. Die Mexis. Mexikaner? Die haben die mexikanische Flagge da hängen. Ah, sind die lieb? Da steht doch jemand. Die sind eigentlich. Da steht jemand auf dem Auto, da. Schnell, Twinkie. Können wir da durchfahren wie in so einem Zoo? Siehst du... Nee, wir können ja nicht einfach da durchfahren. Warum? Ja, du weißt doch nicht, ob die gerade ein Gespräch haben. Ja, aber wir fahren in den Vergang. Ja, aber du willst ja auch nicht, dass man einfach durch dein Zuhause durchfährt. Stimmt. Und zum Beispiel die Mistgabel wieder auspacken. Na, siehst du, nicht, dass die... Komm mal grad... Ich will mal gucken, wer da ist. Oh, oh. Willkommen die Ärger? Ach, Quatsch. Ich glaub, die kommen schon. Ja, aber ich kenn die alles gut. Ach, du kennst die. Zumindest die Hälfte. Ich hab ein paar Fotos. Nee, kein... Nein, frag ja. Wieso ist der... Ja, Moin. Na, Bünd. Sie möchten gerne mal gucken. Okay. Können wir Fotos machen? Wir sind in Urlaub, ja. Hi, Krenko. Und ihr seid Mexikaner? Nee. Das heißt immer nur die Mexis, aber wir sind keine Mexikaner. Ach so. Das ist fast keiner von uns. Aber ich hab die mexikanische Flagge. Ja, die hängt da halt, ne? Ist cool. Warum verkauft ihr Autos? Ja, Krenko hat so ein Auto handelt, glaub ich. Okay. Das sind schon echt coole Schlitten. Warum hast du ne Pistole in der Hand? Wieso wirst du hier immer begrüßt? Wieso sind sie im Norden? Okay. Wirst du nur mit Waffe begrüßt. Pistole. 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 Äh, keine Fotos. Ach so. Das hätte zuerst sagen müssen. Stammt. Im Norden haben alle Waffen. Ja, hier oben darfst du die tragen. Ach, man darf hier Waffen tragen. Genau. Ich hab keine Waffe. Nur mein Bauch. Das ist, glaub ich, auch besser. Ach, das ist, glaub ich, schon Waffe genug. Ich hab einige Waffen. Ich könnt damit... Ich könnt damit eh nicht schießen. Ich müsste nur Schnuren an den Abzieher machen. Mein Finger ist zu dick dafür. Ola! Ola! Ähm, hallo. Ola. Hallo. Schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Du siehst aber fresh aus. Dankeschön. Du auch. Danke. Ey, machst du. Damit ihr Naturkatastrophen? Oder wieso hast du ein Bild von mir gemacht? Ja, wir sind nur urlaubsmäßig hier und wollen ein bisschen Fotos machen und so. Ja, von eurem Autohandel. Von unserem Autohandel? Genau. Ja, sucht ihr ein Auto? Ja, wir machen nur Urlaub hier. Wir können das auch überschiffen zu euch. Wo kommt ihr denn her? Arizona. Wenn ihr das verleihen könnt. Äh, Arizona? Ja, genau. Ah, okay. Das ist direkt neben Loch Halles. Ähm, wo liegt es? Im Norden. Äh, Norden ist unten, ne? Nein, Norden ist oben. Hast du keinen Kompass? Warte, nie ohne Seife waschen. Nie ohne Seife waschen. Was ist das denn? Ist oben. Ist oben, hast recht. Warum habt ihr Tücher im Gesicht? Ab und zu kommt hier ein Schneesturm und, äh, und, äh, so, was anderes halt. Das ist ein Schnuffeltücher. Oder Sandstürme, genau. Schnuffeltücher. Die haben nichts in der Größe. Die haben nichts? Nee, gar nichts. Äh. Das ist aber unverschämt. Aber wirklich. Ja, mich haben die auch schon beleidigt. Ja. Wieso, du bist eine wunderschöne Dame. Der muss das gut starten. Du hast... Weiß dir nicht wie deine Finger. Was? Wir wurden heute schon sehr oft beleidigt. Du hast die wohlgeformte Gerufen. Ja, aber die Frau meinte so, wir haben nichts in 3xXL und ich so, ich reiß dir gleich deine Extensions raus, du Bitch. Wie redest du mit mir? Hm, scheiße. Ja, du musst mal aufpassen. Ja. Ja, die sind hier ein bisschen immer aggressiv. Und nicht nur ich. Sie sucht schon wieder. Du suchst schon wieder, ne? War was? Bitte sucht sie. Ja, das klemmt immer. Weiß ich nicht. Die hat Vitoria's Secret an. Oh, die darfst du doch mal genauer an. Vielleicht findest du auch irgendwann mal was. Was? Ähm. Was? Und wie lange seid ihr jetzt hier im Urlaub? Also, ich bin heute erst gelandet. Ja, also ich bin schon so seit gestern, vorgestern hier. Und, ähm. Habt ihr, habt ihr ein Rückflugticket euch geholt? Oder seid ihr jetzt so Backpack-mäßig hier unterwegs? Stimmt, wir haben kein Rückbuchticket, ne? Äh, vor allem nicht. Das war in dem Gewinnspiel gar nicht dabei, nur hinfliegen. Habt ihr gewonnen, oder was? Ja, wir haben bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Was habt ihr denn für ein Gewinnspiel gemacht? Ja, wer meistens einen Hot-Tock essen kann. So. So ein Hot-Tock-Web-Web-Web-Web-Web-Web-Web-Web-Web-Web. Genau. Genau. Ich hab 217 geschafft. 217? Dann haben wir drei Tickets bekommen. Wir konnten uns aussuchen zwischen Los Santos und Los Wuppertal. Von ihr, der Bruder ist auch noch mit. Los Wuppertal. Und wo liegt Los Wuppertal? Das ist in Europa irgendwo. Okay. Nee, mag ich nicht. Dann haben wir uns gedacht, wir kommen her wegen der Kultur. In der Postüre stand auch Straßengangs und gutes Essen und Fitness am Spann. Polizeieinsätze. Und habt ihr schon spannende Sachen erlebt? Wir wurden bisher nur beleidigt. Boah, ich hab schon was erlebt. Wieso wurdet ihr denn beleidigt? Wir haben die Taxizäcke gestellt. Naja, ich sag mal so, gebt uns mal noch ein, zwei Jahre, dann sind wir genauso dick wie ihr. Das glaubst du aber selber nicht, dafür muss man mal trainieren. Ey, ihr habt noch nicht, wart ihr schon bei C-Case? Ja, da wurden wir ja beleidigt. Achso, ja, aber wenn ihr hier, glaubt mir, wenn C-Case sich hier weiterhin verbreitet, überall, wir sind, gebt uns mal noch zwei, drei Monate. Ich hab jetzt schon gemerkt, ich hab fünf Kilo zugenommen, seitdem C-Case hier ist. Ja, kann ich nicht meine Hand runterhalten? Da geht kein Krümel runter. Na doch, ein bisschen Soße ist da, ich mach dir mal ein bisschen Soße weg. Das ist kein Soße. Was ist das dann gewesen? Das war Spucke. Kriegst du wieder, kriegst du wieder, bitteschön. Ja, schmier ruhig ab. Ja. Ich wasch eh nicht. Aber ihr habt nice Träger, muss ich mal sagen. Danke. Danke. Das sind ergonomische Schuhe. Hast du auch so spezielle Einlagen? Wir haben so Sohlen. Aus Kutzungenleder. Was habt ihr in euren Silos drin? Zu Hause haben die da Mais drin. Wir haben hier auch Mais drin. Guck mal hier, das ist für euch. Was denn? Wollt ihr vielleicht ein Foto von ihm machen? Das ist so ein, das ist ein extra-Mexikaner, der, ähm, der hier über die Grenze geklettert ist. Macht ein Foto von dem. Das musst du doch nicht erzählen. Wow. Der muss schief werden. Der ist illegal eingereist. Danke. Ja, das sieht man selten. Dankeschön. Du bist illegal hier? Äh, no, ich hab mittlerweile Ausweis. Also, sieht gut aus. Ja, den hab ich ihm gemacht. Deswegen sag ich ja, sieht gut aus. Ja. Deshalb versteckst du dich hier mit dem Tuch. So nicht. Hoffentlich sagt keiner dem Sheriff Bescheid. Oh, no, die wissen schon eigentlich, no, die wissen nicht Bescheid. Aber ihr müsst auch eure Klappe halten, wie ihr redet. Ach Quatsch, wir plappern nix aus. Dann geb ich euch noch ein Wort bei CK. Ich war doch gerade gastfreundlich, ich hab erst die Trinke verteilt. Eben. Und dann? Wir haben hier, wir haben hier noch so ein, äh, so, so was typisch, äh, ja, so ein typisches Gericht, was es bei uns hier oben gibt. Was denn? Ich würde euch ein, zwei mal eins in den Herrn drücken. Dicken Säck? Ne, das ist so ein, äh, Mettbrötchen. Mettbrötchen? Haben sie gerade von mir schon bekommen. Oh, danke. Der ist besser, sie. Genau, das ist so typisch für uns hier oben. Oh, da sind Schwiebel drauf. Wo ist der Wies? Äh, der ist schon schlafen. Der ist schon schlafen? Ja. Was machst du denn? Gymnastik? Im Norden ist er ruhig, ne? Im Norden? Richtig. Wir schieben hier die ruhige Kugel, sagen wir mal so schön. Aber ich hab noch keine Tiere gesehen. Hm, hier haben wir ab und zu Berglöwen oder sowas. Keine Kühe? Wo bekommt ihr denn eure Milch her? Sagen wir es mal so, die scheiß Straßengangster haben, die Straßengangster haben für keine Ahnung was gehalten und haben die alle abgestochen. Die denken, das war eine Gang, die Kühe. Die haben die Kühe getötet? Ja, ja, die haben die für eine Gang gehalten, für eine, und die wollten kein Schutzgeld zahlen, dann haben sie die abgestochen. Hey, das waren sie schwarz-weißen. Ja, die gehen doch milch oder nicht? Hä? Milch. Ne, ne, ich fand das nicht so schön. Als ich hier auf einmal angekommen bin und alle Kühe tot waren. Ich hasse diese Straßengangs. Ich hab noch keine getroffen, aber ich hasse die jetzt schon. Ist so. Verbrennen sollte man die auf dem Scheiterhaufen. Aber wen ist das, haben die unser Schwein gelassen? Ihr habt nen Schwein? Richtig, wir haben nen Hausschwein. Wo? Oh, wo? Äh, Luis. Luis ist gerade unterwegs. Aber den müssen wir verstecken vor den Scheitengangs. Das heißt doch Twinkie. Ach, Twinkie. Twinkie. Gar nicht, meine Frau heißt Twinkie. Aber du auch so gerne Twinkie siehst? Ne, meine Eltern haben mich so genommen. Okay. So, boah. Wir haben das Schwein so genannt, weil du das gerne Twinkie siehst. Ja. Das mag sogar. Ich weiß gar nicht, dass du einen Verwandten hier hast, Twinkie. Die sind überall. Oh, oh. Da ist schon wieder dieses Teil. Was sind wir? Das, was rumfliegt. Dieser Adler. Adler? Der ist vorbeigeflogen. Habt ihr ihn nicht gehört? Au, au. Au, au. Wo sind denn die ganzen Farmer? Ja, eigentlich müsste man bestimmt zum Elternfeld. Ach, Tinderfeld. Das kenne ich schon. Oh, das kennst du schon. Hast du schon kennengelernt? Ja, die Lisa hat uns da vorbeigefangen. Was seid ihr eigentlich? Seid ihr, äh, seid ihr Geschwister? Seid ihr, ähm, zusammen? Also. Sind verheiratet. Ja. Aber auch Geschwister. Ich wollte gerade sagen, das macht ja keinen Unterschied, ne? Ob man jetzt Geschwister und Freiratet hat. Ja, aber du hast keine große Wahl. Hab ich euch Gringo schon vorgestellt? Gringo? Äh, ja. So, das ist mein Schwitzname. Gringo ist, äh, Single. Aber mit dieser Information lasse ich euch jetzt. Das liegt bestimmt an den Schuhen. Er sucht noch zwei flotte Bienen. Bienen? Das stimmt doch gar nicht. Stellt mich nicht schon wieder so komisch hin. Was ist denn mit der Lisa? Ich glaube, die ist auch Single. Wo ist die überhaupt? Gute Frage. Die ist bestimmt im Haus drin. Welch hat sie Trinkie gesehen? Wo Trinkie sich versteckt? Boah, in dem Haus siehst du, kommt die nie wieder raus. Ist das euer Haus? Noch richtig. Wir sind aber noch am Renovieren. Sollen wir euch das mal zeigen? Ja. Gerne. Dürfen wir Fotos machen? Denkt ihr, ihr schafft es hier den Berg hoch? Ja, wir müssen mit kleinen Päuschen oben. Ja. Äh, ansonsten, Marges, hast du noch den Rollstuhl hier? Noch hab ich nicht mehr. Ja, mach einfach ruhig. Macht langsam. Ich lauf auch hinter euch, falls ihr feilt. Nicht, dass ihr hier rückwärts runterkullert. Ja, mach langsam. Mach langsam. Macht eine Pause. Wir haben keinen Sauerstoffzelt da. Auf die Zähne beißen. Macht eine Pause, lieber. Geht schon. Geht schon. Wir haben keinen Sauerstoffzelt hier. Diese Kraft. Hey, Dingo, ich stütze dich noch mal von hinten. Ich schieb. Ich hab gerade versendlich meine Waffe. Wenn es einmal ins Rollen kommt, dann gibt es kein Ende. Oh, komm, das geht schon. Dingo. Ja. Die Rocker haben noch Arbeit da drauf. Oh. Ja, dann hol die mal her. Ich hab den gerade Tops genommen. Ja. Rät doch anders mit denen. Ja. Boah, das muss aber auch mal renoviert werden hier. Naja, wir sind dabei. Wir sind stets bemüht, sagen wir immer. Das ist wichtig, sag ich immer. Boah, sieht fast aus wie zu Hause. Ja, guck mal. Wir haben hier direkt unsere Flagge hingehängt. Das ist eine Kranz-Flagge. Richtig. Geh, mach mal nochmal ein Bild mit mir hier. Kann ich auch aufs Bild? Ja, komm, ich geh ein bisschen zurück. Ähm. Sag Cheeseburger. 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 Boah, das war schon wieder zu wild hier, die zwei Stufen. Ja, macht ruhig, macht ruhig. Wirklich, ihr müsst euch nicht überanstrengen. Traut ihr euch rein? Also ich kann euch auch noch ein bisschen drinnen was zeigen, wenn ihr wollt. Ja. Da hätte ich nochmal so richtig einheimisches Chili-Concane. Boah, da gibt's Essen. Twinkie, da gibt's Essen. Los, hoch. Kommt herein, spaziert. Oh, das riecht aber hier gut. Das riecht euch wie zu Hause. Was ist denn das hier? Ja, ist dir eine Bombe eingeschlagen? Nee, wir sind halt noch am renovieren. Das ist ja das absolut größte Luxushotel, was ich je in meinem Leben gesehen hab. Ja, wo schlaft ihr denn eigentlich? In einem Hotel in der Stadt. Wir haben hier noch Schlafsäcke. Boah, ihr wart ja auch bei CK. Naja, klar. Guck doch mal. Die haben Pizza. Die haben Pizza. Ich kann mich nicht drücken. Das meine... Wie haben wir denn halt das leckere Essen? Die Pizza liegt hier schon seit zwei Wochen. Egal. Ich glaub, das interessiert ihn nicht. Ich glaub, das interessiert ihn nicht. Das Chili ist gut durchgezogen. Du kannst ja mal probieren. Guck mal hier, das ist Tomatesuppe mit ganzem Lippen. Das muss immer ein bisschen eher gerührt werden. Wir haben hier auch noch Löffel für die... Guck mal, ich hab jetzt richtig gut umgerührt. Jetzt kann das wieder. Kann ich das Spiegelei? Natürlich. Nein, ich will doch viel zu Hause. Erst mal pausen, erst mal Luft holen. Das sieht ganz hungrig aus. Boah. Boah, das ist lustig. Du hast da noch eine Salami auf deinem T-Shirt. Ja, die nehm ich für Spinn. Lass mein Salami da her. Entschuldigung. Ja, beruhig dich doch. Und schmeckt, dass die Käse so bünde? Lecker. Ne, das war mal... Das war mal Erbseneintopf. War. War? Ja, der war mal grün. Soll ich jetzt den Pfuchfuster spielen? Die hängen da schon drin mit ihrem... Kappe im Nacken. Schmeckt noch. Mach Foto. Luli, ich wärm dich jeden Tag wieder ein bisschen auf und würde die rum. Ah, das hat Spaß gemacht. Mein ganzes Gesicht ist voller Suppe. Endlich, jetzt war einer, was ich hier jeden Tag koche. Meins auch. Das Spiegler gehört mir, geht da ja nicht hin, Dicke. Das ist meins. Ich hab's zuerst gesehen. Nein. Ach, scheiße. Das ist unfair. Das ist voll unfair. Du glaubst, das ist die Pizza. Was für eine Pizza, du frisst das Spieglei. Das war meins. Du hast da, du hast da noch was. Da oben. Nein, lass das. Okay, naja, dann war so Stich in Ruhe. Ihr habt ja voll die Traumküche. Naja, richtig, hier kannst du gut kochen. Hm. Das ist eine Einbauküche. Boah, die ist bestimmt von Ikea. Was ist da oben drin, ne? Kann ich das essen hier? Äh, nee, lass den Lack in Ruhe. Warum? Oder hast du Lack gesoffen? Das Lack? Ja, nicht. Das hab ich auch mal schon wieder gemacht. Dann sagen die immer, ich hab Lack gesoffen. Das höre ich öfter von den Polizisten. Kann ich mal in eurem Kühlschrank gucken? Also wenn du, ja. Ich hab zwei Kühlschränke noch nicht. Dass man da keine Tür in der Toilette hat. Mach hier die Salami. Die haben auch keine. Twinkie, nimm die Salami. Doch, da ist eine Tür an der Toilette. Wir haben ja mehrere Toilette. Aber eine hat tatsächlich keine. Ich weiß, oben, die mit dem Loch in der Wand. Nee, hier, die unten. Ach, hier unten ist noch eine. Ja, da ist keine Tür. Oh. Kann ich den Mundpudding haben? Äh. Oh. Schon weg. Oh, das war mein Mundpudding. Oh. Den hättest du deinen Namen draufschreiben müssen. Da stand nix drauf. Nächstes Mal. Das ist jetzt meiner gewesen. Na gut. Ich müsste mal aufs Klo. Äh, ja. Komm mal, komm mal mit. Vorne ist doch das mit der geschlossenen Tür, oder nicht? Genau, da gehen wir jetzt auch. Wo ist mein... Der soll sich ja nicht an meine Frau reinmachen. Der macht ja meine Frau rein. Das macht der immer. Komm mal, da. Da, bitte. Da ist ein Klo. Ja. Aber mach die Tür bitte zu. Okay. Ach so. Oh, das sieht aber schlimm nicht aus. Ja, dann warte mal kurz, wenn er auf Klo muss. Der kann auch nach oben gehen. Oben sind wenigstens keine Wände drin. Glaubst du, ich laufe Treppen? Bist du irre? Oh, natürlich. Entschuldigung. Aber oben ist besserer Durchzug. Ruhe jetzt, sieh auf. Ich dachte, wir geben ihm eins mit. Komm mal, bitte. Ich muss nicht rausgehen. Junge, Junge. Was mach ich hier, Alter? Was zum Teufel mach ich hier? Chat, ihr könnt euch gerne ruhig Tinkerpätschen nehmen, ne? Ich bin grad mega drinnen. Im Flow. Was zum Teufel mach ich hier? Ich baue noch ein Zaunbad. Hallo? Das ist aber schick hier. Was machst du? Oh, oh, du hast mich erschreckt. Oh mein Gott. Sag das nicht meiner Frau, bitte. Ich bin nicht so einer. Ich schwör. Scheiße. Warte. Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier? Hilfe. Hilfe. Ich hab mich verlaufen. Ohne Frau, komm. Ich hab mich verlaufen. Hilfe. Was ist passiert? Hilfe. Was ist denn da drin los? Ich hab mich verlaufen. Du hast dich verlaufen. Komm doch raus, Alter. Oh, da seid ihr. Boah. Ich hatte so Angst. Oh, kein Problem. Oh mein Gott, die Tür auf. Ich bin nie wieder hier raus. Das ist schon ihr Garten hier. Boah, ich hab sogar ein Wohnzimmer. Oh, mehrere. Das sieht ja voll gut aus hier. Oh, geht mir in den Keller? Nee. Ich komm aber nicht mit. Ihr bleibt. Ihr geht da alleine runter. Was ist denn da? Sind da Tiere? Na? Danke. Oh. Oh. Gott, hier sprungst du ja echt. Was ist das für euch? Mach ein Foto. Hilfe. Twinkie. Ich glaub an sowas. Ja, lass wieder hoch gehen. Ich glaub. Schnell weg. Gott. Schnell weg. Da ist ein Geist. Ihr habt Geister im Haus. Das stimmt doch. Nein, haben wir... Zu eurem Glück sind wir lizenzierte Geisterjäger. Und Twinkie ist ein Medium. Die kann mit Geister Kontakt aufnehmen. Können die die aufessen? Essen können wir die nicht. Aber wenn ihr einen Staubsauger habt, können wir den reinziehen. Ich hab einen, den kann man sich so hinten auf den Rücken machen. Twinkie, ich glaub, wir müssen morgen mal hier wieder vorbei und den Geist austreiben. Okay. Da braucht ihr irgendwas dafür. Ich kann Kerzen kaufen. Ich hab hier so eine verrückte Hexenlady in der Nähe. Die hat immer so komische Teile. Die machen immer ganz viel Rauch. Da musst du Twinkie fragen. Ja, das ist schon ganz gut, ne? So Räucherstäbchen, so. Ja. Ja, das können wir benutzen. Ja. Ja. Wir benutzen das ja auch, wenn ich auf Klo gehe. Dann jagt der Geist nämlich erstmal mich. Für die nächste halbe Stunde ist auf dem Klo bei euch. Absolute Sperrzone, ne? Ich hab schon gebrochen. Und ich konnte das auch nicht abziehen. Das muss weich werden und von alleine verschwinden. Also aufpassen, dass euch das nicht entgegenläuft. Sonst kommt nämlich da auch ein Geist raus. Vielleicht hätten wir doch das offene nehmen sollen. Aber ganz ehrlich, ich geh eh nicht da hinten hin. Ich mag das eh, wenn die Familie zu schauen können. Ja, Twinkie Smila. Ja, was denn? Kringo, wegen den Staubsauger muss man eh gucken. Der Maurice, der saugt doch den ganzen Tag immer. Ach so? Ja, stimmt. Du siehst ja aber nicht aus. Da müsst ihr aber aufpassen. Nicht, dass der Staubsauger das Staubsaugerrohr nach Schwanz riecht. Ich hab dir keine Geister. Der ist die ganze Zeit im Zimmer immer am Saugen. Ist der dabei alleine? Ach, du Scheiße. Ja, der macht im Auto auch nicht gestorben. Würde ich dich dabei auch alleine lassen. Das macht mein Schwager nämlich auch. Der sagt immer, no, störe mich nicht, wenn ich sauge. Ich sage immer, okay. So ein Dreck. Aber es sieht genauso unordentlich aus wie vorher. Dann saug der nicht. Dann würde ich mal im Rohr riechen. Riecht doch nicht an einem Staubsaugerrohr. Warum? Ja, weil es weiß ich, was der da eingesaugt hat. Ja, das wirst du ja dann erfahren. Ja, aber wie soll das denn nach, was soll ich denn riechen? Nach keinem Krümel oder was? Nach Staub? Twinkie, guck mich nicht immer so an, als würdest du mich vernachschen wollen. Nö. Ich glaube, sie hat Hunger. Sie hat immer Hunger. Äh, kurze Frage, äh, was für eine Kompärung trägt ihr? Also könnt ihr hier morgen Reißer jagen bei uns? Äh, bitte woanders. Ja, habe ich auch Hunger. Und ihr brennt nicht unser Haus ab, ja? Was habt ihr denn jetzt schon wieder zu essen gefunden? Das war ein Burger. Also. Ich war eben mit denen bei CK und der hat sich zehn Burger bestellt. Ja, und zwei Toren haben wir auch. Ja, von nix kommt nix. Stimmt, und wir waren am Würfelpark bei dem Kuchen. Ich hätte schon mal fast unsere Farm abgefackelt. Was? Ja, ich habe meinen Pups angezündet. Ach du Scheiße. Boah, da kam eine Stichflamme draus. Ich habe, das sah aus wie bei, du fährst in den Furys bei den Autohauspüssen. Wenn die Gas geben, man... Das heißt, es wird nicht auf der Toilette geraucht. Momentan wird draußen geraucht. Da darf man nicht rauchen. Das heißt... Aber war das eine richtige Stichflamme oder als wenn der andere Sack kaputt ist und dann erst mal so ein Stichchen rauskommt? Nee, da kam ein paar mehr raus. Die waren noch alle bunt. Also hat es erst mal geknattert. Ja, ja, wie beim Poe Walker. Oh. Aus seinem Skyline. Da kam erst eine lila Flamme, eine blaue Flamme. Alle in Farben kamen da. Das hat gebrannt. Hast du das öfter? Dass es brennt? Also, dass da... Ja, dass man den Furz anzünden kann. Also, dass da so viel kommt. Ich habe das nur einmal bisher gemacht. Besser ist das, glaube ich, wenn das so geendet ist. Wir haben hier öfter mal so ein... So ein Talentshow. Aber ich kann das doch nicht für Publikum. Das wäre schon spannend. Also... Ich würde es mir anschauen, ganz ehrlich. Komm, ich mach's. Sag mir Bescheid. Okay. Dann mach ich da ganz groß Werbung. Die Typen aus Arizona. Dann komm ich da hin und sah nicht richtig ab. Vielleicht können die dich ja auch mit Naturalien bezahlen. Also mit Essen? Na ja, klar. Ich dachte, du reichst schon wieder von sexuellen Dingen. Da hörst du doch deine Frau, oder nicht? Richtig. Wenn ihr wüsstet. Das ist mir zu viel Arbeit. Das scheppert richtig bei uns. Das ist alles. Der eine sagt, ja, die andere... Na, 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 ja. Also ich weiß nicht, ich glaube eher der Dame. Dann sagst du nein. Du weißt doch, wie es bei uns abgeht. Ja, wenn es mal Angst gibt. Ja, dann. Wenn ich mal Lust habe, mich zu bewegen. Ja, der hat mich immer mit Beinen. Wenn ich liegen bleiben darf, dann habe ich kein Problem damit. Ja, manchmal schlägt die auch ein. Aber dann habe ich meinen Spaß. David hat Schnitzel gewendet, das sag ich euch aber. Ja. Zeig uns mal den Paarungsruf. Komm schon, Twinkie. Wie ist dein Paarungsruf? Ja, da weiß ich genau, was los ist, wenn ich in die Küche stehe. Naja. Da wird alles fein gelassen direkt. Da wird sofort alles fein gelassen. Da wird erst noch zu Nebensache. Oder wird da beigegessen sogar? Ja, das auch. Na klar. Ab und zu benutzen wir mal, also verbrauchen wir mal so fünf Tuben Sahne. Hier diese Sprühknarrendinger. Oh ja. Ich kann euch mal empfehlen, Schokolade. Sprühsanne ist aber auch geil. Sprühsanne ist geil. Ich empfehle euch mal so zehn Schokobrunnen zu kaufen. Und dann könnt ihr die einfach in die Badewanne stellen. Dann könnt ihr euch damit selber volllaufen lassen. Wisst ihr, wo die Twinkie ganz wild wird? Wo? Wenn ich nur einen Fahrradhelm aufhabe. Dann wird nämlich geradelt. Aber das geht euch gar nichts an. Das ist ein Teams Privatsphäre. Dann behält das lieber für dich, bevor wir die anderen das noch mitbekommen und euch das nachmachen. Ich kann mich mal bei meiner zukünftigen dann ausprobieren. Deiner zukünftigen? Ja. Ja. Sag uns Bescheid, wenn wir dem Modell stehen sollen. Könnt ihr mir dann vielleicht eine Anleitung zukommen lassen? Ja, na klar. Ja, wir können das auch zeigen. Ja. Gleich ist besser. Ja, dann versteht man das besser. Wenn, wenn, ich vertraue euch da komplett. Also wenn ihr das sagt, dann natürlich. Da habe ich zeigen, die da hat. Wenn die Zeit gekommen ist. Okay, ja, dann machen wir das so. Dann leg schon mal vier Matratzen aus und mach ein bisschen Platz hier in der Bude. Dann können wir voll durchstarten. Platz haben wir genug. Hast du mal unser großes Wohnzimmer gesehen? Ja, habe ich gerade. Ich habe auch das Poster an der Wand gesehen. Ja. Ist das deine Frau? Na ja, ich wünsche mir, sie wäre meine Frau. Ja, ich glaube, das bleibt auch ein Wunsch. Ja, irgendwann kriege ich es hin. Ja, mit viel Geld. Ja, aber das würde ich, ja, na ja. Und ein paar Operationen. Das war gemein. Nicht jeder kann so schöne Schwungmasse haben wie du. Ja, hab meine Palline. Ich fülle dir was ab, ne? Hast du mal zehn Kilo für mich? Ich finde das voll geil, wenn ihr keine Luft kriegt beim Lachen. Hattest du dich an, wie Raucher auch hustet? Raucht ihr auch, oder? Nö. Nö. Rauchen ist ungesund. Ja, richtig. Wir achten auf unsere Gesundheit. Sieht man. Um da zu lachen. Du hast eine Pizza auf dem Arm tätowiert. Ja, weil Pizza geil ist. Das stimmt. Und da kannst du nichts gegen sagen. Ich mag Salami-Pizza mit Peperoni und Schinken. Und Käse im Rahn. Gibt es den Pizzalieferanten eigentlich noch? Macht die das noch? Boah, wir können ja mal so einen Film am Abend machen. Auch nicht. Versucht mal die. Film gucken. Ringo, bist du jetzt unser Freund? Also, ich hab, wenn ihr meinen, habt ihr Freundschaftsbändchen? Ich hab welche. Boah, na hör damit. Ich glaub, die beiden brauchen jeweils zwei. Ach komm, das ist schon wieder Fettshaming. Das stimmt gar nicht. Du durriges Gestell, du knochigen Arschhafte. Siehst du? Ich kann auch, ich kann uns auch Freundschaftsketten bauen. Ich finde die besser passen. Du bist ganz schön gemein. Manchmal. Aber du bist auch voll gemein. Das stimmt gar nicht. Ringo. Ja. Ich muss auch mal zu meinen neuen Freunden halten. Ich hab das erste Mal Freunde in meinem Leben. Lieber zu deinen neuen wie zu deinen alten Freunden. Okay. Ich. Ähm. Ja. Ich. Ja. Ey, wer will denn dir mit Frauen helfen? Das machen wir. Ja, ich bin stets bemüht. Das wird auch so auf der... Sie sucht wieder. Er sucht auch, okay. Was sucht ihr denn? Ja, ich suche nur meine Bonbons. Das weiß ich noch nicht. So. Ich habe irgendwo noch Bonbons gehabt. Euer Palippos. Soll ich helfen? Ja. Nein, ich. Da habe ich es. Warte. Ich habe... Da ist irgendwas hart, aber das ist unter der Haut. Das ist Pickel. Oh, ich habe... Twinkie, ich habe wieder einen Pickel. Ja, ich kümmere mich später. Ja. Brumm. Oh, da ist der Bonbon. Da ist er. Mein Finger liegt komisch. Hast du dir eben auf Toilette nicht abgewischt? Nö. Der Toilette ging nicht. Ich habe doch... Und? Bei mir geht. Bei mir geht. Kringo, rief mal deinem Finger. Du hast auch beim Suchen geholfen. Irgendwie will ich gerade nicht mehr... Irgendwie will meine Hände gerade loswerden. Mein Finger aber los. Bei mir geht. Lass den hier drinnen. Lass den hier drinnen. Ich habe was. Das ist wild. Ja, das geht wohl. Egal, wir gehen nachher duschen. Müssen wir eh... Irgendwie will ich auch... Meine Finger mal irgendwie ein bisschen sauber. Oh, das tut gut. Ich weiß nicht, ob das an dem... Ich weiß nicht, ob das an dem... Ich weiß nicht, ob das an dem Rücken massieren. Mach weiter, Gally, Gally. Ja, magst du das so da hinten? Oh, das ist geil. So, und guck mal. Weiter, Gally, Gally. Na, jetzt... Mach weiter! Ja. Hörst du quatschen! Und jetzt da. Ja. Ja, genau. Da hinten auf. Und nimmt der sich im Bett halb so viel? Du hast leider nicht so lange Fingernickel wie Twinkie. Was? Guck mal, was habe ich jetzt... Ich reichne dir jetzt was auf den Rücken. Ich bin überraschend, wenn er am guten Tag hat. Bist schon wieder aufs Puster. Mach ruhig. Ey, nicht das ruhig noch umkippst. So. Boah. Ja. Jetzt ich. Hörst du, Mama will eine Massage. Komm. Mach lieber... Ich verstehe das nicht, Alter. Das macht lieber wer anders. Das ist gut zu kneten. Mach. Oder... Du, ich habe gerade meine Finger, die tun jetzt ganz doll weh gerade schon. Komm, ich mache das nachher. Das muss man selber machen. Das muss man selber machen. Ich werde da noch mal weiter. Oh, ja. Okay, okay. Lass uns lieber raus. Ja, lass uns lieber raus. Das fängt dann zu stinken hier. Ja. So oft, wie die sich in die Hose geht. Ui, ui, ui. Ich kann nicht mehr. Jetzt kriegst du gar keine Luft mehr vom Lachen. Oh, nee, der Stink wird riechen. Oh, nee. Ich hab nicht dran riechen sollen. Twinkie, riech ja meinen Finger. Warte. Lass dich nicht rühren. Lass dich nicht rühren, bitte. Riech mal einen Finger. Und, gut? Ich knete dich durch die Passe. Du weißt, wie man mal das macht. Wollte ich vielleicht alleine lassen? Nee, nee, noch hat's nicht. Oh, ja. Oh, ja, genau so. Ja. Ich bin dein Nudelholz, Baby. Wenn ich gehen soll, sagt ihr Bescheid. Ach, nein. Ich bin gleich fertig. Boah, das ist doch überhaupt nicht anstrengend. Das ist gut. Jetzt reicht aber. Später mehr. Boah, ich bin ganz schön fertig. Sollen wir gleich ins Hotel fahren? Ja. Ja? Ja. Boah, dieser Jetlag, ne? Wollt ihr euch noch Proviant mitnehmen? Boah, hast du was Schönes? Außer den Topf da hinten? Hast du Pompoms? Nee, kommt mit. Hier, die Pizza könnt ihr euch mal noch mitnehmen? Da sind noch Pässe drin. Oh, Mann. Ey. Das sollte Proviant sein. Proviant sollte das sein. Ich will's essen. Das Käse, hier. Das Käse, nimm du. Hier. Willst du die Verpackung noch auslecken? Ja. Warte, du hast ja Käse am Mund. Dang, der Bühne. Lasst euch zu heilt. Boah, mach das nochmal. Was? Lehn dich nochmal so rein. Na, Richtung die Pizza. Richtung Pizza. Richtung Pizza. Ja, genau. Und jetzt nochmal. Zeig, was du drauf hast. Boah. Darum brauch ich ein Bild. Das häng ich mir jetzt aus in Arizona übers Bett. Ach, Kingo, wir wollten uns Essen geben. Nee, ich wollt. Ja, kommt mit. Oh, das ist ein Klo. Ich muss nochmal. Nee, nee. Aber ich muss Pibi. Nee, nee. Ich kann doch wohl Pibi machen. Oh, nee. Das genau, dauert das genauso lange? Bis jetzt ist er, dass es noch viel ist. Ich mach das immer. Okay, dann auch. Schwitze. Dann versuch ich den, ich weiß immer. Riech mal. Ja, deswegen. Das ist halt immer ein bisschen. Ihr habt aber kein Fliesenwasser, ne? Nee, das musst du mir noch mitbringen. Kommt gar nicht hier rein. Hier ist keine Tür. Ich kann den Türsteher machen, wenn du willst. Der Bauch. Nicht hier reingucken. Oh Gott, er macht das Waschbecken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da sieht eh keiner was. Der ist so fett. Ich muss Pibi. Nein, hallo. Bisschen privat. Aber das ist der Waschbecken. Ach so, das ist so gelb. Ich dachte, hier wird Pibi gemacht. Na, aber das ist doch unser Waschbecken. Kannst du da jetzt nicht. Das ist doch jetzt. Mann, das ist aber unser Waschbecken. Ey, ist aber so. Mann, ich... Lass es sein. Warum gehe ich hier so komisch hin? Hast du mir jetzt ein Folter gemacht? Ja. Dein Hals schwitzt. Bei mir schwitzt alles, ey. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch was mitnehmen. Aber das sind wirklich unsere letzten Vorratsreste. Ja, okay. Sogar mitklimatisiert. Nein, 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 nicht da drüben. Was? Oh Gott, ich dachte, da gibt es Essen. Ja, ich dachte, da gibt es auch Essen. Naja, ihr könnt hier euch mal so ein paar Bonbons rausnehmen und sowas. Bonbons? Ja, ja, Bonbons. Hast du ein Weingummi? Nein. Lass mich gucken. Ich habe nur andere Gummis. Ach so. Guck mal, wir nehmen das hier mit. Ja. Nimm mal. Ja. Das ist ein Haribo-Tote. Harte. Aber nimmt noch die Cola-Kracher da. Kohle-Kracher? Mein Bauchnabel ist noch ein bisschen platz. Hier sind M&M's. Oh. Das sind noch... Ja, und Wasser... Das sind noch so Wassermelon-Kaugummis. Nimm die auch. Die sind gut. Ja, Watermelon. Ja. Und so Center-Schockers. Ich nehme mehr mit. Toiletten-MbH. Ja, alles in MbH. Ja, ja. Von einem nur eins, ne? Okay, von einem nur eins. Das sind drei Stück mit. Ja, okay. Dann brauchen wir auch noch. Oh, warte. Guck mal hier. Nimm die mit. Nimm einfach die ganze Tüte. Ich mache die echt gerne. Habt ihr langsam? Ja, gleich. Ja, wir sind da. Die Bonbons sind ganz alt unten. Jetzt warte doch mal. Ja, ich weiß. Deswegen, da musst du ganz tief runtergreifen. Warte, ich kann noch welche im Mund aufbehalten. Nein, nicht. Dann kannst du nicht mehr reden. Oh, Mann. Wui. Da. Schokoküsse. Kekse. 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 Oh. Äh. Boah. Tschuldigung. 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 Okay, wir haben alles. Ja, wir haben eine Tüte Bonbons genommen und Schokolakracher. Okay. Gut. Pass auf, sonst. Oh, oh. Gringo ist sauer. Neu. Was ist denn hier? Das höre ich öfter. Nee, da ist nix. Das ist aber ein schicker Schreibtisch. Das ist der Raum, wenn jemand böse war. Dann muss der hier rein. Ja, boah. Ach so. Aber ich bin nicht böse. Ja, nach oben gehen wir heute nicht. Das ist zu anstrengend, glaube ich, für euch. Was ist denn da drin? Guck mal hier. Ey, lass das in Ruhe. Das sollte ein Geschenk sein. Ach, das sind die Kommis, die du nicht benutzt. Ja, das ist ein Geschenk. Guck mal, wir haben einen Strawberry-Geschmack. Das ist ein Geschenk. Lass die in Ruhe. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Ochsending, Junge. Da passt unser Fuß rein. Ich werde Pennien und bis morgen. Jo, bis morgen. Frau Reinhalter. Der schläft oben? Hier schläft jeder, wo er will. Wir haben genug Schlafsäcke für jeden. Ah. Auch für Gäste. Können sich einfach einen Schlafsack nehmen und hinpflanzen, wo sie wollen. Also ich bevorzuge das gehobene Etablissement eines Hotels. Ja, aber du willst doch mal so ein bisschen Abenteuer und Action, oder? Ja, aber doch, nee, nee, nee. Einfach mal einen Rucksack schnappen, so ein Backpack und dann einfach mal loslegen. Und einfach mal die Kultur kennenlernen. Guck mal, so hättest du es nie können. Ich komm nicht meine Treppe hoch. Meinst du, ich gehe wandern? Naja, du, aber okay. Oder wenigstens mit dem Lift die ganze Zeit irgendwie rumfahren. Ihr könnt euch ja, wir haben auch Rollstühle. So elektrische. Ich brauch keinen Rollstuhl, sind fit. Also der Boot, die kommt von alleine, von Twinkie. Das Training. Sieht den gut an. Guck ihn dir an. Ja. Guck ihn dir an. Nein, ich... Guck ihn dir an. Ja, ich weiß nicht. Guck hin, Gringo. Nee, ich kann... Sei nicht schüchtern. Das war geht noch übermorgen. Ich kann... Oh, den Bisschen-Schokolade von Mama. Ich kann, ja, nee. Ich will nicht. Ich bin kein eifersüchtiger Typ. Ja, wir teilen alles. Außer essen. Ach, nur manchmal. Das war irgendwie falsch. Irgendwas habe ich gerade gesagt. Würdet ihr auch mit mir teilen? Nein, mit dir nicht. Du bist Raucher. Ich bin doch gar nicht Raucher. Klar, du hast Kippen am Helm. Ja, die habe ich... Mann, die um cool zu wirken. Rauchen ist ekelhaft. Ja, ich weiß. Und Rauchen ist ungesund. Ich versuche ja nur cool zu wirken. Mit den coolen Kippen mitzuhalten. Ja, dann immer mehr. Ja, ich hauche jeden Tag fünf Kippen. Habe ich auch einen Schatten? Jeder mit einem Schatten. Du hast den größten. Twinkie. Ja? Du gehst ein bisschen streng. Mach mal die Armung. Ich habe nur fünf Bais dabei. Ringo. Ach, die Armung. Besser. Ich stehe jetzt mit den beiden Dürtel-Täubchen in der Zimmer. Aber ist das nicht? Jetzt bin ich schon zu spät? Die wollten nach Hause. Noch können wir es verhindern. Die wollten noch... Die wollten ein bisschen Stellung machen. Die wollten, nee, die wollten eigentlich los. Die wollten los. Doppelpiece, meine Freunde. Warte. Jetzt riechst du wieder wie ein richtig guter Teppich. Alter. Das ist so schnell raus hier. Entweder das Haus explodiert nachher wegen Zuckerbrühe oder Verlaufklober. Auf jeden Fall habt ihr ein schönes Zuhause. Dankeschön. Müsst ihr aufpassen, dass euch einer das nicht wegnimmt. Du musst... Du musst... Du kneif einfach mal deine Augen ganz fest zusammen. Kannst du dir vorstellen, was hier das mal aus dem Haus wird? Das wird auf jeden Fall ein Palast der Heteroliebe. Naja, bei uns ist alles willkommen. Das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall sehr schön, Leute. Zulig, da kommt ihr nochmal vorbei mit dem Staubsauger für den Keller. Bist du das Wahnsinns-Twinky? Boah, wie spannend war das? Du hast die ganze Veranda abgerissen. Jetzt können die noch mehr braun hier. Du weißt doch, dass du dich links so anlehnen sollst. Sieht aus, als hätte eine Bumbe eingeschlagen. Das ist mein Mädchen. I have a feeling, make a bone. Einer weiß so, hallo. Mach dir eine Kette am Kopf und dann kannst du Dinge abreißen. Ja, wenn du mich brauchst, hast du mich an. Du reißt ihre Party ab. Guck mal, ich muss mich alles wieder reparieren. Ich kaufe einen Hammer und ein paar Nägel und mache das morgen wieder fertig. Ja, und ihr müsst noch Geister austreiben. Ja, da machen wir auch morgen. Und ich passe in der Zeit eine Freundschaftskette, die auch um den Hals passt. Ich hätte gerne eine Halskette. Ja, mache ich. Mach ich fertig. Eine mit einem großen P drauf. Denn ich bin Big Peanut in the building. Ich habe da, ich kenne da so Ketten, da sind so, 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 so Zuckerteile dran. Die kannst du essen. Das esse ich auch. Also, ich tue mich ja gültig. Du kriegst jedes Mal eine neue von dir. Aber natürlich. Das ist sehr nett von dir. Die Lisa hat mir auch die Stadt, uns die Stadt gezeigt. Und wie hat euch bis jetzt die Stadt gefallen? Ja, da, wie heißt das nochmal, wo dieser Laden ist? P.K. Da sind Asoziale. Sonst waren alle nett. Ja, aber die haben das beste Essen. Ja, das stimmt. Am Würfelpark haben sie Kuchen geschenkt bekommen. Ja. Welche Sorte denn? Also, wir haben, wir haben eine Käsetorte gekauft. Bienenstich haben wir gekauft, eine ganze Torte. Was hatten wir noch gekauft, Trinky? Käsekuchen. Apfel. Apfelkuchen. Zuckerwasser. Zuckerwasser. Wie der Typ von Men in Black. Zuckerwasser. Zuckerwasser. Lera. Okay, gut. Lera, warte mal. Kannst du an... Ja, komm, machen wir uns auf. Kannst du mal an den Finger riechen? Ich bin auch komplett fertig. Tschüss, ihr lieben Mexikaner. Soll ich mit dem Auto hochfahren oder wollte ich runterlaufen? Ja, Lisa, kannst du mal an den Finger riechen? Nee, 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 nee. Ja, bergab geht immer. Komm, ich rieche dran. Dann nicht. Ich hab angerufen. Aber nicht, dass sie jetzt da... Oh, sie ist schon wieder auf dem Suchen. Sie ist schon wieder am Suchen. Na, berg geht... Oh. Ja. Das ist die Unterwäsche von Victoria's Secret. Ja. Die klemmt. Dann musst du ihr beim Suchen helfen. Okay, komm, ich geh Huckepack, ja? Ach, nö, bitte nicht. Ach, komm, bitte nicht. Lass... Oh, Mann, bitte nicht. Na, komm. Ähm, lass das lieber rein. Ich will jetzt nicht noch einen Arzt. Komm. Okay, los. Komm schon. Du schaffst das, Peanut. Du schaffst das. So, Peanut. Oh, ich geh nicht mehr. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein. Runter, runter. Runter, runter. Runter. Boah. Reichter. Naja, wenigstens einen Meter. Besser als Knicks. Das ist mehr, als ich jemals erwartet hätte. Boah. Boah. Willst du noch jemanden versuchen? Und? Nein. Das glaubst du aber selber nicht. Gringo, du möchtest bestimmt die Frau auf deine starke Schulter nehmen. Nee, nee, nee. Ich hab, ich hab... Ja, komm, ich bin fliegen gewählt. Ich hab, ich hab, ähm, ich hab schwer gehoben. Keine Aushälte, du bist Single. Also, ich hab vorhin schwer gehoben. Komm schon. Mein Rücken hat da ein bisschen... Ich bin fliegen gewählt. Ich weiß, ich würde dich, ja, ich würde dich ganz ohne Probleme auf meine Schulter mücken. Ich hab mein Bein gefällt. Ich hab mir gesaugt. Ja, ich hätte dich ohne, ohne Probleme hochgehoben. Ja, morgen, morgen. Okay. Ja, okay. Ja, natürlich. Schau dir meine Muskeln an. Wow. Das nennst du Muskeln? Was für Muskeln? Na ja, klar, guck doch mal hier. Musst du meinen Bruder mal kennenlernen. Seid ihr gleich noch wach? Guck dir mal meine Muckis an. Guck, wenn ich anspann. Mir wird zwar schwindelig, wenn ich anspann, aber... Okay. Guck sie dir an. Guck mal, da guckt der Bauch unten raus. Na und? Das T-Shirt gab es nun der Größe. Richtig. Doof jetzt bin ich hier. Außerdem muss man ja irgendwann mal meinen Bauch... Ach. Ei. Angeber mag keiner. Ja. Du hast doch noch nie mehr als fünf geschafft. Was ist denn da los heute? Ach, nee. Erbim, Erbim, Erbim. Ach, du Scheiße. Legt euch hin, legt euch hin. Aufpassen, ich bin Leben. Ich habe das Gefühl, ein T-Rex kommt. Boah, die ganze Erde hat gewackelt. Oh mein Gott, schon wieder. Jetzt geht es wieder los. Erbim, Stufe 10. Twinkie, leg dich lieber hin. Boah, da hatten wir aber Glück. Hast du gerade nach Ferien gesagt? Be-Be-Been. We-we-we-we... Beben. Beben. Bin. Bin stets bemüht. So, vielen lieben Dank, die Mexikaner. Ja, kein Problem. Wir kommen bestimmt mal wieder. Ach so, ich bin mal wieder gerne. Vielleicht könnt ihr uns hier auf Yelp bewerten. Vielleicht kommen dann öfter mal hier Touristen vorbei. Er war früher Yelp bewertet, aber er darf nicht mehr. Ich bin rausgeflogen. Wieso das denn? Ja, wir haben unsere Macht ausgenutzt. Ihr habt schlechte Bewertungen verteilt? Wir haben gesagt, entweder kriegen wir mehr Essen oder nur eine Sternenbewertung. Ja, Schweine. Und dann hat der Chinese uns rausgeworfen. Das heißt Chinese. Chinese, sag ich doch. Mit C-A. C-H. Ja, Chinese. Der meinte dann so, ob ich dich auf meine Lade, du fette Sack. Ja, aber das heißt doch nicht Chinese, das heißt Chinese. Ja, Chinese. Nein, Chinese. Chinese. Sag doch mal Chinese. 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 Aber das ist doch chinesische Energie. Nein. Chinesisch. Oder ist das chinesische Energie? Kann mir jemand hochhelfen? Boah. Da müssen wir, glaube ich, alle dran. Ja, komm, helf doch mal. Bitte, John. Der hört mich so an. Auf drei. Ich nimm dein Bein. Eins. Achso. Zwei. Drei. Danke. Und die Leute sagen, ich soll ins Fitnessstudio. Guck dir mal meine Rückenmuskulatur an. Ich sehe aus von hinten wie ein Bär. Unterm T-Shirt bin ich Adonis. Du hast so eine richtig schöne S-Kurve, wenn ich die sehe. Ich bin ein Bär. Bist ein reines S. Du bist ein S. Du hast ja gleich eine Zahnlücke. Ich hab doch so eine. Guck mal. Siehst du meine Zahnlücke? Ich hab auch eine. Da steck ich immer mein Strohhalm durch. Mega gut, oder? Muss ich den Mund nicht aufmachen. Viel zu anstrengend. Na ja, klar. Dann kannst du immer einen schönen Strohhalm drin haben. Ja, eben. Dann kannst du sogar nebenbei essen. Ich bin müde. Und ich helfe. Dann bringe ich euch mal. Ihr müsst los. Nicht nach eurem Hotel. Wir kommen morgen vorbei und reparieren die Veranda. Naja, und die Geisterjäger bitte. Ja, genau. Wie, ihr habt nichts zu essen da. Da werde ich aber fuchsteu wild. Wir gucken nach. Wir gehen nochmal einkaufen. Na gut. Okay. Macht's gut. Na, die Zuckerschnecken. Macht's gut. Gute Nacht. Adios. Adios, amigos. Liven da wieder locker. So, jetzt wieder einer links, einer rechts. Ähm, was sagte man in Arizona? Sweet Home Alabama. Achso, und Green Tea oder so. Ui. Bye. Die waren nett. Ja, ich weiß. Aber auch so ein bisschen Hinterwäldler. Habt ihr euch schon fast wie zu Hause gefühlt? Ja, war schön. Außer das bei diesem Fastfood-Restaurant. Das war nicht schön heute. Naja. Naja, die waren doch echt nicht nett. Nö, die haben fette Sau gesagt. Aber morgen, wenn ihr morgen da seid, dann fahren wir zu Barbecue-Lounge. Oh, das klingt aber teuer. Ist okay, ich hab noch Geld. Ich hab auch noch ein bisschen Geld. Ey, ihr bekommt ja nebenbei auch noch Stütze. Ja, das haben wir am Flughafen beantragt. Hast du schon wieder Foto gemacht? Ja. Ist das eine Polaroid? Ach, schön hier, oder? Nö. Nicht? Das ist so eine Einwegkamera. Ja, aber das musst du entwickeln lassen. Ja. Ach ja. Das ist schön hier, viel besser als zu Hause. Und trotzdem ist es zu Hause immer noch am schönsten. Nee, da zu Hause ist nicht so viel. Geht nicht viel ab. Da ist ganz ruhig. Die Leute stehen immer nur im Kreis. Das klingt langweilig. Und dann quatschen die nur. Manchmal verteilt einer Bretter für eine neue Scheune. Das ist nicht mehr so aufregend. Ich hab letztens eine Dame kennengelernt, die hatte Bleche dabei. Die verteilt keine Bretter, die verteilt Bleche. Bleche? Ja. Ach, die sind doch alle gescheuert. Bei uns zu Hause ist es noch nie Party gewesen. Die haben die Stathalle irgendwann mal geschlossen. Oh, hier rechts musst du fotografieren. Wie ist das? Was ist das? Das ist das State. Oh. Guck mal, viele Autos da stehen. Das Gefängnis. Da kommen die bösen Menschen. Die bösen? Genau. Ich hoffe, dass ich nie da landen werde. Weil eigentlich müsste man mich einsperren, ne? Warum? Es fährt so heiß wie ich bin. Dann brauchst du ja Waffenschein führen. Guck mich mal an. Warum wird jetzt hier gekichert? Ihr Glackerhühner? Die Typen heute waren richtig wild bei mir. Ich sag's dir. Ja, schön. Aber ich weiß, dass dein Herz nur mir gehört. Ja, klar. Weil wer hat immer Schokoriegel für dich bald? Ich oder die? Ja, du oder Arden? Ich hoffe, ich doch. Bis dass der Tod uns scheidet. Ja, ja. Der Herr ist lecklicher Arsch. Nee, nee. Ja, ja, meine ich. Hoffentlich hat Winnie auch für uns eingecheckt. Bestimmt. Oder vergisst er sowas gerne mal? Ja, der ist schon dumm. Der war mal Football-Coach. Football-Trainer. Wobei die Idee mit dem Flieger von ihm echt schon klug war. Welchen Flieger? Er hat zwei Plätze zu buchen, damit man zweimal Essen bekommt. Der hat meine Idee geklaut. Das gleiche hab ich auch getan. Echt? Mhm. Bei ihm hat's funktioniert. Bei mir nicht. Bei mir schon. Aber er hat auch gesagt, so von wegen, meine Schwester ist gerade auf Toilette. Bei mir kam der Techniker und hat die Mittelkonsole rausgerissen. Damit ich da platze. Ja, bei mir haben die die Sitze, ähm, die Sitze vor mir haben die weggemacht. Schmecke, bitte. Oh, was ist das denn hier für ein Gebäude? Arcadius. Klingt wie ein Pokémon. Dankeschön, Lisa, für heute. Gerne. Ja, danke. Ich bin nett. Freut mich, dass ihr Spaß gehabt habt. Ja, sehr. Und da sind wir schon. Beim Hotel zur Goldenen Möwe. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Dankeschön, dir auch. Und passt auf euch auf, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Auf rein. Sollen wir noch winken? Ja. Oh, die fährt... Oh, ich glaube, die hat keine Lust mehr auf uns gehabt. Kriegst du Luft? Du gehst zuerst rein, ich bin schüchtern, okay? Ja, ja. Check schon mal rein. Ja, ja, ja. Ja, komm. Ja, 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 ja. Meckern nicht. Ja. 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 Boah, Bruder. Mein Kopf. Warte. Eins, zwei, drei. Das hier. Zack, die Bohne. Und zack, Dings hier. Wo sind wir? Where's my music? Vielen lieben Dank für die Wii-Subs und Zubs, ne? Tut mir leid, wenn ich nicht vorgelesen hab. Ich war voll im Fokus. Hallo, kann man mich hören? Ja, klar, Mann. Gut. Ach, ja. Wer bist du? Will wieder andere Stimme. Hallo. Ich bin der Manager von Peanuts. Ja, hat Spaß gemacht? Hat mega Spaß gemacht. Zeit zu dem... Ilvio, vielen lieben Dank für den Prime und Sechsten. Das war herrlich. War sein Stream, Junge. Ja, das freut mich, wenn ihr auch Spaß hattet. Für mich war es... an gewissen Stellen sehr überfordernd. Hallo, Katze. War halt so viel Input auf einmal. Und du lernst ja quasi alles neu kennen. Aber muss man sich reinfokusten. Ist sehr, sehr interessant. Vor allem... Vor allem ist es auch sehr interessant, auch mal die Charakter, die auf Unity sind, anders kennenzulernen. Ich kenne ja die Maxis zum Beispiel nur... Ja, wir haben Stress mit denen. Aber heute habe ich gesehen, jo. Maxis sind cool. So, das ist sehr, sehr interessant. Und neue Charakter, ja. Das stimmt. Was ist los, Vagira? Willst du Schutzgeld? Was ist denn, Katze? Ja, ich streichle dich doch. Ich habe so viel gelacht, dass ich morgen sicherlich eine Muskelkarte habe. Ja, so soll das ja auch sein. Ne, ich bin ja da, um zu unterhalten. Euch und mich vor allem. Ich bin gespannt. Uns steht halt alles offen, ne? Wir können halt alles machen damit. Es gibt keine Barriere oder so. Katze, geh mal runter, bitte. Hör auf, du läufst gleich über die Tastatur. Tschüss. Ich finde es nur zu heftig wegen der Beleidigung, wegen Dick und so. Ja, da machst du aber geh nix. Was soll ich dagegen machen? Es gibt halt solche Menschen, ne? Die gibt es in dem Spiel, die gibt es im echten Leben, die gibt es überall. Aber darüber sollte man drüber stehen. Immer. Ich bin auch fett, du musst ultra drüber lachen. Ich mache mich ja nicht über dicke lustig mit dem Charakter. Aber ich glaube, Schattenbund meinte die Leute eher, die so einen Charakter, der dicker ist, die solche Charakter beleidigen. Aber da kannst du halt nix gegen tun, ist halt so. Sondern sich ficken gehen. Was ist das denn für ein Lied nochmal? Man muss selbst überstehen, ist auch so. Taxi, mein Dankeschöpfe noch für den Prime 16. Seit Anfang an dabei, aber Peanut kannte ich noch nicht. Mega. Denn Peanut hatte ich damals mal auf Nifty ausgepackt. War ein kleiner 5M-Server. So. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und schlaf gut. Vielen lieben Dank für den Support noch. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wir machen auf jeden Fall weiter damit. und wir sehen uns nachher, okay? Ich würde Peanut auch in DZ sehen. Aber da kannst du halt den Charakter nicht spielen. Bruder. Gute Nacht. Bis nachher. 19 Uhr ist die Gang. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Wir hören noch ein bisschen Mucke. Tschüss. 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 Vielen Dank.